Aussieht, ne? Guck mal, das ist der Eindruck, Bildschirm. So. Und das hier ist der Knopf, die ich drücke, um zu sagen, hallo YouTube. Wir haben hier gerade kurz einen Deep Talk gehabt, ne? War wieder sehr, äh, war gut. War gut. Ich könnte einen ganzen Stream damit füllen. Ich könnte eine ganze Woche damit füllen, glaube ich, ne? Und am Ende, ähm, ja, müssen wir alle zur Therapie. Ah, schön. So, wir spielen Ariane Bahn. Ich hab mal ganz kurz eingeloggt und eine SMS, glaube ich, und einen unbekannten Anruf hatten wir. Das war gestern, glaube ich, weil im Moment so wenig Zeit ist. Da kann ich immer noch ein bisschen nachgucken. Ähm, äh. Und wir müssen sie noch umziehen. Und zum MD müssen wir jetzt gleich noch, ne? So, das hatte ich für Fee aufgelassen. Tidididin! Oh, der können wir heute nicht nehmen, ne? Stimmt, wir können ja immer noch nicht wirklich auch in the Dienst gehen, ne? In the Dienst. Ich mag das nicht mehr zu sagen, im Dienst. Ich weiß nicht, warum. Ich finde, ich cringe immer, wenn ich das sage. Aber ich weiß auch, warum. Ach, das sage ich euch nicht. Das sage ich euch nicht. So, warte. Das hier packen wir erst mal wieder zurück. Und das nehmen wir dann zu trinken mit. Ja, da bin ich aber eine Rabauke. Oh, bitte mal auflassen. Da bin ich, Ariane, in Führer-Chan. Ja, also. Es ist sehr vieles passiert, ja? Es ist wirklich sehr vieles passiert. Und ich kann tatsächlich, ich gehe jetzt mal in den Talk auf YouTube, denn ich möchte euch noch etwas zeigen, ja? Ich möchte euch etwas zeigen, denn es gibt eine Sache, die darf ich euch nicht zeigen. Die Sora wird, glaube ich, nicht die Erlaubnis dafür geben. Aber ich möchte sagen, nach der Folge, Sora hat mal eben in einer Sprachnachricht einfach spontan eine Fanfiction erfunden von, hier, von Entführer-Chan und Ariane. Entschuldigung. Ich dachte nur, worauf kommt das denn jetzt her? Und da gab es aber noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, wartet, Sekunde. Warte, warte, warte. Ich habe das Bild. Moment, Moment. Moment. Warte, 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 warte. Äh? Oh. Fatscher-Channel. Wir haben ja den Inktober-Channel. Ja? Der Inktober-Channel ist wieder da den ganzen, den ganzen, den ganzen, den ganzen, den ganzen Oktober. Und, äh, Devi-Chan hat, äh, da vielleicht etwas, äh, gezeichnet. Man soll nicht auf die Tattoos achten, weil das war jetzt so ein Zeitding und das sind Brushes. Ähm, aber ich, äh, Sora, bitte gib Erlaubnis. Ja. Ich möchte einmal euch ein unfassbar krasses Bild aus dem Disco zeigen. Die Leute zeichnen wieder. Ich glaube, denen gefällt das sehr viel. Das ist von Devi-Chan. Und einfach, Alter. Das sieht so official aus, schon wieder. Oh, das ist so krank, ey. Ja, Alter, ne, ja, hast du mal hingesehen? Ah, ja, also, ich kann euch nur Discord empfehlen, ne? Also, der Meme-Channel ist halt auch, der Meme-Channel ist halt wirklich krass, ne? Also, wirklich. Ihr müsst in den Meme-Channel reingehen. Die ganzen Meme sind super lustig gerade. So, ja, das ist so nice mit der Frisur hier alles, ist ja wirklich nice, ne? Sofort Discord gehen, bitte! Ja, fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr cool. So, Moment, ich muss ganz kurz nebenbei noch, äh, ob er jetzt kurz ein bisschen kleiner. Ja, genau, Sora, warte mal, ich muss da, warte, Azura ist halt nicht da. Sora. Die improvisierte Panfiction von Ariane und Ed Führer-Chan. Darf ich die irgendwann im YouTube vorspielen? Das war zu geil. So, okay. So, auf YouTube, sorry, hier sind wir wieder. Also, hat sich sehr viel getan. Also, den Leuten gefällt es, glaube ich, sehr. Ariane gefällt es überhaupt gar nicht. Die ist richtig, die ist nicht nur richtig abgefuckt, sondern macht sich natürlich jetzt auch so ein paar Gedanken so, hey, ich habe so viele Sachen von Weiss gehört, so viele Sachen auch von Larry gehört, ne? Das sind jetzt auch Leute um mich herum eventuell in Gefahr, aber nein, kann eigentlich nicht sein, weil ich bin ja nicht das Ziel, sondern Walter Weiss ist das Ziel. Woher wissen die, dass ich mit Walter Weiss so ein Verhältnis, Verhältnis, also Verhältnis, also, also, dass wir uns auf kranke Art und Weise verstehen. Woher wissen die das denn, ne? Und was wissen die noch? Ich habe gelogen. Ist das vielleicht richtig schlecht gewesen, dass ich gelogen habe? Die wussten so viel, die haben so viel an den, die haben so viel Zettel gehabt, die haben so viel rausgefunden. Die wussten doch bestimmt die ganze Zeit, dass ich mit ihm zu tun habe. Scheiße. Und sowas alles, ne? Also so lasse ich sie jetzt denken und ich sei wie gesagt immer noch paranoid, aber sie hat ja diese, da war ja auch diese Detektiv-Sache und sie will halt immer noch sowas, sie will ja trotzdem noch einen klaren Kopf bewahren, natürlich, sich an so viele Sachen wie möglich erinnern. Und, ähm, aber dieses, äh, was ich bei Charlie schon angespielt hatte, nämlich dieses, äh, so, nein, nein, äh, ich lasse es zu, dass dir was passiert und ich muss das überlegen. Ich muss überlegen, dass es so, keinem darf irgendwas passieren. Das, was Ariane passiert ist, darf keinem anderen passieren. So, sie muss, sie wird jetzt richtig versessen darauf. Das habe ich jetzt so ein bisschen überlegt, dass ich jetzt die Charakter-Story so ein bisschen in die Richtung drehe, ne? Dass sie jetzt sehr versessen darauf ist, auf jeden Fall, äh, bevor das Schlimmste passiert, schon eingreifen zu können und, und überall die Ohren aufhalten. So richtig, so richtig krass einfach, ne? Äh, das blöde ist, ich muss da auch mitspielen, ne? Und ich bin so müde heute. Das wäre so, das wäre so eine Sache, die würde ich auf jeden Fall schon gerne in die Richtung spielen, weil das für mich sehr viel Sinn ergibt. Und, ja, warte mal, ist das hier mit? Ja, die, ja, es ist zu dieser Schlammste Hose. Wir müssen uns eine neue Hose holen, hier auf jeden Fall. Ein anderes Oberteil noch. Ich würde machen weiter trotzdem ein bisschen schlummig, ne? Aber den wahrscheinlich nicht mehr. Das macht, das möchte ich mal, oh, das ist aber buggy, habe ich gesehen. Da müssen wir mal. Das ist eigentlich immer nice, finde ich. Aber den würde ich auch gerne mal in einer anderen Farbe noch haben. Gerade sehe ich Ariane auch eher in so ganz leichten Farben, in so Pastellrosa, was sie nie trägt irgendwie. Wisst ihr, solche Sachen sehe ich gerade irgendwie bei ihr. Schwierig. So schwarz. Jetzt sitzt er, das war jetzt im Wohnzimmer, auf der Couch, einen Kaffee in der Hand und bietet Ariane auch ein an. Das ist so lustig, wie der Chat, ich habe voll Freude, dass er alles toll findet. Aber ich muss mit Ariane natürlich diesen, wirklich diesen Hass so wirklich und diese absolute Angst, diese Abscheu irgendwie dann auch spielen. Oh, schön. Wir haben übrigens noch unsere ganzen Weihnachtspullis, ne? Warte. Aber unser Lieblingspulli hat leider ein Problem. Okay, guck mal, der war immer ein bisschen schwierig. Der ist auch eigentlich sehr nice. Hier war, glaube ich, der leuchtet ja, aber das war das nicht. Jetzt geht, ah ja, doch, hier, seht ihr das? Das ist dein Texturproblem. Ah, das ist so. Liebe den Pulli so hart. Das ist auch süß. Ach, freu ich mich schon mal. Wir finden ihn auch alle voll doof, Kappa. Er ist doch schön. Das Support bietet echt nice, Seppi, selbst wenn heute absolut nichts passiert, ne? Dieses paranoide Spiel und diese ganzen Sachen auszuspielen, macht einfach so Spaß. Ich muss ja auch nicht so, ich bin, Ariane, ich bin, ich bin, ey. Eich, Entschuldigung, ne? Boah, tut mir voll leid. Ich bin wirklich etwas müde. Und das wird aber vergehen. Das ist wie immer. Hm. Nee. Ich gucke uns eigentlich nur aufs Reet her, was ich gucke. Aber die soll schon so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen schnummerig aussehen. Boah, das sieht man, und das ist der Barbarons Coat. Irgendwann müssen wir das mal tragen. Ich dachte eigentlich, dieses, boah, hier. Und Tanaka hat sie gefallen. Ja, Tanaka, gucken Sie, mal gucken Sie. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Nein, oh Gott. Ja, yo, das ist gut, wenn sie genau das übrigens tragen würde im Moment, ne? Ich hatte so eine sehr gute Idee, Walter Weiß auf dem, auf dem rechten Peck, wollte ich schon sagen, ist ja der linke Fleck, aber einfach auf seine Bruse zu tragen. So, ist mein Herz. Den lieber nicht, ey. Jetzt will ich es eigentlich machen, aber können wir nicht, ne? So, das sieht eigentlich ganz nice aus. Oh, oder noch mal? Gehen die eigentlich noch? Ja, nice. Ach, das ist der Musi-Oberteil. Oh. Das mochte ich eigentlich immer. Wir haben halt jetzt, ja doch, weißt du was? Ich lasse das mal an. Wir können mal, wir holen uns mal mehr von den Jogginghosen hier. Weiter, Tide. So, und Taxi müssen wir holen. So, jetzt erst mal Handy. Handy. Genau, ah, ja, das war, oh. Oh, was? Warte. Herr Tenuta noch voll lieb. Hallo, Frau Barnes. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit gut nach dem Ganzen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und hoffe, dass Sie es nicht allzu sehr mitgenommen hat. Liebe Grüße, Daniele Tenuta. Ähm, hallo, Herr Hanuta. Hallo, Herr Tenuta. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr lieb. Danke, etwas kompliziert gerade. Habe keine Zeit, es zu verarbeiten. Hoffe, Sie haben alles unbeschadet überstanden. Liebe Grüße. Dann, wurde leider in den Hals geschossen, aber ich bin soweit wieder fit für den Dienst. Dann hoffe ich, Sie holen sich davon und denken Sie dran, dass Sie nicht alleine damit den, den Hals, oh shit. Gute, gute Besserung. Das klingt verdammt. Das klingt verdammt. Das klingt verdammt. Das klingt verdammt. Ja, ich hoffe, wir kriegen die schlägische Zeit und so kranke und so kranke. die schlägische Zeit und so kranke. Boah. So. In Selbstbezeit auch gesundheitlich angeschlagen, weshalb ich jetzt auch die Tage erstmal nicht mehr da sein werde. Und nicht da sein werde. No! Okay, jetzt mal stehe. Bitte, bestere Kilo. Wenn ich mir die Ehrenfrau helfen kann, gerne immer Bescheid geben. Mit ihr? Habe ich jetzt echt mitgeschrieben? Bei ihr, wenn ich das helfen kann. So. Ariane will halt ermitteln. Die hat Berichte, also die will jetzt wenigstens das machen, ne? So. Die Emma, die Emma ist auch immer da. Was ist da los? Immer. Ja, ist da die Frage. Ja, mit Taxi sind wir ja nicht alleine, ne? Ah, ich habe auch eine Idee, was wir spielen. Ariane sagt, mach das Taxi zu, mach, dass keiner reinkommt, schließt das ab und so. immer. Immer. Ich will ja mal gucken, ob an der Fahrschule Leute sind. Das ist natürlich für Ariane auch immer interessant, dass sie sieht, aha, das ist nämlich am Reiner. Da sitzen tatsächlich sogar Leute, oh, ich will das Fernglas, Alter, ich will so hart das Fernglas haben. Ich will stalken, manchmal will ich mich einloggen und einfach nur, guck mal, ich will hier reingucken. Ich will, kennt ihr das? Wenn man dieses Verlangen hat, einfach jetzt, also das kennt doch jeder, also, ne? Da bin ich doch jetzt nicht alleine mit, oder? Wenn ich mich jetzt als verrückt hier verkaufe, bin ich sauer, ich mache Stream-Ausnahmen. Wir können noch eine brauchen und uns dabei anlehnen. Anlehnen kann ich ja. Ah, auf die Nachbarn passt. Nein, natürlich nicht in echt. Ja, hallo? Alles Taxi, hi, du hast gerade angerufen. Hallo. Hallo. Ich sollte dich mal einspeichern. Äh, ja, ich, ähm, bräuchte, ich bräuchte noch mal eine Abhandlung an der, an der Fahrschule und, äh, ja. Ach, Ariane. Ja, ja, genau, ich bin hier. Ich sollte dich auch mal abspeichern. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Okay, gut, äh, ja, okay, bis gleich, bis gleich. So. Dann ist B. Immer. Ah, haben wir was für Trinkgeld? Das ist Evil Ray gewesen. Die Sache ist, guck mal, ich versuche ja manchmal, so ein paar Charaktere kann ich ja nachmachen, wie zum Beispiel die Oma. Stell dir vor, du bist so liebend, kam der so ein Böser. Du rufst mit einer unbekannten Nummer an und machst du die Oma-Stimme, aber sie ist das gar nicht. Du hast halt jemanden, der wirklich Stimmen nachmachen kann. Ariane spiele ich ja auch oft so aus. Die hat damals ja auch, ein paar Mal hat die wirklich schon irgendwo angerufen und so getan, als wäre die jemand anders. Auch damals für Honey und ich weiß nicht, wer da drauf ist. Ich glaube, Kate war da auch noch dabei. Ich will auch, dass Ariane bei so etwas eingesetzt wird. Ich kann doch nicht jede Stimme nachmachen. Aber das finde ich auch sehr, sehr lustig. Und wenn das dann klappt, ist das ja richtig nice. Oh, Entschuldigung, das war ja fast ein richtiger Glückshilfe. In der Fahrschule sind Leute drin. Das ist ja schon mal gut. Das wäre jetzt gewesen, so wie ein PD, wenn Ari funk-Check macht und wir in der nächsten Sekunde hören, ein PD. Die hat es 99, die 99 für die 99 für die kommen. War nur ein Joke. So war nur ein Joke. Ich kriege ganz einfach Paras. Alles gut. Alles gut. Ich dachte wirklich, da sitzt jemand im weißen Oberteil. Ich hoffe immer, dass da was drin liegt. Ja, ja. Ich gucke aber auch nicht immer. Also eher selten oder tatsächlich. Hallo. Kannst du das Taxi abschließen von innen? Äh, klar. Super, danke schön. Magst du nochmal dein Fenster richtig machen? Ja. Das Gleiche. Irgendwie magst du das Fenster nicht. Ja. 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 Ich schreibe immer ganz kurz eine Sache auf. Ich muss zum MD. Einmal zum MD. Wie geht's dir denn? Äh, ja. Mal schauen. Ich hoffe, ich kriege heute vielleicht die Krücken los. Das wäre toll. Das wäre super cool. Ja. Wenn nicht, dann natürlich auch. Es kann ja eh nichts machen. Und wie geht es dir? Mir geht's wundervoll. Ich hoffe, dass wir hier fast totgefahren werden von allen möglichen Sachen. Aber hey, voll cool. Wieso totgefahren? Ich weiß nicht. Das Pidi fährt gerade irgendwie eine super Verfolgungsjagd mit ganz vielen Einheiten. Mit einem Motorrad. Und keine Ahnung. Ich musste alle zwei Sekunden rechts ran fahren, weil nach einem kam sie von der nächsten Richtung und dann kam sie aus der Richtung und aus der Richtung. Die kam von überall. Was für ein Motorrad war das? Also wie sah das aus? Schwarzes. Also einfach ganz regulär schwarz? Ja, genau. Okay. Ein rot-schwarzes. Ein rot-schwarzes? Kein rot-schwarzes. Ach so, kein rot-schwarzes. Ja, da sagen die ja. Da soll man ja drauf achten und so. Aha, gut. Dann ist das ja... Wer ist das denn hier? Kann sein, dass das Ava ist. Ah, aha. Ja, und Charlie jagt gerade Eddie. Also, viele jagten heute. Wieso jagt sie? Ich meine, ja, okay. Weißt du was? Wieso frage ich überhaupt? Ich kenne Eddie. Aber warum jagt sie denn, Eddie? Was hat er wieder gemacht? Hat er gelogen? Gelogen? Er hat mich zum Weinen gebracht. Was? Ja. Seine Schwester ist gestorben. Und er sagt, ich erinnere sie an sie. Und er hat mich Steinchen genannt. Und erinnert einen Enju. Kennst du einen Enju? Nein, seine Schwester ist gestorben? Ja, hat er gesagt. Das war voll traurig. Dann habe ich geweint. Dann macht Charlie wütend auf ihn. Er hat selbst ein Auto eingeschlagen. Er ist weggefahren. Dann ist er wieder gekommen. Und jetzt ist er irgendwie, keine Ahnung, abgehauen. Und jetzt herbt sie ihn. Okay. Ich glaube, ich muss mal einige Telefonate gleich führen. Ich müsste gleich wieder abgehauen. Ich melde mich dann, ja? Auf jeden Fall. Okay, danke. Bis dann. Pass auf dich auf, ja? Ja, klar. Du auch. Ich muss mal in die Toilette nehmen. Ich kriege, glaube ich, vor die Unterne Schwester. Wo ist die? Wo ist die Toilette? Ich glaube, hier oben sind Toiletten. Ich gehe mal ganz kurz nach oben. Ah, ich muss hier nach oben. Oh Gott, ist das peinlich. Ah, doch, der geht. Oh, Gott sei Dank. Wann hier? Restroom. Wenn es da steht, dann muss es auch so gebaut sein. Da steht immer noch Restroom. Ah, super. Oh, ich komme nicht aus. Oh nein. Ja, ich hatte heute schon eine Tabette genommen. Jetzt nehme ich noch eine und dann ist Chili Manini. Das ist immer noch nice, dass hier einfach eine Apotheke ist. Oh, da steht sogar jemand drin. Oh nein. Office. Da sind keine Restrooms. Wer hat denn dieses Mapping? Wer war das? Also es war keiner jetzt hier von Dingens, aber... Welcher amerikanische Boy oder welche amerikanische Girl oder welche amerikanische Diverse Person hat diese Map gebaut? Das ist ja unfassbar. Was geht jetzt der Weg jetzt rein? Hä? Wieso kann ich da rein? Hä? Okay. Das ist peinlich. Da ist ja die ganze Zeit jemand. Ich gehe mal wieder. Und hier die Restrooms. Ja. Ja, gut. Ja, ähm... Ja, Restrooms waren nicht da, ne? Habe ich mich jetzt mal an den Hand der Schilder orientiert? Ja. Gut. Also es gibt jetzt keine Besuchertoiletten, oder was? Welche Entität war das? Welche Entität war das? Da war ich jetzt aber jetzt mal ganz kurz verwirrt. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ich soll noch mal zur Nachkontrolle kommen. Ariane Barnes? Ja. Einmal den Ausweis, bitte. Ja, bitteschön. Dankeschön. Dann dürfen Sie sich einmal hier setzen. Ich gebe Bescheid. Okay, darf ich? Ich muss unbedingt zur Toilette. Ich habe gerade oben keine gefunden. Da ist einfach beim Aufzug. Da geht hoch bis zu den Toiletten normalerweise. Ach so, der, der da hinten ganz gerade aussieht. Genau, 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 genau. Oh mein Gott. Ja, okay. Der geht hoch zu den Toiletten. Okay, ich bin sofort wieder da. Okay. Okay. So, das ist ein Schinkstand. Ach so, meinst du das hier? Das ist so ein Blumen und sowas. Das ist wirklich voll cool, ne? Wir wollen den falschen Aufzug nur gefahren. Jo, hier gibt es wirklich Toiletten hinein. So, jetzt könnt ihr nämlich direkt mal was mitleeren. So, meine Tabletten sind oben im Schlafzimmer. Nicht wundern, das dauert mal ganz kurz. Bis gleich. Ach so, dein Stalking? Ja, wünsche euch viel Spaß. Das wird den Patienten wehtun. Das kann sein, dass der anfangs zu schreiben. Das tut weh, wenn ihr auf die Wunde was drauflegt und ein Fest die Verband wickelt, um das abzudrücken. Wenn ihr ein Termki benutzt, dann wird er auf jeden Fall schreiben oder ein Wirtel. Das tut richtig dolle weh. Wundert euch nicht. Aber das muss weh, weil der verblutet euch sonst im schlimmsten Fall. Ich wickele das jetzt nicht ganz so fest, weil ich möchte nicht gegen die Durchblutung der Darm hier tun. Und wenn ihr seht, es kommt trotzdem noch weiter Blutweg im Druckverband. Dann nehmt euch ein weiteres Druckholz da, legt das einfach oben auf und wickelt auch das mit weiteren Bindegängen fest. So lange, bis da nichts mehr rauskommt. Oder nicht mehr so viel rauskommt wie vorher. Okay? Und dann macht ihr den jetzt wieder ab, dass da eine Durchblutung im Bein gesperrt wird. Und dann dürft ihr euch jetzt in Zweiergrüppchen zusammenfinden. Und alle mal als gegenseitig einen wunderbaren Druckverband anlegen. Okay, da darfst du bei mir ein Druckverband anlegen. Das ist auch mal ganz gut. So, ich lege mich mal hin. Okay. Nun darfst du dir gerne einmal mein Bein schnappen. Verbände sind hier in der Kiste. Gebiet euch und legt los. Na, so schnell fallen bei mir nicht ab. Keine Sorge. Ähm, die Wundauflage. Ne, einfach, genau, einfach, genau. Erstmal eine kleine Wundauflage, ne, dass die Blutung erstmal ein bisschen abgesetzt wird, damit er nicht weiter reinkommt. Da bin ich wieder. Dann, äh, so ein bis zwei Bindegänge rum, dann die Wundauflage hält und dann Schleswig-Halfstand über. Oh, Moment. Lobby. Ihr habt viel gelernt. Chat ist jetzt erst, oh, das ist ja natürlich super. Sollen wir mal einen Test fragen? Ne, warte, das war lieber nicht. Da fail ich ja auch. So. Kurz was essen. Wo, wo, Zertifikat. Ja. Dann bin ich wieder. Soll ich mich weiterhin setzen? Äh, ne, sie können gleich mit mir kommen. Ich werde sie jetzt da und gleich dran nehmen. Okay, super. So, dann dürfen sie mit mir kommen. Ja. Wir gehen einmal in die Zauber. Und dann gehen. Ja, naja. So. Und dann dürfen sie einmal Platz nehmen. Ich müsste allerdings noch mal ganz kurz in die Agde reingucken. Ich bin jetzt ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja, ne, alles okay. Alles gut. Ich komme gleich zu Ihnen. Ja. Ah, sowieso. Das war jetzt schon im Moment. Ich kriege ja auch Paras. Ich habe die Tattoos gesehen und da irgendwas am Hals. Aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Kurz auf Paras gekriegt. Ne, ey. Oh, und das, ey, ohne Scheiß. Ich liebe das gerade. Auch wenn ich mich selber, ich mache mich selber auch extra früh, weil es einfach so viel Spaß macht. Das ist sehr spannend. Alle sind sass, ja. Mit Ariane muss ich, ich muss das richtig hart hier. Ich muss mich auch ein bisschen sammeln mit den Gedanken, wie ich möchte jetzt alles auch spielen, ne. Okay. Geht um das Bein, richtig? Genau, genau. Dann würde ich Sie gerade einmal bitten, die Hosen einmal auszuziehen. Ja. Ich schaue mir einmal die Wunde an. Ich gehe davon aus, dass es schon bereit ist zum Fäden ziehen. Das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Ja, ja. Wie ist es denn von der Belastung? Sie gehen immer noch mit der Krücke, habe ich gesehen. Genau, äh, ich habe das jetzt einfach mal so lange gemacht, wie ich es, also, äh, ja. Also es klappt schon mit dem Belasten, aber sagen wir mal so, ich könnte jetzt nicht einen Marathon holen. Okay. Ähm, wie gesagt, ich mache jetzt gerade einmal den Verband ab, schaue einmal, wie es aussieht, mache das Ganze einmal schön sauber. Das sollte mittlerweile auch nicht mehr wirklich brennen, weil da einfach schon Verkrustungen und so weiter drüber sind, auch von der Naht. Ja, ja. Ähm, das kann nur dann beim Fäden ziehen ein kleines bisschen zieht, aber ich gucke erst mal nur. Ach ja, das ist nichts im Vergleich zu den Schmerzen, den ich da hatte, als da reingeschossen wurde, alles gut. Das, das glaube ich, ja. Hauptsache, ich kriege keine Obo-Beine. Nee, da ist eigentlich, äh, nicht von auszugehen. Ich meine, Sie können das Bein ja belassen. Ja, ja. Was, Sie? Was wollten Sie sagen? Äh, ich würde sagen, obwohl es natürlich auch Vorteile hätte, wenn man ein, äh, so ein bionisches Bein einfach hätte. Man könnte vielleicht höher springen, auch so über, über hohe Mauern dann, wenn man jemandem hinterherrässt. Und auf einem Bein hüpfen werden sie immer gewinnen. Das stimmt, da habe ich so, aber, ja, okay, jetzt deine Akku geht dann mehr oder so, ne? Das ist natürlich schwierig. Nee, das muss dann hydraulisch gemacht werden, oder? Ja, ja. Okay. Äh, das sieht so weit aber ganz gut aus. Den Fuß können Sie auch ganz normal spüren. Da war kein Problem mit. Ja, den kann ich spüren, das ist alles gut. Sehr gut. Nee, dann spricht es nicht dagegen, dass Sie ein, äh, perfektes Bein aus Stahl und Metall bekommen. Ja, ich müsste sowieso, ähm, ich habe noch so Schrauben in, ähm, in meinem Schienbein, ähm, weil ich es gebrochen hatte. Da sollte ich zu meinem Deal, aber ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Das war so, im September sollte ich da noch was machen. Ähm. Ähm, da hieß es aber, wenn es bis jetzt keine Probleme bereitet, dann muss ich das nicht. Deswegen, da wollte ich vielleicht, da wollte ich auch nochmal nachhören. Das ist genauso, wie Sie das noch, äh, richtig rezitiert haben. Ah. Wenn da keine Probleme bestehen, dann gibt es da keinen Handlungsbedarf. Mhm. Die können wir allerdings natürlich entfernen. Ähm. Und dann müsste ich da operiert werden, oder? Dann gibt es eine Operation, ja. Okay. Wenn Sie die aber, wie gesagt, nicht stören, dann muss man das nicht unbedingt machen. Okay, ich glaube, ich, äh, ich glaube, ich würde die entfernen lassen, aber dann erst, wenn, äh, ich sage mal, mein Lieber ein bisschen ruhiger ist, weil ein wenig dokument. Mhm. Okay. Äh, ja, ist kein Problem. Okay. Ich kann gerne nochmal in die Liste reingucken, ob, äh, sie da gerade noch irgendwie akut wegen Anrufen oder sowas drin stünden. Mhm. Ich fange jetzt auch an zu ziehen, also nicht erschrecken. Ja. Ja. Ähm. Andernfalls melden Sie sich sonst einfach, sobald Sie da bereit wirst sind, quasi. Okay. Ja, ich müsste, äh, noch jemanden, äh, meine Notwarte-Kontaktliste streichen. Das mache ich gleich vor. Das würde ich dann gleich noch machen. Okay. Können wir auch jetzt gleich noch machen. Das ist, das ist super. Ja, klar. Hm. So. Gleich geschafft. War doch schon ein bisschen ekelhaft, oder? Ach, es geht. Ich glaube, ich habe in meiner Zeit schon viel schlimmere Sachen gesehen. Was war denn so das Schlimmste, was Sie jemals gesehen haben? Boah. Also, ich glaube, die schlimmsten Fälle, die ich je hatte, sind alle nicht mit einem Fortleben des Patienten geendet. Okay, das tut mir leid. Äh, alles gut. Ich dachte jetzt einfach so riesen Eiterpickel oder sowas. Na ja, gut, als Dermatologin kann ich damit einigermaßen umgehen. Oh Gott, das könnte ich nicht. Gut, wenn man sich halt so im Hinterkopf bellt, dass es alles irgendwie natürliche Prozesse und Reaktionen in irgendeiner Form des Körpers sind, dann geht das eigentlich alles. Macht das dann wirklich einen Unterschied, wenn sie, wenn sie eher diese, ja, äh, medizinische Seite sehen, dass sie sich dann davor auch nicht hekeln? Ja. Oh. Okay. Das ist interessant. Ah! Keine Ahnung, wie oft das passiert, wenn wir in der M.U. sitzen, also im Rettungswagen quasi, und irgendjemand übergibt sich, der kriegt man auch mal was ab und so weiter. Aber wenn man sich da nicht irgendwie professionell von distanzieren kann, dann wird es schnell schlecht. So, du Scheiße. Oh, super, danke. Ich desinfiziere das jetzt gerade nochmal und verbinde ihnen das nochmal leicht. Ja. Verband können sie allerdings dann selber wieder morgen abnehmen. Ah, okay. Man kann das in Ruhe noch ein bisschen, äh, sich entspannen und verheilen, vor allem die jetzt leeren Stiche quasi von der, von der Naht. Muss ich da noch irgendwie, weiß ich nicht, so was, wie eine Creme noch drauf machen? Nicht unbedingt, ja. Einfach in Ruhe lassen, das verheilt dann, als hätten sie sich ein bisschen gekratzt oder so. Okay. Okay. So. Ich würde ihnen die Krücke trotzdem noch lassen. Wenn sie die verwenden wollen, können sie das nach wie vor natürlich gerne machen. Wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen das nicht mehr, dann, ähm, so. Dann können sie sie natürlich auch wieder weglassen. Ich glaube, ich würde sie heute auch noch nehmen und dann, äh, vielleicht ab morgen mal ohne Versuchen. Na klar. Machen sie das so, wie es für sie angenehm ist, ja. Okay. Und dann dürfen sie die Hose wieder anziehen oder brauche ich trotzdem nochmal kurz Ausweis und Versichertenkarte. Ja. Einmal meinen Ausweis. Okay, aber Moment dann. Und einmal die Versichertenkarte. Und schon mal den Ausweis zurück. Danke. Und die Versichertenkarte zurück. Bitteschön. Dankeschön. Perfektor. Dann vorsichtig einmal runterklettern. Ui. Okay. So. Ist okay? Ja, du ist okay. Gut. Dann gehen wir zurück nach vorne. Ich bin gespannt, ob da nicht mehr so schlimm jetzt. Gut, klar. Das kann natürlich jetzt sein, wenn die Fäden da raus sind. Sie hatten die jetzt auch ein paar Tage länger drin, als normalerweise der Fall ist. Ja. Ja, ich bin. Haben sich aber tapfer geschlagen. Normalerweise tut das beim Ziehen ein bisschen mehr weh dann. Ja, mittlerweile. Kennen Sie das Prozedere? Ja, ja. Ich bin auch eigentlich hier sehr schmerzresistent. Das ist gut. Okay. Gut. Genau, den Notfallkontakt nicht genug. Ach, genau. Das haben wir da vergessen. Ja, wir gehen gerade einmal rum. Ja, ich mache noch kurz Notfallkontakt mit ihr. Alles klar. Also, okay. Wir gehen gerade einmal rüber, dann kann die Kollegin da im anderen PC drüben schön arbeiten. So, dann einen Moment. Dann mache ich gerade ihre Akte auf. Ich habe jetzt gerade ihren Ausweis gesehen. So, okay. Sie haben da definitiv ein paar Leute drin. Genau. Falls da ein Evan Anderson draufsteht. Ja, da steht da tatsächlich als unterster Punkt drauf. Okay, der müsste raus. So sei es. Soll ich Ihnen trotzdem nochmal durchgeben, wer alles drinsteht? Ob Sie vielleicht auch noch jemand anderen rausholen möchten? Wir haben Larry Skinner. War mal go. Theodora Ivanov. Edith oder Edith. Boris. 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 Kann raus. Ich habe schon sehr lange nichts mehr von mir gehört. Okay. Barbara Balm. Mhm. Max Queen. Mhm. Walter Weiss. Und David Eroy. Ich bin mir sicher, ob das ein L oder ein Edith ist. David Leroy. Ja, ich sage auch immer Leroy. Also es ist ein L. War es ein kleines L? Das sieht aus wie ein I. Okay. Von dem habe ich auch länger nichts gehört. Aber lass ich mal... Noch drin. Okay. Lass ich drin. Okay. Gut. Dann entferne ich wahrscheinlich auch die Entbindung der ärztlichen Zweigepflicht von besagten zwei Personen. Äh, ja. Die ist auch nicht aktuell, sehe ich gerade. Also in der ärztlichen Zweigepflicht steht noch ein Brian Gamble drin. Oh ne, ganz raus. Weil technisch gesehen, dann dürfen wir dem zwar nicht zu ihnen lassen, aber wir dürften ihm sagen, was los ist. Deswegen, mal gucken, dass es stimmt. So. Achso, nee, nee, der kann... Also das, der, äh... Mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Dann gucken wir das aber gerade nochmal durch. Max Queen, Barbara Balm. Walter Weiss und David. Leroy hatten sie gesagt? Okay. Genau, Leroy, ja. Leroy. Ich habe die Bestelle vom Geld, dass ich dabei bin. Dann stimmt das. Okay, super, dankeschön. Dann weiß ich auf jeden Fall gerade, dass eine Person nicht gelogen hat. Wow. Okay, dann... Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wundern Sie nicht, wenn ich nach vorne ein bisschen stehe. Ich fahre nur auf mein Taxi. Naja, klar, alles gut. Okay, dann passen Sie auf sich auf. Sie auch auf sich. Mach ich. Tschüss. Adios. Hallo. Okay. Herr Tenuta. Ja, hoffentlich. Ich denke aber, dass früher oder später auch solche Leute ihre gerechte Strafe bekommen. Ja, hoffen wir. In Arians Arm. Nein. Ich will nicht wissen, was sie erlebt hatten. Vor der Tür war es schon schlimm genug. Es tut mir auch leid, dass sie sowas durchmachen mussten, Herr Kukum. Und ich hatten versucht, den Herrn Weiß das auszureden mit dem Tausch. Ja, er weiß, dass ich seit drei Jahren und ich denke, er weiß, dass ich relativ empathisch bin. Aber egal, was ich versuchte, ich traue zueinander von denen durch. Ich traue. Cachete. Popo, Popo. Warum bin ich gerade selber so laut? Hört ihr die Musik? Also so ein bisschen dudeln. Jetzt gerade ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber hört ihr die? Oh Mann, ich hätte das Herzklopfen da vorne spielen sollen bei den anderen Typen. Aber leider habe ich es verbale. Ja? Hä? Okay, dann ist heute für... Warte mal. Okay, mein... Für mich ist heute alles... Majakuya, wie konntest du nur, Ariane, dieses Trauma antun? Alter, schäm dich, ey. Einfach gestorben. Finde ich gar nicht so laut. Okay, aber ich habe mich heute voll laut irgendwie auf dem Ohr. Aber den Spiele-Sachen... Also hier, die ganzen Spiele-Sachen sind bei mir sehr, sehr leise schon wieder. Warum? Warte mal ganz kurz, ja? Eine Sekunde. Lass mir mal kurz ein paar Sachen machen. Mit the Sound. Was sind hier? Oh, okay, warte mal. Oh, okay. Ja, hat sich erledigt. Gut. Moment. Moment, ihr Lieben. Moment. So. Jetzt hört... Also ihr hört mich jetzt... Also für euch hat sich nichts getan, ne? Bei mir war es tatsächlich... Ähm, ja. Ich muss doch ein Mischbus was machen. Es tut mir so leid. Ja, die Leute haben ganz viele Fragen deswegen. Vielleicht kannst du mal im Chat beantworten. Ja. Ich hatte mich sogar angeboten, aber er sagte, dass ich nicht geeignet wäre, da ich nicht weinerlich rüberkomme. Äh. Was? Zu so Leuten können sie nicht durchdringen. Was? Das hat der weiße Marianne gesagt. Tinuta, droppt das einfach. Ich wäre da nicht... Warte mal. Er sagte, dass ich nicht geeignet wäre, da ich nicht weinerlich rüberkomme. Alter, ey. Zu so Leuten können sie nicht durchdringen, aber ich bin sicher, sie haben ihr Bestes versucht und alles getan, was ihre Macht stand. Ich bin nur froh, dass es im Vergleich zu den Waffen nicht noch mehr Opfer gab. Boah, Alter. Okay. Wie auch immer weiß das, meinte irgendwas wird er sich gedacht haben. Hoffentlich. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Die sind wahnsinnig. Total wahnsinnig. Und ja, da bin ich auch hoch. Wobei ein Halsschuss super gefährlich ist. Hat er einen Sterbeantrag gestellt? Also Luna sollte sterben. Oh, oh, oh. Ist denn hier vom Pedia eigentlich da, weil die ganze Dinge uns da steht? Ja. Sag mal, Emma. Was ist los? Immer, immer. Jo. Warte. Hallo. Hallo. Hallo, Emma. Ich bräuchte, wie Ariane hier. Ich bräuchte nochmal eine Abruhnung vom... MD. Alles klar. Ich hole dich vorher noch ab. Okay. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Was? Ah, Sora hat die Erlaubnis gegeben und wir können uns gleich... Äh, Sora... Sora... Äh, spontane Schnelligkeits-Fanfiction anhören. War echt mega, dass man auf die Art gestorben ist. Ein cooleres Ende hätte ich mir nicht wünschen können. Boah, das war wirklich sehr, sehr nice. So, aber habt ihr gemerkt, da sitzt schon so jetzt gerade so, äh, ja, hört sich wieder an wie Motorradbla. Ariane darf übrigens paranoid sein, ne? Ich weiß, dass ja oft gesagt wurde... Scheiße. Ich weiß, dass ja oft gesagt wurde... Das oft gesagt wurde, so... Wir wissen, sowas ist da vorne nochmal lang. Ähm, das oft gesagt wurde, ja... Äh, jetzt sagen wir nicht alle paranoid wegen Hubschrauber und wegen, äh, ja, hier, äh, äh, schwarze Motorrinne, aber Ariane darf ich jetzt sagen... Ja, gehen wir ein wenig rum, ey. Fanfiction. Boah, es ist so lustig. Also hier ist, weiß ich nicht, irgendwie sind alle durchgedreht, weil Ariane ist, äh, hat Blumen niedergelegt an der, an der Bank. Und vorher haben wir jemanden gesehen, da dachte sie, das wäre ein Kollege und sie kann sich einfach nur nicht dran erinnern. Ja, hallo, Herr Chase. Sie sind ja erreichbar, das ist wunderschön. Ja. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Ich weiß, Sie sind wahrscheinlich noch nicht dienstfähig. Könnten Sie trotzdem eine Sache nochmal überprüfen? Ja, ich, ich kann gleich, äh, vorbei. Ich kann überprüfen hierher. Nee, alles gut. Ich bin heute selber nicht im Dienst. Ich wollte nur einmal die Sache angesprochen haben. Und zwar, ähm, haben Sie nochmal in den Notfallkontakten nachgeschaut, ob er in das wirklich noch drin steht? Ja, tatsächlich gerade gemacht, er stand tatsächlich drin. Das heißt, er hat da wohl die Wahrheit getroffen. Er stand tatsächlich drin. Genau. Okay. Äh, haben Sie den jetzt rausnehmen lassen oder steht er heute drin? Ja, hab ich rausnehmen lassen. Ja. Ja, ist ja auch Ihr Ding, aber nur, ähm, das ist das nächste Mal Wissen. Den will ich doch absolut nicht drin haben, aber ja, das kann mich ja überraschen, tatsächlich. Ja, okay. Ja. Ja, dann gebe ich den Kollegen mal die Info weiter, dann können wir das schon mal abhaken. Äh, und... Ich schließe auch wieder ab. Warte, ich telefoniere? Danke fürs Abschieden. Okay, Herr Chase, Entschuldigung, ich sitze gerade im Taxi. Ja, alles gut. Das war's auch schon. Dann weiterhin gute Messerung und wir sehen uns bestimmt in Italien. Okay, dann bis Italien, Herr Chase. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, sorry. Abgeschlossen? Alles cool. Abgeschlossen. Okay. Wo möchtest du hin? Äh, ich weiß es. Ganz kurz zum Suburbanalter. Ich würde mir dann nämlich eine zweite Jogginhose holen. Die stinkt schon ein bisschen. Das kriegen wir hin. Okay. Ich wollte gerade, also ich kann im Moment keine enge Hosen tragen. Oh, und was sagen denn die Docs mit deinem Bein was, oder? Was war das? Klar, Krücken, Bein macht Sinn. Äh, eine Schutzverletzung. Autsch. Ja. Das ist echt übel. Das hat Tatsache, ich hab mich immer gefragt, ob das irgendwann mal passieren wird. Und jetzt weiß ich, das tut tatsächlich sehr, sehr weh. Das ist etwas, was ich auf gar keinen Fall mal machen möchte. Ich bin immer so der Fan von alles mal ausprobieren, alles machen, alles probieren. Aber das hat sich nicht nachher. Ja. Kann das PD eigentlich auf dich zu noch, wegen einer Aussage? Äh, nein. Warum? Nein? Ah, ah. Okay, äh, dann, ich muss dich was fragen. Aha. Erinnerst du dich noch an den Typen, der dieses krasse, äh, am Lunamarket, dieses krasse Fahrmaneuver da gemacht hat, der hinter uns, äh, so eingeschert ist? Ah, das Arschlauch, ja, den hab ich ein Arschlauch-Ticket ausgestellt. Warum? Ah, jetzt bin ich zu hochgefasst. Äh, wenn du ihn irgendwann nochmal siehst, äh, das fahrheitlich ganz neutral und wärt einfach, äh, also das ist, glaub ich, jemand, den man nicht provozieren sollte, der ist ein bisschen bescheuert. Ja, das haben wir uns auch schon irgendwie so dann hinterher gedacht, irgendwie. Irgendwas ganz, ganz, gar nicht koscher mit dem. Er, erinnerst, hat er eben was gesagt, was dich stutzig gemacht hat? Und erinnerst du dich noch, äh, an das Aussehen? Erinnerst du dich an seine Tattoos? Hat er jetzt zum Beispiel an beiden Armen Tattoos und nur an einem? Ah, das weiß ich so genau gar nicht. Also er hat auf jeden Fall Tattoos an den Armen, aber wo genau? Keine Ahnung. Aber so kurze schwarze Haare und schwarze Klamotten, so T-Shirt, ein bisschen leger. Ja, ja. Und? Aber sonst? Was, was hat er, was hat er denn genau zu euch gesagt? Also, wie lief das Gespräch ab? Erstmal fand ich das komisch, dass er über die Straße gerannt ist und so hinter Charlie erst her und dann rannte er wieder zurück sofort als... Er rannte hinter Charlie her? Ja, so Charlie ist ja in den Laden rein und er hat ja dieses komische Manöwe gemacht, ich hab Arschloch hinterher geschrien und er rannte dann über die Straße in den Laden rein und ist sofort wieder umgedreht. Und ich dachte, er geht da irgendwie was einkaufen oder so, weil der ist sofort wieder umgedreht danach, als, naja. Ist er dann zu dir umgedreht und hat er mit dir geredet? Ja, da stand ich an seinem Auto, wollte ihm eigentlich ein Arschloch-Ticket so an die Scheibe kleben und er meinte so, hey, was machen Sie da so? Und ich so, ich stell dir ein Ticket aus, warte kurz. Und dann meinte ich so, hey, also ich kann ihm das auch geben, dann hab ich ihm das in die Hand gedrückt und er meinte dann so, das hättest du mir auch sagen können. Ich so, ich hab gar nicht einen Arschloch hinter dir hergerufen, du bist ein Arschloch, das hab ich gesagt. Ich hab ihn einen Arschloch genannt und ich steh dazu. Gut, und was hat er daraufhin gesagt? Hat er irgendwie getroffen? Nein, dann kam Charlie dazu und dann hat er noch irgendwie gemeint, so von wegen, ich würde in die Klapse gehören. Der gehört in die Klapse. Oh mein Gott. Sag mal, tu mir einen Gefallen, ja? Wenn du den irgendwann irgendwo sehen wirst, also wenn du den irgendwann in der Nähe von Alice Taxi siehst und, oder überhaupt irgendwo, das muss auf, überhaupt, entschuldige, bin ich relativ müde, dann ruf mich an und sag mir Bescheid, ja? Okay. Okay. Hat er dir was getan? Äh, nee, nicht wirklich. Okay. Ist nur so ein crazy guy einfach, keine Ahnung, will ich irgendwas von mir? Oh, wow. Keine Ahnung, mieser Typ. Ich mein, guter Fasti, so Respekt, dachte ich am Anfang, aber gleichzeitig, er hätte fast Charlie umgebrettet, also. Ja, das stimmt, er hat nicht mehr viel gefehlt dann, ne? Aha. Deswegen hab ich ihn ja angeschrien, sonst hätte ich gesagt, cooler Move, aber so, nein. Ja. Äh, kannst du ganz kurz hier warten, ich beeile mich und bin sofort wieder da? Äh, ja, klar. Okay, bis gleich. Beeile mich. Mach klar. Ja, ich will mit Ariane auch nicht die anderen Charaktere neugierig machen, aber ich find schon, ich find eigentlich, die sollten auch befragt werden, so, ne? Hallo. Ich find, die sollten eigentlich befragt werden, weil, die, ach, I don't know, I know, weil, ähm, ja, die hätten ihn vielleicht sogar noch genauer beschreiben können, weil Ariane so, äh, hier, die, die Traumasache und sowas alles, ne? Das kann man, jetzt hol ich mir einfach mal ein paar von diesen Hosen, so. Mal gucken, ich will natürlich, na, die haben wir ja, in weiß würde ich die noch mitnehmen. Oh, okay, in der Farbe, oh, das sieht ja sehr nice aus. Petrolfarben, okay. Rot, weiß, weiß. Die Petrolfarben nehme ich noch mit. So. Ich hasse alles. Okay, die Petrolfarben nehme ich noch nicht mit, aber die weiße. So. Ach, Alter, wie müde kann man sein. Aber sag mir bitte, wenn ich wieder übersteuere, ne? Mit der Stimme, äh, mit Ariane, wenn das ein bisschen greller wird. Pan hat das im Chat nicht mitbekommen, wie unser Herz gebrochen wurde. Was, wie war's, was hab ich, wie, euer Herz, was? So, dann bin ich schon wieder. Supercool. Ich muss Charlie noch ihren Bescheid geben, wir müssen niemand echt aufpassen. Wieso? Und, und wie geht's ihr überhaupt? Äh, mir geht's gut und ich glaub, Eddie hat ihn mittlerweile auch, sie hat ihn gefunden. Äh, keine Ahnung. Das schwarze Motorrad, das die hier vorhin rumgehört haben, das ist mir jetzt zweimal begegnet. Der ist neben mir hergefahren, der hat mich fast abgedrängt. Was, wann, wann, jetzt, gerade? Nein, nein, nicht jetzt. Ach, okay. Vorhin. Und dann gerade am Stadtpark kam der nochmal. Ich mein, ich hätte ihn fast umgebreitert. Der ist so voll dicht neben mir gefahren und wollte mich so voll abdrängen. Hä? Ja, und dann stand ich am Stadtpark und dann kam der Nachbar. Auf einmal stand der hinter mir und ist wieder weggefahren, weil die Cops da lang gefahren sind, schätze ich. Und deswegen wollte ich den anderen auch noch sagen, Ava weiß es schon. Ja, aufpassen mit fahren. Echt verrückt, was im Moment in der Stadt los ist. Ja. Aha. Wo magst du denn hin? Äh, zum... Ich könnte eigentlich jetzt auch schon wieder Autofahren, aber eigentlich auch nicht. Ich, zum, zum, äh, Lamesa-Pidi. Zum Lamesa-Pidi. Ja. Was? Oh, mein Gott. Was? Das ist ja auch irgendwie, die habe ich mittlerweile ausgedrückt. Okay, wenn Ariane sein kann. Ich hab die ein, obwohl ich das besser so kenne. Hm, wie, 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 so heißt Emma, ne? Mhm, genau. Emma, die Wundervolle. Und Emma mit Nachnamen? Wie war das? Blum. Blum, genau. Genau, eigentlich Emma Victoria Bloom. Oh Gott. Entschuldigung, ich, ich krieg nur gerade Paras jetzt. Ich, äh, krieg gerade Paras von Motorrädern und, und sämtlichen Sachen einfach. Und, und einer bestimmten Farbe. Und, und alles irgendwie. Auf welche Farbe achten wir? Dann bretter ich den um. Nee, nee, lass mal, lass mal. Okay. Bitter ist das. Ja. Ja, ich mach das eh nicht gerne. Ja, Chad hat sich leider, äh, in den Charakter verliebt, ne? Und, äh, wir sind Ariane jetzt in der Crime-Seite. Sieh, wie wir die Durchbrenner von einem Mörder ist. Wie nice ist das denn jetzt? Sag mir bitte aber, dass der auch deinen Charakter erschossen hat. Ja, ich glaub, Eddie und Charlie haben sich wieder eingekriegt. Das wär so geil. Bitte? Na, na, mit Charlie und, und, und Eddie. Ich glaub, die haben sich wieder eingekriegt. Ist aber Eddies Schwester wirklich gestorben? Keine Ahnung, ich kenn ihn nicht. Er kam so zum Stadtpark, meinte seine Schwester wäre gestorben. Nachdem er geweint, dann musste ich auch weinen. Dann war Charlie wütend und ist weggefahren. Das war echt verletzend. Ich kann das nicht, wenn andere Menschen weinen. Dann muss ich so auch voll weinen. Wirst du empathisch? Schätze schon, zumindest wenn Menschen weinen. Das ist immer noch eine gute Eigenschaft. Behalt dir. Wow, du bist echt paranoid. Gar nicht. Behalt dir das bei, wollte ich nur sagen. Okay. Warte, ich... Was so? Wehe, du gibst mir jetzt Geld. Wehe, du gibst mir jetzt Geld. Ich will kein... Nein. Tschüss. Dankeschön. Mariana. Danke dir. Pass auf dich auf. Ja, mach ich. Wie geil ist das, der Mayakuya? Voll nice. Was ist mit Sora? Ja, Sora, die Fanfiction müssen wir gleich noch, ne? Und danach kämen wir wieder zum Ernst des Lebens hier zurück. Ich muss sowieso noch mal kurz auf Toilette gleich. Sora, hast du dir das auch noch mal angehört? Ist das wirklich hörbereit für im Stream? Ich warte. Dienstrisiko und so. Hallöchen, Frau Barnes. Hallöchen. Hallöchen. Frau Barnes, wie geht's Ihnen? Ja, besser. Ich brauche die Krücke auch eigentlich nicht mehr. Die habe ich jetzt nur einfach nur mal zur absoluten Sicherheit verbracht zum Fäden ziehen. Okay. Oh. Ja. Ich glaube, ich lasse die gleich auch hier irgendwo liegen. und wollte wieder gucken, was denn so abgeht und so. Und dann ganz dringend auf Toilette erst mal. Ja, okay. Dann mach sie ruhig. Komm sie erst mal an. Ja. Genau. Gut, Fluss. Ja, danke. Geil ist, wenn ich heute irgendwas verfallen für die, ne? Ist, äh, weil Ariane ist, äh, krank. Die Set-Arme. So. Warte mal. So. So. So, warte mal, wenn ich so gucke. Ich hab grad eine SMS an Sie gesiegt. Was? Was war das jetzt? Ja, das ist jetzt alles möglich. So, ist es die 1,33? Ich weiß nicht, ob, dass der Gang-Union schon bekannt ist, aber eine Senorita Catalina in Lisa Rivera ist wohl die Schwester von Senior, äh, So. So, ich brauch nochmal ganz kurz dein Ding. Was ist das? Ah, ich habe nur... Letzte, zweite, dritte, letzte. Und keine so... Ach, die erste. Nee, das, die du ganz am Anfang geschickt hast. Oh Gott. Ich bin jetzt verwirrt. Die 1,21. Warte mal. Alles klar. Na ja, mein Gott, ist noch eine verbotene Liebe. Ja, ich fühl's. Ah, Herr Thesios. Thesios, ja. Ich weiß nicht, ich... Ich hab diese Gefühle in mir. Und ich weiß nicht, wohin mit ihm. Ich kann sie nicht leben. Ich... Ich kann nicht. Ihr lebt in zwei verschiedenen Welten. Ariane. Oh. Ariane. Komm auf meine Seite. Ich kann nicht. Ich liebe dich. Aber... Das mit uns, das muss man nicht sein. Dann grüßen sie sich dramatisch im Mondschein. Um sie herum gehen die Atombomben hoch oder so. Ich weiß es noch auch nicht. Und er sagt... Baby Girl. Irgendwann... Irgendwann hole ich dich da raus. Und dann fliegt er weg. Und es kommt zu euch ein Helikopter vorbei. Und der Helikopter hat so eine... So eine... So eine... So eine Tretleiter quasi. Ja. Dann weißt du, diese kleinen fliegenden Leitern. Wie nennt man das nochmal? Seilleitern. Genau. Er fliegt vorbei. Und während Ariane noch tief in die Augen guckt, mit der rechten Hand hebt er dies und greift die. In dem Moment, der einfach vorbeifliegt. Und dann fliegt er so weg auf dieser Tretleiter. Und Ariane kommt dir so hinterher und denkt... Oh Gott. Und ejakuliert direkt auf der Straße. Weil sie... Oh, Sora! Das habe ich vergessen, dass ich jetzt gesagt habe! Das ist also so ein privater Chat, okay? Das ist sowas verrückt. Was soll ich sagen? Ich bin nämlich da immer. Äh, ja. Nee, aber nochmal ganz kurz, ne? Das ist alles nur Dingens, ne? Natürlich, Ariane hasst den. Das ist ein fucking Mörder. Luna, also... Ja, okay. Luna ermordet. Luna ermorden lassen, ne? Also da macht euch da keine Hoffnung. Aber Chat darf natürlich simpen, wenn Mayakuya das erlaubt, natürlich, ne? Äh, aber trotzdem ist das einfach super lustig. Wie sie mir das geschickt hat. Das ist aber jetzt nur so... Hast du eine talentierte Frau? Ja, auf jeden Fall, ey. Boah, sehr schön, ey. Aber warum ist der dann so hot? Boah, Leute, was ist mit euch los, Alter, ey? So, weiter geht's jetzt. Entschuldigung auf YouTube. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, ey. So, ne? Guten Hunger. Dankeschön. Habe ich meine Sachen denn jetzt überhaupt hier? Ich habe keinen Gürtel und keinen Funkgericht. Oh. Nun, das ist natürlich jetzt schwierig. Ähm, muss ich mir auch besorgen. Mit Mayer weiß ist doch nicht da. Oh, ich habe gar keine Hose. Oh, nun, muss ich das hier mal wieder anziehen. So. Gut. Moment, vielleicht ist es ja in dem Rucksack drin. Natürlich auch. Hm. Ich mache Ihnen mal Platz. Ich habe keine... Ist das Herr Gautier? Das ist, äh, Gautier. Okay, ich habe keine Hose, kein Gürtel und kein Funkgerät. Ich glaube, ich gehe mal kurz Bescheid. Ja. Okay, das wäre gut. Herr Gautier? Frau Barnes. Nicht erschrecken. Ist in Ordnung? Äh, ja. Ähm, 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 ich habe keine Hose und, äh, in meinem Spind und ich habe keine Gürtel und kein Funkgerät. Hatten Sie die Sachen nicht mit hergebracht? Ach so. Nee, ich weiß, wo die sind. Ähm, setzen Sie sich am besten mal ganz kurz da vorne oder hier auf den Stuhl irgendwo hin. Okay. Ich muss kurz auf den Assistant Schiff warten, weil ich komme da, glaube ich, nicht ran, wenn die da sind, wo ich glaube, wo das sie sind. Okay, super, Marie. Ich danke. Na, ciao. Ich habe keine Hose. Eine Pause, so extra. Nee, komm, Ariane, nochmal hier richtig. Wer extra den Kranken sitzt. Ich habe ja eine komplett neue Hotkey-Liste, deswegen. Ich habe jetzt immer eine Hotkey-Liste, wenn sie krank ist. Jetzt so echte Gautier. Gautier wird seit Freitag immer Sass sein. Oh, ich finde das so nice, dass er den Auftrag gegeben hat. Das war ja Kurias Charakter, dass du da stirbst. So, wie cool muss das gewesen sein, ey. Wie cool muss das bitte gewesen sein. Voll nice, ey. Also, wirklich. Ich muss dir tatsächlich sagen, das hört sich jetzt sehr, sehr komisch an, aber so ein Tod hast du auch mit dem Charakter verdient, weil, das hört sich doch mal so geilen Tod, sag ich mal, okay, das hört sich alles an, das hört sich alles fragwürdig an. Weil, das meinte der Dennis ja auch, es ist halt so krass, wie lange du dieses Knast-RP, also wie lange das Prison-RP halt gespielt hast. Das ist wirklich heftig und da auch immer eingeloggt und das ist schon sehr, sehr nice. Also, ich glaube, das Ejakulieren auf der Straße, der will passen und hat Ejakuliert. Ach ja. Ein würdiger Tod für eine Legende, wurde mir gesagt. Ah, auf jeden Fall, ey. Bin schon gespannt, wirklich, was für ein Charakter das jetzt wird. Das wissen die vielen ja gar nicht, aber ich habe Mayakuya live gesehen, ja. Wir haben uns auf der Konichi gesehen. Die Frau ist riesengroß, aber ich hatte auch hohe Schuhe an. Ich konnte fast mithalten. Wenn schon sterben, dann schön dramatisch. Boah, ja, das war schon sehr nice. Also, das ist auch was, woran Ariane, woran Garfield und auch ein weiter Weiß sich immer erinnern werden. Das blöd ist, bei mir hat man deinen Charakter nicht gesehen. Bei Dennis habe ich es gesehen und das ärgert mich so hart. Das ärgert mich so hart. Ich habe es dann irgendwann gehört, aber ich habe es visuell nicht gesehen. Wie geht's so? Ey, wieder wunderbar. Kannst du auch wieder ganz normal arbeiten? Ja, ganz normal nicht. Ich habe versucht, ein bisschen gerade so meine Angst, also nicht gerade, sondern vor allem meine Angst zu bewältigen. Ich bin jetzt nochmal durch den Spot gefahren, wo ich angeschossen wurde. Oh, richtig. Und die Konfrontation dann auch noch. Oh, ja, und? Ich hatte einfach sehr viel Gänsehaut, ja. Das glaube ich. Oh Mann, ey. Wie läuft denn die körperliche Heilung? Ist da alles, Tutti? Ich war heute bei der Nahrunguntersuchung und da ist alles in Ordnung. Okay. Ich habe die Fägen gezogen. Oh, ja, ich meine auch gerade. Ja, es gibt so viele Sachen, ich muss auch gleich unbedingt noch mit jemandem reden. Das wird wahrscheinlich dann ja Kuriam sein. Mir ist eine Sache noch eingefallen wegen meiner, wegen meinem Schuss. Also meiner Geschichte da und eine Sache lässt mir keine Ruhe. Wir hatten letztens so eine Garage gesucht und ich habe die halt immer noch, also wir haben die nicht gefunden und ich weiß immer noch nicht, wo die ist. Das ist für mich, weil es ist so ein bisschen wichtig, weißt du, weil die sind dann halt, als wir da abgehauen sind von der Bank da, direkt rein und ich will wissen, wo diese Garage ist, falls sowas nochmal passiert. Dass man weiß, dass sie sich da reinpflichten will, eventuell. Mhm, okay. Ja, dann einfach genau mit Namen oder sowas auf Streife gehen und dann kann man sich das hier anschauen. Ja, wir haben schon überall geguckt, wir haben es einfach nicht gefunden. Und langsam glaube ich mir auch irgendwie, dass ich, ich bin mir eigentlich sicher, ich bin mir eigentlich sicher, ich, das, das macht mich so wahnsinnig, weißt du, du weißt, wo dieser Ort ist, du weißt, wie alles aussah, so ungefähr. Du weißt sogar, dass es in der Nähe von der Maze Bank Arena zum Beispiel war und trotzdem haben wir es nicht gefunden. Ist das so wie Gleis 9 3 Viertel? Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Vielleicht existiert es nicht, weiß ich nicht, vielleicht war es eine aufblasbare Garage mit zwei Rolltoren und die haben sie am Ende heimlich abgeblasen wieder und in den Koffer gepackt und sind weggegangen. Ja, mit dem Fahrzeug drin oder so. Mit dem Fahrzeug drin, ja, das wurde dann so klein wie bei diesen, ähm, die fantastische Tierwelten da, so klein wurde. Ja, ja schön. Ja, das macht mich echt wahnsinnig. Also, falls du irgendwann mal in der Nähe von der Maze Bank Area Arena so ein bisschen unterhalb davon eine Garage siehst, die aber einzeln steht, wo nichts dran ist, sondern total einzeln und verloren, dann, äh, ruf mich an. Mach ich. Ja. Guck mal, war Miss Barnes. Hallo. Ähm, mir wurde mitgeteilt, Ihnen fehlt dieses Equipment. Genau, ich glaube nicht, dass ich ohne Hose auf Streife gehen sollte. Könnte ein bisschen schwierig werden, ja. Ja, das stimmt. Äh, Ihr Gürtel fehlt Ihnen auch, wurde mir gesagt, so wie Ihr das Funkgerät. Genau, genau, die drei Sachen. Okay. Oh, bitte sehr. Oh, okay, ähm, ja, ja, die Gunde. Oh, meine Güte. Bitte sehr. Ah, danke schön. Wie geht das Ihnen soweit? Also, ich bin gerade zum Fehlen ziehen. Ich brauche die Krücke eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Wir lassen nur ein paar Sachen keine Ruhe gerade. Also, viele Sachen lassen mir keine Ruhe. Okay. Ich habe letztens, äh, haben wir diese Garage gesucht. Wir hatten, Herr Kuriam, das war keine Garage, wo irgendwas Besonderes drin ist. Aber das ist, das ist was gewesen, wo wir als erstes reingefahren sind, um uns zu verstecken, falls wir verfolgt werden. Und ich denke, wenn die irgendwann nochmal hier irgendwie durch die Stadt rasen und so, denke ich, dass die eventuell diese Garage wieder nutzen können, um unterzukommen erst mal. Mhm. Und ich will die immer noch finden. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Das Ganze, glaube ich, mir selber nicht mehr, was ich gesehen habe. Aber eine Sache ist mir noch eingefallen und, äh, die würde ich gerne heute abfahren mit, äh, wem auch immer. Das, äh, lässt sich einrichten, tatsächlich. Okay, das war nämlich, ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Äh, es war eine ziemlich große Garage mit, äh, sehr vielen, äh, ja, ich sag mal, sehr vielen teureren Autos. Zumindest sah es so aus, als wären die alle etwas höherpreisiger. Äh, die war irgendwo am Hafen. Hm, sie meint, war nicht den Ort, wo wir sie gefunden haben, oder? Nee, aber es kann sein, dass es keine Nähe war. Da sind die nämlich zuerst reingefahren und meint, oh, das ist die falsche Garage. Hier müssen wir gar nicht rein. Und dann sind wir erst in die andere große gefahren, in diese Halle. Ich verstehe. Also haben wir da tendenziell noch irgendwo was, was wir noch nicht gefunden haben. Okay. Das ist, äh, gut zu wissen. Und ist sehr kritisch im Moment. Okay. Trotzdem würde mich interessieren, wo diese scheiß kleine Garage ist. So, wir haben ja alles abgesucht. Ich, ich hab auch ganz viele Anhaltspunkte in meinem Kopf, aber es hat einfach nicht funktioniert. Aber ich schwöre, ich hab die Garage gesehen, oder? Ich werd wirklich völlig wahnsinnig. Nein, nein, ich glaub nicht, dass sie wahnsinnig werden. Das ist die Sache, es versuchen sie das Ganze nicht so zu zerdenken. Manchmal ist, wenn man einfach nur da langfährt und nicht aktiv suchen, fährt es einen plötzlich auch rein. Ja, wahrscheinlich. Gerade durch die Situation, in der sie sich befunden haben, kann es halt sein, dass sie ihr Unterbewusstsein das so ein bisschen verdrängt hat. Oder ihr Kopf generell ist, verdrängt hat. Und es ist dann mit der Zeit, dass es wieder ihnen einfällt. Ja, das kann sein. Um sie halt ein bisschen zu schützen. Das kann sein. Aber die andere Garage, da, diese, mit den, mit den bunten Autos, da kann man vielleicht nur mal schauen. Definitiv. Wie gesagt, sollte umsetzbar sein. Okay, dann würde ich mich mal umziehen gehen. Machen Sie das. Und das. So. Ich glaub mittlerweile, die gibt es gar nicht in der Garage. Ich hab mir einfach so ein Gebet. Oder sie? Hey, schau mal ein bisschen auf hier. Dankeschön. Genau. Ich glaub, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht bin ich einfach nur echt sick im Kopf grad. Ich glaub, entweder gibt es die einfach gar nicht. Ich hab keine Schuhe. Ariane geht jetzt auch ohne Schuhe raus und sagt, ich hab übrigens keine Schuhe. Boah, nee, ich bin eigentlich heute gar nicht ready für das Hemd. Nein, wir haben die Arme und ich will doch das normale Hemd. Hemd. Langarm. Schuhe. Gut. Wo bin ich denn so verpeilt? Oh, ich hab keine Position. Und die Marke? Oh, das ist alles ganz furchtbar. Oh, und die Taschnampe von Charlie. Oh, da schulden wir auf jeden Fall noch eine. Wäre ich die nicht? Ja, wir haben die schon abgegeben. Ich glaub, wir haben die nicht. Ich steppeln kann die trotzdem, ne? Ja. Ich hab keine Schuhe. Kein langen. Ah, mein Hemd, meine, äh, ich hab auch noch zweimal Munition und meine Marke. Ja. Ja. Ich bin ehrlich, sie mir wurde nur gesagt, ihm wurden bestimmte Sachen abgenommen und nicht alles. Ja, ich hab's jetzt irgendwie, ich weiß nicht, beim Anziehen bemerkt. Wollen Sie sich nicht kurz Schuhe anziehen? Das sieht ein bisschen schräg grad aus. Ach so, meine eigenen? Ja, genau. Ich glaube, das sollte etwas angenehmer sein. Ja, der Boden ist ja schön warm hier drin. Ja, dafür das Gebäude eher kühl. Oh, wow, das hier kenne ich noch gar nicht. Haben Sie keine Rundführung bei uns bekommen? Nee. Oh, das ist, äh, nicht so gut. Immer noch nicht, dass der Piero, äh, Mini-PD oder was das da ist, hab ich auch noch nicht gesehen. Das Beach-Ding. Ja, genau. Das sieht tatsächlich ganz nett aus, aber die Funktionalität ist da eher etwas schwierig. Oh, okay. Ein langes Hemd war das. Genau, ein langes Hemd. Hm. Äh, Schuhe. Ja. Zweimal Munition. Hm. Und eine Marke. Eine Marke, okay. Haben Sie den Kampfpullover drin? Ja, den hab ich, äh, darf man den einfach so anziehen? Hier in der Metapie, wenn man möchte. Ich sag mal so, laut Dienstanweisung, witterungsbedingt. Das bedeutet, wenn es halt ein bisschen kälter ist, regnet oder so, können Sie den halt natürlich anziehen. Ja, ist ja bald so weit. Ja. Vielleicht haben wir ja wieder Schnee, wer weiß. Gut, ich wohne eben die Sachen. Okay. 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 P-D-Pullover Donnerstag heute, das sagt euch, ne? Wir werden es durchsetzen. Arianna will sie jetzt hocharbeiten, bis die von ihrem erfundenen Department schief ist. So ein Department-Erdloch oder so. Und dann immer auch P-D-Pullover Donnerstag. Department-Erdloch etwa. Ich kann nicht mehr. So, wann hat man den unbekannten Anruf? Ich habe das gut verstanden, aber ich habe auch beschlossen, dass ich die nicht gewinnen lasse und mich nicht unterkriegen lasse. Die schaffen das schon im Positiv-Denken. Ich versuche es. Ich versuche es. Naja. Okay, recht. Oh, Jan, ist da der Maulwurf im Erdloch. Hä, die ist schief. Die ist schief auf Erdloch. Hallo? Boah, Hilfe. Ein Kumpel ist bei der Polizei und die haben von welchen Pullis bekommen. Ja, nice, ey. Also, real life. War bestimmt auch ganz cool aus. Ich liebe sowieso Polizeioniform. Damals war er richtig grottenhässlich. Mit dem beige-Ocker-Grün. Und ich ziehe mir gerade mein BH aus dem Wind. Und jetzt haben die ja auch dieses dunkelblau und hellblau und so. Und das ist sehr, sehr nice. Auch die Polizeiwangen sind viel, viel besser aus. Ah. Ah. Yeah. Dann gehen wir einmal zu ihr und spinnst. Okay. Nicht wundern, dort ist die Munition drin. Ja, alles gut. Ich hatte einen unbekannten Anruf am 2.10. Okay. Entschuldigung, muss ich, wenn ich mal auch weitergeben will. Ja. Ich gebe einfach alles weiter, was jetzt irgendwie komisch wird. Genau. Machen Sie das am besten. Miss Nook ist ja die Ansprechpartnerin ermittlungstechnisch in dem Fall. Also, die ist ja die aktive Ermittlerin. Aber grundsätzlich können Sie natürlich solche Sachen noch bei uns melden. Unbekannter Anruf. Gab es noch andere Situationen, wo Sie das Gefühl hatten, Sie waren, ich sag mal, etwas in Gefahr eher? In Gefahr nicht, aber ich sehe irgendwo schwarze Autos. Ich sehe überall schwarze Autos, schwarze Motorräder und tätowierte Leute, haben Hals tätowiert. Und das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Sie sind also etwas eher verunsicherter durch die Ereignisse, die geschehen sind. Ja, ich bin extrem paranoid geworden. Ich will einfach nur sehr aufmerksam sein. Lassen Sie sich aktuell von Streife abholen und hier hinbringen? Oder fahren Sie selber hier hin? Nee, das habe ich jetzt mit dem Taxi noch gemacht. Und ich habe auch gesagt, die sollen es von innen abschließen, dass, falls irgendwas ist, das nicht keiner da raustun kann. Mhm. Ja. Sollten Sie, selbst wenn Sie mit dem Fahrzeug hier überfahren, haben Sie vorerst die temporäre Erlaubnis, hier auf unseren Gästeparkplatz zu parken. Oh. Dort gibt es einen hinteren Eingang am Kühlschrank vorbei. Kennen Sie den? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich zeige Ihnen den gleich einfach. Gut, das wäre super. Danke. Ich bin hier? Ja. Okay, ähm, ich gebe Ihnen einmal die Sachen rüber und versuche Ihnen dann noch einmal Ihre Munition zu geben. Ja. Warte, was ist das Zeitschluss hier so ein bisschen an den Koffer? Merkwürdig. Gut. Genau. So, zwei Magazine waren das, die Sie brauchten, ne? Genau. Das müsste auch in irgendeinem Wagen sein. Ich sollte die in irgendeinem Wagen, den Wagen von Davies, war das, glaube ich. Mhm. Da wurde soweit nichts gemeldet. Ähm, wenn Sie einmal die Schuhe angezogen haben, kommen Sie einmal kurz hier rüber, dann. Okay, okay. Mache ich einmal eine Kaufwaffe, siehe hier auf und dann können Sie die zwei Magazine rausnehmen. Ja. So. Okay, ich lege Ihnen einmal den Koffer hier eben hin. Dann können Sie das einmal rausnehmen. Okay. Äh, Wunder. Kein Stress. Gut. Okay. Alright. Okay. So, dann fehlt nur noch die Marke. Genau. Würden Sie mir den Koffer einmal wieder ein bisschen hier rüber rücken? Ähm. Ja, das ist natürlich, ähm, ja. Arrigate. Alright, die Marke muss sich im Büro drucken. Das geht leider nicht in der Kammer hinten. Also, ich bin ein bisschen vorbei, Leute. Alles gut. Genau, also einmal hier ist der Eingang tatsächlich, von dem ich gerade gesprochen hatte, also da, wo auch die Küchenzeile ist, ähm, und im Prinzip ist da, laufen Sie hier in die Richtung, die Treppe hoch, dann sehen Sie ja eigentlich den Eingang direkt. Kann ich mal kurz da durchgehen, um mir das anzuprobieren? Ihr müsst nicht fragen, Sie können das ruhig machen. Ja. Alles gut. Ach, der ist das. Genau, richtig. Gewürzt sind, dass Sie erkennen, würden Sie einpacken und dann direkt hier in die Garage halt reinpacken. Also, wir würden halt sagen VIP-Transport, Lamesa, Garage aufmachen, sobald wir halt da sind, damit wir ja keinen Stillstand haben. Okay, das ist gut zu wissen. Dann weiß ich Bescheid. Genau. Das ist halt generell halt eine ganz gute Sache. Wird leider nur nicht so oft genutzt. Okay, dann drücke ich eben, äh, die Dienstmarke. Okay. Geben Sie so lange, ob ich das war, da findet gerade noch ein Gespräch statt. Gut. Ja, mit seinem strengen Ton. Jetzt muss ich schon wieder pinkeln, weil ich die ganze Tomate-Dinge hier trinke. Ist das so, dass wenn man dem BH aussieht, die Gefahr besteht, dass die um den Tisch reiben? Frag ich jetzt schwul auf mein Wort. Nee, die Gefahr besteht bei mir nicht. Juhu. Nein. Ich kann sie auf den Tisch legen, aber da muss ich sie auch schon auf den Tisch legen. Das muss ich schon machen dann. Aber es ist einfach so ein unfassbar befreiendes Gefühl, wenn du da nicht so abgeschnürt wirst. Egal, wie locker ich den mache, und das war jetzt nur so ein Sport-BH. Es ist einfach wirklich ein schöneres Gefühl ohne, ey. Meine reiben dann immer an den Knien, wenn sie sich um den Hals wickeln, die Mia. Ja, das ist wahr. Aber so große Brüste mit den Rückenschmerzen etc. Ich habe keine riesen Atombrüste, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das so hart ziehen muss im Rücken dann immer, ey. Und du kannst ja auch nicht wirklich auf dem Bauch dann schlafen, ne? Oh doch, was ist da passiert? Positiv oder nasitiv? Oh Gott, ich kann heute kein Ding ins Tier machen, ne? Ich bin zu müde. Ich bin zu müde heute für ein P-Kacke. Und ich kann hier mit Ariane jetzt nicht einfach so rumlaufen, das geht ja gar nicht. Müssen wir jetzt durch, ne? Ja, Ariane ist auch die ganze Zeit müde, muss so sein. Dann nicht müde sein. Ich bin... Meine Brüste... Okay, Entschuldigung. Manchmal sitze ich dann, wenn ich alleine bin und weil der Erik ist halt neben mir, ne? Dann fasse ich mir halt an eine Brüste und ne, da kennt auch jede Frau. Dann spiele ich damit rum und singe irgendwie... Meine Brüste... Die kann man mal lieb kosen und sowas. Kennt doch jeder, ne? Jeder hat doch irgendein Lied für sich, oder? Jetzt sagt nicht, dass ihr das nicht habt, weil das ist dann nämlich eine Lüge. Definitiv. So. Eloi schreibt klar. Das finde ich super. Eloi, ja. Ähm, klar. Warte, Moment. Warte mal. Eloi, war dein klar sarkastisch? Ironisch? Ich, äh, deutsch. Beim Treppenlaufen auch immer. Beim Treppenlaufen, wenn ich runterlaufen, halte ich die auch immer fest, wenn ich kein BH'n habe. Das mache ich auch mal. Aber das tut weh, sonst... Nase tief kommt von Nase und Positiv kommt von Po, richtig. Ach, Herr Sett, ey. Was zur Hölle? Oh, es tut mir so leid, Leute. Oh, ich will keinen Kopf. Boah. Ist doch so still irgendwie alles. Natürlich ist alles still, aber, ne? Ich habe hier ein Gesicht genannt. Boah. Ich muss die Atmosphäre Musik anmachen. Bisschen Stimmung kommt auch. Das ist immer auch... Ich habe ja manchmal so komische... Was sagt Herr Erik immer? Das, was Hasen haben. So, Miss Manz. Ja. Und auch für Sie habe ich Ihre Dienstmarke frisch gestanzt. Oh, super. Ja, super. All right. Gut. Wenn Sie möchten, können wir theoretisch mit Ihnen nochmal rausfahren. Wenn Sie wollen. Ja. Das Thema angehen. Außer, mein Sergeant sagt mir jetzt, dass Ihnen eine andere Katastrophe jetzt kommt. Äh, nee, nicht ganz. Aber komm noch mal vorher ganz kurz zur Seite, bevor wir losfahren. Natürlich. Geht sofort los, Miss Manz. Hm. Was sagt er, Hasen? Äh, wie heißt... Ne, haben wir das Hasen oder Katzen? Entschuldigung. Die sich... Da gibt es so ein Wort, wenn die manchmal so durchdrehen. Der Erik sagt, ich hab... Wie heißt das denn nochmal? Oh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das hat ein spezielles Wort, wenn die manchmal fünf Minuten haben. Zoomies, ja. Der Erik sagt manchmal, ich hab meine Zoomies. Weil wenn wir da so sitzen irgendwie und dann einfach... Dui, dui. Und dann flippe ich irgendwie aus und springe durch die Gegend. Oder nehme ein Kissen und drücke es irgendwo hin. Keine Ahnung. Oder schmeiße mich auf ihn drauf. Das mache ich auch ganz oft. Und nehme meinen Kopf und vom Bauch an bis oben zu seinem Gesicht. Reib es sehr. Also ganz komische Sachen habe ich manchmal irgendwie. Die muss ich dann einfach machen. Oder ich nehme ihn irgendwie im Arm und mache so... Du bist so süß! Und sowas. Und dann geht er halt so ein Kuss. Einfach manchmal, wenn er auch so unschuldig da sitzt, muss ich das machen? Ich dreh durch. Können wir ja erstmal los. Okay, Frau Banz, kommen Sie mit. Ja. Geht das mit der Treppe oder sind wir vorne raus? Ich werde die Krücke mal hier lassen. Warum Fäden wurden heute gezogen? Eigentlich gezogen. Oh Gott, ich bin so müde. Ich leg die kurz da in, wie heißt das, Umkleideraum und dann mich sofort wieder da. Okay. Okay. Beee! So. All right Werde nie dazu gekommen, mein Motorrad zu lackieren. Ich bin eigentlich immer sehr wach und aufmerksam, heute ist nicht dieser Tag. Alles gut, wir sind momentan alle ein bisschen durch. Wo müssen wir hin? Also, ich glaube wir lassen das mal mit dieser kleinen Garage, das wird jetzt nur wieder ein Debakel. Es ist eine große Halle gewesen, ähnlich wie die Halle, aus der ich gekochen bin am Ende. Da standen mehrere Autos drin, so bunte Autos. Ich meine, eins wäre auch so schwarz-weiß-foliert gewesen und für mich sahen die teuer aus. Und ich weiß noch, dass die aus Versehen da reingefahren sind und ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas zu bedeuten hat, aber die Info natürlich trotzdem machen. Ja, wir gucken uns das trotzdem an. Also die Halle, wo wir sie gefunden haben, meinen sie aber nicht. Es kann sein, dass die da in der Nähe waren, aber auf der anderen Seite. Ich weiß noch, wir sind nämlich danach einmal nochmal eine kleine Runde gefahren. Okay. Und da, wo sie mich gefunden haben, sind auf der anderen Seite sind da auch noch Halleneingänge. Mh, auf der gleichen Insel, meinen sie? Ja. Da ist halt noch so ein größeres Gebäude, wo es halt Eingänge gibt, ja. Na scheiße, meine Hinnung, wir sind echt nicht, wir sind echt ein bisschen ausgeschöpft jetzt. Wie gesagt, wichtig ist, fressen sie sich nicht gleich, sondern wir können auch mal in ein paar Ständen und einfach mal stehen bleiben und sie lassen es einfach auf sich wirken. Wo die Umgebung und so. Ich hatte mit Herrn Larsen so eine Übung gemacht, die hat relativ gut funktioniert. Die habe ich dann alleine zuhause gemacht, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Okay, was war das für eine Übung? Ich sollte die Augen zumachen und dann hat er immer wieder auf mich eingeredet und gefragt, was ich sehe. Und dann... Hier vorne ging noch jetzt gar nicht... Es gibt mehrere... Ja, ich finde schon, ich will schon wieder die Teilengarage suchen. Ich müsste einmal kurz auf das Telefon gehen, sorry. Marsch, Marsch. Wer ist denn Mr. Scott? Ich erinnere mich auf die Ozean raus, ich weiß nicht. Aber ich werde mich jetzt noch später drauf melden. Kann der Gatter. Hat er ne. Überlegen. Ich habe gerade noch eine andere wichtige Info bekommen. Okay. Der Karas, den wir suchen, der wurde von dem Personenschützer getasert. Aber es wird entkommen. Ja. Das ist gut zu wissen. Ich glaube aber nicht, dass er entgehen wird. Nee, mir wurde auch geschrieben, was er gesagt haben soll. Er hat vorhin gesagt, ich muss jetzt ins Loch zum Medic gehen, das wird unangenehm. Ins Loch zum Medic. Mhm. Wieder so ein Hinz Richtung Ingang. Möglich. Oder so, ne? Oder Unterschlupf einfach. Mhm. Können wir auch vorbauen. Ja, ja, genau. Vorbauen es das hier rechts ist, da haben wir sie gefunden. Mhm. Da lag ich, genau. Hier vielleicht einmal geradeaus und rechts komplett rum fahren. Rechtsrum, okay. Mhm. Ja, das ist gerade alles wirklich nur, ähm, das war aber auch so eine große Halle, definitiv. Wir sind da zuerst rein und haben dann nochmal gedreht. Dann hieß es, nee, das ist ja hier falsch. Okay. Oder irgendwie ups oder irgendwie sowas. Okay. Nee, das sieht alles nicht da noch aus, aber wirklich. Obwohl. Nee, das ist die gleiche Halle, ne? Von hinten. Ähm. Müsste. Da ist ja nicht, dass hier hinten müsste der Eingang sein, wo wir sie halt gefunden haben zur Halle. Ah, okay. Ja, deswegen überlege ich gerade, ob das die Halle, äh, hier hinter uns jetzt gerade war. Weil wir sind ja noch einmal so komplett... Haben wir die Hallen versegelt? Ich weiß es nicht, da musst du die Forensik fragen. Ich sehe da zumindest seine Versiegelung. Ich auch. Ich schau mal nach. Okay. Ja, wurde versiegelt. Mir war halt so ein Gedanke gekommen, je nachdem ob wir das einmal brechen könnten, dass man sich einmal umschauen kann. Was möchten Sie, Frau Brands, hinter uns? Die Halle? Oder was? Ja, hinter uns die Halle. Wir sind irgendwo nochmal drum herum gefahren. Es war dann, oh, hier nicht. Und wenn die hier beide nacheinander sind, dann würde ich natürlich auch mich fortun und denken, hey, welche Halle ist denn, äh, also, boah, was ist denn heute mit mir los? Also nochmal. So, die sind zuerst in eine Halle gefahren und haben gesagt, ah, nein, hier war das nicht. Und dann sind wir noch ein Stückchen weiter gefahren. Ich meine, so einmal komplett hier rechts drum herum. Kann aber auch sein, dass es einfach hier vorne direkt war, dass wir da in die Halle waren. Und davon ist ja, wenn es versiegelt ist, die Halle, in der ich halt war, in der ich halt lag vorher. Deswegen würde es natürlich irgendwie Sinn machen, wenn das hier war, neben uns. Okay. Haben Sie ungefähr einen Zeitansatz im Kopf, wie lange die Fahrt ging von Halle zu Halle? Nee, da ist ja alles komplett verschwommen bei mir. Also, es war nicht lang. Deswegen habe ich ja gedacht, dass wir einmal so drum herum gefahren sind, ja? Aber ich, ich, wenn ich mich jetzt recht überlege, wenn ich jetzt recht mich erinnere, dann könnte es wirklich sein, dass wir danach wirklich kurz danach in die richtige Halle gefahren sind. Das kann gut sein. Ich habe das übrigens gerade zu mir selbst gesagt. Entschuldigung, ich wollte es nicht so, dass sich das jetzt anhört, als würde ich das jetzt voll böse meinen. Aber... Oh, das ist wahnsinnig. Ich will es einfach nur aus meinem Kopf rauskriegen. Wir können mal auf die andere Seite fahren und uns da die Halle nochmal angucken. Also uns das große Gebäude auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal angucken. Ob da vielleicht was klingelt. Ob das vielleicht hilft irgendwie. Ja, ja. Gut hier. Er wurde noch schön. Negativ. Heute nicht. Ich denke eher morgen oder die Tage. Wisst ihr, welche Halle ist mein Jahr, ne? Also wenn es die jetzt nicht ist, dann ist es die halt nicht. So, ne? Wo wir aus Versehen reingefahren sind. Jetzt ist es momentan sehr schwierig, aber wir kümmern uns drum. Hm, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Haben wir einen Blick. Alles krank. Dann, äh, Ihnen noch einen schönen Abend. Ich weiß auch, wen die Halle gehört, aber... Ich muss erstmal Staatsanwälte abwimmeln. So. Das wird's... Oh. Das wird's... Ja, ist... Wir haben gerade andere Sachen zu tun. Das wird's die andere Seite der Halle sein, wo wir eben standen. Ja, äh, wenn wir in die Halle gefahren sind kurz, dann war's definitiv nicht diese, sondern die andere Seite, da wo wir gerade waren. Okay. Mein Vorschlag wäre halt, wir könnten mal links um das Gebäude hier noch fahren, ob da irgendwas bei Ihnen klingelt. Ja, das können wir auch machen, ja. Ich mein, ich weiß halt nicht, wie viele Autos die hatten. Wir hatten das Auto ja auch gewechselt. Und, äh, die waren ja mit so ziemlich, äh, vielen Autos unterwegs. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch das erste Mal oben, äh, ne, Miro Park gewechselt. Ne, hier, ich zähle jetzt überhaupt gar nicht. Okay. War dann einfach das Fahrzeug so gewechselt oder auch in irgendeinem Bereich, der so nicht einfahrbar ist? Genau, einmal war das im, ähm, sag mal, Miro Park in diesem Kreis, da wo die Häuser noch gebaut werden da, wo die Bausteine sind, ne? Und, ähm, einmal war es in dieser Garage, die ich die ganze Zeit versucht zu finden. Da war nicht wirklich was drin, aber, äh, da sind wir halt ein bisschen länger drin gestanden, so bis es ruhiger war. Und die andere Garage, ähm, war halt eine Garage, wo wir reingefahren sind, wo ziemlich viele klare Autos drin standen. Hm. Wie wäre es, wenn wir das Vorgehen einmal ändern? Wir fahren jetzt einmal, nur wenn es für sie okay ist, natürlich, das ist ein traumatischer Bereich. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal zur Pacific Standard Bank und von dem Ort aus sagen sie ungefähr, so wie sie sich zumindest erinnern, wie die Leute mit ihnen gefahren sind. Wo der Fahrzeugwechsel stattgefunden hat und von dort aus dann halt hier runter. Vielleicht kommt ihnen ja dann der Gedanke, wo Tendenz der Designere Garage sein könnte. Ja, das können wir machen. Also hier nochmal, wie gesagt, hier war glaube ich das mit den, also in der großen Garage hier war glaube ich das mit den vielen bunten Autos. Wenn nicht, dann, dann weiß ich es einfach nicht. Aber hier klingelt es irgendwie schon. Ja. Aber, ja. Wir gehen mal den Weg, den der Kurier auch mal gesagt hat, wie gesagt mal lang, vielleicht macht es ja irgendwo Klick plötzlich. Das ist halt so viel in kurzer Zeit passiert. Ich meine, das können sie nicht wissen, aber ähm, an meinem ersten Tag hin, dass dann das mit meinem Bruder ja vor meinen Augen erschossen und das war tatsächlich hier am Hafen. Das heißt, äh, ich hab eh kein gutes Verhältnis zum Hafen und mein Kopf dreht ein bisschen frei, wenn ich hier bin. Ja, ist gut. Das ist, glaube ich, seit zwei, drei Jahren her, aber... Ich weiß nicht, wie man sieht, ist halt immer was anderes noch. Tod ist halt immer noch ein Tod letzten Endes und wenn dein Leben halt, ja, ausgelöscht wird, ist halt immer tragisch. Ja. Unabhängig davon, was eine Person getan hat. Sind eigentlich alle Personen in der, ähm, in der Bank gestorben, die zu der Zeit, als ich da war, auf dem Boden lag? Haben sie irgendwie noch Überlebende gefunden? Hm, grundsätzlich ist halt die Schwierigkeit, sie sind geschädelt. Ach, sie dürfen... Das heißt, über die Fallen. Okay, okay, ja gut. Dann, alles gut. Aber den Tipp, den ich geben kann, tendenziell, vielleicht meine Medien nachlesen beim Observer oder Visenius, vielleicht steht da etwas drüber. Naja, von mindestens einer Person habe ich gesehen, dass da, ähm, das doch ziemlich endgültig war, das war ich ja... Da war ich ja dabei. Hm. Mir kommen sie nochmal klar, dass sie das gesehen haben, gerade, im Moment, wenn ich fragen darf. Nicht so gut, ich, äh, würde da aber tatsächlich schauen, dass ich, äh, vielleicht ein bisschen was beistehen kann zu der Beerdigung, weil ich, äh, kann die Person... Ich verstehe. Ich verstehe. Ich versuche es mal jetzt ein bisschen hinten anzustellen, gerade, aufgrund der, äh, Dinge, die da passiert sind, jetzt, äh, an der Bank letztens. Dass sie plötzlich wieder neben mir standen. Die Leute standen plötzlich wieder neben ihnen. Ja, haben sie das mitbekommen? Das hatte ich ja... Nee. Achso, ich, ähm, ich war am Lunar Market, äh, ich hab mich da mit dem Taxi fahren lassen und ein, äh, äh, er hatte dort mit einem schwarzen Sportwagen ziemlich schnell hinter uns eingeschert. Reguläre Manöver, wo ich sogar eigentlich sagen würde, wow, Respekt, aber halt super gefährlich. Ich hatte mit Herrn Larsen telefoniert und bin dann, äh, ausgestiegen und zu ihm hin und habe gesagt, äh, hey, das, äh, war ein ziemlich gefährliches Fahrmanöver, äh, äh, und hier laufen Leute über die Straße, ähm, wenn er das PD gesehen hätte, dann hätten sie jetzt aber echt einer Marsch gekriegt. Und, ähm, er musste ein bisschen, ich fast schon lachen und war erstauglich zu sehen und hat dann gesagt, oh, Frau Barnes. Dann habe ich gesagt, ja, kennen Sie uns? Und, ähm, ich war mir ziemlich sicher, das ist wahrscheinlich ein Kollege einfach, weil er meinte zu mir, äh, wie geht's Ihrem Bein? Und dann, äh, ist er eingestiegen und hat gesagt, ja, man sieht sich bestimmt noch, ich muss jetzt weg. Und dann ist er weggefallen. Dann, ähm, bin ich mit Blumen hier, kurz danach, schön, dass wir ausgerechnet hier auch parken, äh, kurz danach, äh, wollte ich hier Blumen hinlegen. Und das Taxi wartete da vorne, ähm, an der Palme hier, links vom Eingang. Und, äh, das schwarze Auto parkte auch, äh, hier, ist angefangen, wo wir gerade parken. Da sind drei Leute ausgestiegen. Ähm, ein Herr mit einem schwarzen, kürzeren Haar, also sehr dunklen, kurzen Haar. Und, äh, schwarzen T-Shirt und Tattoos, auffällige Tattoos an den, ich glaube nur an, noch mal an beiden Armen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen habe ich an einen Arm gesagt. Ähm, das ist der Mann, der beim Luna Market mit mir kurz gesprochen hatte. Und eine Dame mit, äh, eisblauen Augen, weißem Haar, zum Zopf, äh, zusammengebunden mit zwei geflochtenen Zöpfen an der Seite noch mal. Und, äh, ein weiterer Herr, den kann ich aber nicht beschreiben. Und, ähm, die haben sich genau neben mich gestellt und haben gesagt, dass ich besser jetzt nicht wegfahren soll. Und, ähm, haben mir gesagt, ob die Freundschaft zum Herrn Weiß und mir, äh, denn jetzt vertieft wurde. Und da lief es mir schon eiskart den Rücken runter. Ich hab mich aber, ich war mir nicht sicher und hab gesagt, äh, was, was ist denn hier los? Und, äh, da meinte er, schauen Sie doch mal zu Ihrer Rechten. Und da stand, äh, diese Dame neben mir. Und er meinte, schauen Sie in die Augen. Das sind die Augen, die auf Sie geschossen haben. Und in dem Moment war es mir natürlich, äh, sehr klar, wer da gerade mit mir steht. Das Taxi stand da vorne, ich konnte nicht weg. Und, ähm, ja. Dann gab es noch ein kurzes Gespräch. Ich fiel noch einmal irgendwie der Name weiß. Ich hab das auch alles bei den Detektors auch ausgesagt, also es ist alles auch verschriftlicht. Mhm. Ähm. War das an dem Abend, wo Sie dort an der Umkleide saßen, in Davis? Ja. Ah, okay. Weil, ich sag mal, die Informationslage war jetzt nicht so ganz, dass es in so eine Richtung ging. Bekommen hatte. Ah, okay. Ja, doch. Ähm. Wir haben auch gesagt, dass wir uns auf jeden Fall sehen werden. Wiedersehen werden. Und, äh, sind dann eingestiegen in das Auto. Das Auto hatte auch so, hatte ich ja erklärt, so, so rote Anneschnallgurke, äh, Gurte, so auffällige. Und, ähm, ich hab ja dann später diesen Anruf noch von ihm bekommen. Und da hieß es, dass er mit mir einen Kaffee trinken gehen möchte, was eventuell am Sonntag passiert. Er hat also entweder, meldet er sich, und ich hab jetzt einen unbekannten Anruf am 2.10. gehabt, um 1.21 Uhr, äh, oder, ja, oder ich melde mich. Und das wollte ich natürlich alles komplett, äh, absprechen vorher. Ich geh da natürlich nicht alleine hin. Ja. Also, was mich wundert, ich bin ja heute nochmal mit Alice Taxi gefahren, ist, es müsste, irgendjemand müsste unbedingt, äh, Emma Bloom und Charlie, Charlotte Wallace, äh, befragen. Die haben nämlich tatsächlich auch mit ihm geredet. Die haben, noch bevor ich im Auto ausgestiegen bin, äh, bin, äh, haben die noch mit ihm geredet, und der ist teilweise, äh, den wohl auch hinterhergerannt, habe ich heute gehört. Aber die wurden beide nicht befragt zu der Sache, das muss unbedingt noch passieren. Haben Sie das in den Detektor mitgeteilt, dass, äh... Ja, mehrere, mehrere Leute, nicht nur in den Detektor. Äh, ich glaub, Herr Kowalski war auch dabei. Und, äh, ja, sind die, natürlich sind die Erinnerungen da jetzt nicht ganz frisch. Ich hab sie heute nämlich ein bisschen dazu befragt. Ich hab ja einfach nur gesagt, das ist ein, das ist ein Verrückter, der wahrscheinlich was von mir will. Einfach nur, dass, äh, wenn er nochmal irgendwo auftaucht, dass du mir Bescheid sagst. Okay. Ja, okay, ich verstehe. Dann, äh, hoffe ich, dass sich darum noch gekümmert wird. Ähm, sprechen Sie nochmal ein bisschen darauf an, die ist jetzt grad nicht mehr im Dienst. Äh, schreiben Sie hier vielleicht eine SMS oder, dass dieses Gespräch, diese Befragung vielleicht am besten mal stattfinden sollte. Mach ich. Das Problem ist halt, ähm, wie wir wahrscheinlich teilweise mitbekommen haben, waren die letzten Abende sehr turbulent. Gerade auch durch diese Gruppierung, äh, gab es da eine Menge Einsätze und auch Vorfälle, wo es, das kann ich Ihnen sagen, das ist nicht so fallrelevant, ähm, mit Maschinenpistolen halt auf unsere Officer frühmorgens geschossen wurde. Was? Wobei unter anderem Miss Torres verletzt wurde. Mhm. Ah. Die haben da immer noch irgendwas vor. Ich dachte, Frau Torres wurde auch hier bei dem, äh, bei der, bei der Banksoche verletzt. Tatsächlich war das vor kurzem. Oh, okay, ja, dann wird jetzt ein Schuh daraus. Deswegen ist es, äh, vielleicht etwas untergegangen, weil, wie Sie sich auch vorstellen können, momentan stapelt sich die Arbeit in diesem Fall massiv. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, ähm, frage mich halt, wieso, also erstmal, ich finde es unfassbar, dass die einfach so hier immer noch frei durch die Gegend fahren. Also ich, die, also anscheinend sind sie sich sehr sicher, als ich, äh, als wir ja hier unterwegs sind. Wir sind hier vorne, von hier vorne rechts sind wir ja durch die Absperrungen gefahren. Wir kamen ja quasi aus Lunamarktseite, kamen wir raus. Ja. Und, ähm, dann sind wir hier, oh Gott, das war ja, jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Äh, genau, hier geradeaus weitergefahren. So, okay. Wie läuft da die Parallelstraße beim Lunamarkt? Da kamen wir raus. Ah, okay. Wie gesagt, so hundertprozentig weiß ich es einfach auch nicht mehr. Alles gut. Und wir sind auf jeden Fall, ähm, Ich meine zuerst wirklich zu dem, zu dem Miropark, zu dieser, äh, zu dem, da wo die Häuser gebaut werden, zu diesen Kreisen gefahren. Also sie sind, ja, jetzt sind so. Eine ganze Weile sind wir durch die Gegend gefahren. Wirklich eine ganze Weile. Und da wurde sich darüber lustig gemacht und mir noch gesagt, schauen Sie mal, Frau Barnes, äh, wie wichtig Sie den Leuten sind. Keiner folgt uns. Keiner, wir können hier einfach frei rumfahren. Keiner hat uns irgendwie verdächtigt und, äh, ja. Das haben sie halt, äh, während der Fahrt ein paar Mal erwähnt, als wir in dieser besagten Garage, die die ganze Zeit finden wir, diese kleine, als wir da drin waren und rausgefahren sind. Äh, wir sind mit Fullspeed auch rausgefahren, ist uns ein Viktor entgegengekommen, direkt bei der Garage und der ist auch einfach weitergefahren. Da haben sich dann natürlich auch nochmal drüber lustig gemacht. Also ich glaube, die sind sich sehr sicher, dass denen nichts hier passieren kann. Okay. Also sie sind mit ihnen erst hier in diese Richtung gefahren, sind dann halt mit ihnen um die Gegend gefahren. Genau. Aber ohne auf... Hm? Ne, und dann zu diesen Kreisen. Ja, wir sind eine Weile durch die Gegend gefahren. Ich glaube, weil sie einfach dachten, okay, da wird uns jetzt jemand hinterherfahren, wir formieren die direkt schon mal so ein bisschen. Aber es kam niemand, es war niemand da. Es wurde auch auf uns, äh, geschossen, tatsächlich. Deswegen haben wir, glaube ich, auch, ja, deswegen haben wir auch das Auto dann gewechselt. Wo wurde auf uns geschossen? Äh, als wir, äh, hier aus der Bank raus sind, hat das PD logischerweise, ja, drauf geschossen. Ja, aber als sie mit ihnen umhergefahren sind, die haben keinen Ort jetzt irgendwie angefahren, also jetzt, ich meine nicht den Mirror Park, sondern davor, vor dem Mirror Park, sie sind einfach nur umhergefahren. Ja, also, so kam es mir vor. Wir sind auch einmal am alten MD vorbeigekommen, das weiß ich auch noch. Aber ich krieg das alles nicht mehr zusammen in meinen Kopf, wann, was, wo war. Ich hab versucht, alles so, noch bevor ich operiert wurde, ich hab so viel erzählt. Ich hab, ich hab den MD-Leuten erzählt, die wussten, Herr Weiß, können Sie was aufschreiben? Ich hab so viele Sachen gesehen und weil ich ganz genau wusste, ich vergesse die irgendwann. Wenn ich jetzt noch Narkose und alles hab, dann, dann vergesse ich das einfach. Es war trotzdem, es kam mir vor wie ein großes Spiel für die. So, die haben sich so mächtig gefühlt. Vielleicht war es auch eine Machtdemonstration. Mhm. Ja. Was ich sagen kann ist, wir kamen nicht von der Seite zu diesen Kreisen, sondern tatsächlich von der anderen Seite. Also eher so vom FD aus. Okay, also sind die quasi mit Ihnen einmal so quer durch die Stadt gefahren? Genau, genau. Okay. Nur die Stadtstraßen oder auch rauf dem Highway? Kann ich nicht mehr sagen. Okay. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich fahr mal von der anderen Seite an. Vielleicht hilft es Ihnen, sich daran zu erinnern. Jetzt kommt sie jetzt hier rein. Und dann hier rechts bei dem Kreisel oder noch ein weiterer? Das müsste der Kreis hier gewesen sein. Bei den anderen stehen doch schon Häuser. Wenn ich mir das so angucke. Das war hier, genau. Hier haben wir dann geparkt. Hier stand einfach das Fahrzeug, das andere dann? Das ist ja meine Erinnerung. Aber ich weiß, dass wir hier eine lange Zeit standen. Deswegen müssen wir tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gefragt, was machen wir jetzt? Und dann hieß es, ja, Frau Brands, wir müssen natürlich das Fahrzeug wechseln. Und ich meine, dass wir hier gewesen. Ich kann aber nicht zu 100% sagen. Ich weiß aber, dass wir zweimal tatsächlich das Fahrzeug gewechselt haben. Och. Und ich meine, das zweite Mal wäre dann in der Garage gewesen. In dieser kleinen Garage. Die ich bildlich vor Augen habe, aber immer noch nicht weiß, wo die war. Okay. Und als Sie von Ihnen losgefahren sind, wissen Sie noch, in welche Richtung? Ich überlege, ich meine, wir wären sogar einmal bei Alice Taxi, ich meine wirklich, wir sind bei Alice Taxi vorbeigefahren, weil ich in dem Moment traurig war und dachte, wow, vielleicht sieht mich ja irgendjemand hier. Ich habe manchmal auch ein bisschen lauter gesprochen oder mal vielleicht einen lauteren Ton von mir gegeben, damit mich vielleicht irgendwie irgendjemand bemerkt, dass ich da drin sitze, einfach in diesem Wagen. Weil da war ja, das war ja komplett dunkel. Ich würde interessieren, wie es wirklich war, weil Ariane wird sich das immer besser erinnern. Diese kleine Garage ist sicher, dass die unten am Haber war. Nicht vielleicht woanders. Ich erinnere mich da tatsächlich an den Rückweg. Das alles, meine ganze Erinnerung ist, äh... Okay. Meine ganze Erinnerung ist halt nur dieser Rückweg von der Garage mit dem Victor. Ich kenne die Stelle, weil ich mal dienstlich tatsächlich genau an der Stelle war. Ich weiß genau, welche Stelle das war, weil da spaltet sich die Straße in zwei. Die eine geht nach oben, die andere geht geradeaus weiter durch. Und bei der anderen, die geradeaus weiter durchgeht, sind nämlich auch so, ähm, ähm, Gastanks, Silos, irgendwie sowas. Und eine, äh, eine Absperrung. So eine, wo man nicht, wo man nicht mal easy drüber klettern kann, aber wo man mit dem Auto zum Beispiel easy reinbrettern kann. So ein, so ein stärkerer Maschinenfall. Du musst einmal kurz ans Telefon. Ja. Mein Gott, hier gibt wirklich mein Bestes, aber mittlerweile ist das so wirr bei mir im Kopf. Alles gut. Das ist, äh, ein Erlebnis, damit wir uns erstmal klarkommen, dass wir uns dann nicht an alles erinnern. Ja, aber ich muss, ich muss aufmerksam sein, ich muss das alles wissen. Und das, das ist wichtig und deswegen macht mir das ja auch so einen Druck. Weil ich will das alles wieder wissen. Das Problem ist, glaube ich, je mehr Druck sie sich machen, desto weniger werden sie sich daran erinnern. Oder an Sachen vielleicht erinnern, die gar nicht so passiert sind. Wäre das nicht mit diesen, mit diesen Anrufen und dass sie vor der Bank stehen würden, ich wäre schon längst rumgefahren alleine und hätte geguckt, wo das alles ist. Also wirklich schon längst, aber das, das kann ich halt, glaube ich. Alles gut. Das ist genauso, wie, wie ich mir die, äh, Southside gemerkt habe. Ich, äh, bin mit dem PD immer wieder rumgefahren, hab mir alles erklären lassen. Hat irgendwie nicht funktioniert. Dann bin ich alleine nachts jedes Mal durch und dann kann die hat das auswendig. Das funktioniert einfach besser bei mir. Jetzt, sind hier an Ellis Taxi vorbeigefahren, wissen Sie, wo es dann hinging? Ich denke hier, ich denke. Mein Bauchgefühl sagt mir hier links, ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ich muss mal kurz ans Telefon. Ich bin wirklich weggefahren. Ja, die hat den Typen nämlich auch nochmal richtig gesehen. Okay. Moment, ich ruf sie, äh, Moment, ganz kurz. Oh, hey, wie geht's dir? Komm, komm nochmal ganz kurz zu dem Auto gelaufen. Renn mal kurz. Oh, okay. Matane heißt das. Ja. Johnny? Ja, Matane. Ja? Der, äh, Typ, den immer ein Arschloch-Ticket ausgestellt hat, erinnerst du dich am Lunar-Mate? Ja, ja, natürlich erinnere ich mich an den. Äh, hat der an beiden Arm-Tattoos gehabt oder nur an einem? Oh, scheiße, ich würde, ich glaube an beiden und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar auch irgendwie am Hals oder so. Am Hals? Ich bin, ich bin mir aber echt nicht mehr sicher. Was mir trotzdem kurz aufhals, weil ich schreibe mit einem Fragezeichen. Äh, ja, wenn sie können, dann kontrollieren sie aber ansonsten. Nee, der hat halt, also der war halt ein bisschen. Da es keine weitere Beweise gibt. Ungehalten und hat halt dann immer beleidigt und so. Aber sonst, nee. Okay, weißt du noch, du bist ja nicht sicher, wie im Hals-Tattoos, ne? Nee, nicht mehr, nicht mehr so richtig. Okay. Okay, das war's auch schon. Falls du ihn irgendwo mal siehst, sag mir einfach Bescheid, ja? Okay, das mach ich. Ähm, geht's dir gut soweit? Ja, bisschen besser. Okay, alles klar. Pass auf dich auf und wenn irgendwas ist, sag Bescheid dir. Mach ich, mach ich. Okay, ciao. Gerne. Mach ich. Ja, es kann aber einfach jemand sein, der vielleicht dringend nach Hause musste, auf Toilette oder so. Naja, letzten Endes hatte ich ja auch, wenn man Jugelerin das auf LS wohnen, zum Beispiel. Als Beispiel nur, ich verstehe den Punkt, sie können das ein bisschen beobachten, aber aktuell sehe ich jetzt nichts von Nöten, dass wir da machen müssen. Haben Sie irgendwie eine Bekannte vor, so von der Route? Ja, warum machen Sie das? Ja, das muss man sich da vorne sehen, auf jeden Fall. Wie gesagt, es war, also es war industriell. Und es war, ähm, nicht direkt der Hafen, aber es war quasi so, als wären es die Anfänge vom Hafen. Okay. Und wir hatten da tatsächlich, waren wir auf dieses Visium Island, aber hatten da jetzt auch nichts. Es, ich hab die, beim rausfahren, war die Maze Bank Arena. Es tut mir so leid, gerade. Ich wurde, werde gerade von Scample angerufen. Alles gut. Journey. Journey. Maze Bank Arena, okay. Komm mal, war mit Scample, wie geht das Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Detective Captain. Nee, eigentlich Captain, eigentlich. Aber irgendwie, eigentlich Detective Captain, ach, keine Ahnung. Es ist, jeder sagt es anders. Ja, das verstehe ich. Also, meine Meinung nach, sag ich Ihnen, wie es ist, ich finde es sehr wichtig, dass zumindestens die Leitung der DTU dahingehend eingeweiht wird, weil dann weiß er, worum es geht. Und wir können ihn halt reinschicken bei diesen Hausdurchsuchungen, dass er explizit nach dieser einen Sache da sucht. Ähm, und dann passiert es nicht, dass irgendjemand diese Sache sichtet und dann, sie verstehen, ne, das Chaos dadurch entsteht. Bitte? Hier links? Mhm. Also... Auto oder der Weg? Äh, nee, ich, äh, nur dass wir hier links in Richtung Maze sind. Ach so. Ja, das, äh, ich teile absolut die Meinung in der Hinsicht, ich hatte auch mit den anderen, äh, Führungsmitgliedern, hat gesprochen, die sehen es halt alle sehr zwiegespalten, aber grundsätzlich sind sie halt gerade die Höchste in der Hinsicht, die uns Weisungsbefug ist und ich finde es vollkommen okay, wenn sie sagen, sie möchten die Information mit ihm teilen. Ja. Ja, ich, das, äh, ja, verstehe ich. All right, sehr gut. Arrogato für den Anruf. Ebenso, Matane. So vielmaßen, äh, Miss, äh, Barnes, dass ich die ganzen Anrufe bekommen. Nee, nee, das ist in Ordnung. Haben sie welche Seite von der Maze Pink irgendwie da haben sie gesehen? Wissen sie das vielleicht noch? Kann ich nicht, nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, wie gesagt, der Rückweg. Ach Gott, diese blöde Ecke, wenn ich, wenn ich wüsste, wo diese blöde Ecke da wäre. Ja, wir waren letztens, wir waren, äh, wir haben eine Garage gefunden, aber das war keine Flachdachgarage, sondern so eine mit, ähm, oben mit einem, äh, mit einem Dach und mit so einem Anbau. Und die ist auch hier in der Nähe. Und da war die Straße auch so ähnlich, weil die Straße war tatsächlich, wenn wir jetzt reinfahren würden, wäre nämlich rechts von uns, die wäre ein bisschen enger, die Straße, und ein bisschen dunkler, weil rechts von uns nämlich eine Erhöhung ist. Und auf der Erhöhung ist dann eine, äh, nochmal eine Straße gewesen. Und ich weiß auch, wie ich dem Victor hinterher geguckt habe, und das weiß ich auch noch, weil, ähm, die Straße, bei der wir waren, die ging danach nochmal so in die Kurve. Und der ist tatsächlich geradeaus gefahren, deswegen konnte es die Straße nämlich auch nicht sein. Das sind so die Kleinigkeiten, an denen ich mich erinnere. Und ich kenne mich auch eigentlich aus, nur tatsächlich hier in der Gegend nicht so gut. Hier fährt man halt oft, äh, selten mit dem Taxi hin. Also, weil ich bin Taxifahrerin, ja, und... Mhm. Ich gehe immer davon aus, dass, äh, jeder alles über mich weiß, das weiß ich lieber nochmal. Genau. Und hier ist ja so, ne, das ist ja mit der Erhöhung hier. Ja. Und so war das auch, aber gefühlt war's, genau. Hier war die Garage, die, äh, jetzt, äh, ja, wo wir jetzt denken, dass sie es ist, aber... Es klingelt hier überhaupt gar nicht bei mir. So, das mit der Straße hinter uns, alles, das, ähm, das passt. Aber der Rest passt hier überhaupt gar nicht. Also, wenn wir jetzt gleich hier wieder zurückfahren geradeaus, dann geht mir die Straße ja links hoch. Und dann nochmal geradeaus weiter. Und genau so war es auch an der Stelle. Nur ein bisschen... Mann, so ein bisschen enger halt. So scheiße, ich wäre einfach nur ein bisschen, wo es ist. Ich glaube, ich werde es einfach nur wieder finden. Ein bisschen enger ist es hier rechts, tendenziell. Also, es war nicht so ein freies Gebiet, so wie hier. Das war es einfach nicht. Enger meine ich wirklich die Straße jetzt mit der, mit der, mit der, mit der Erhöhung. So eine Seite. Es war irgendwo, wir hatten da mal wirklich einen Einsatz. Ich, ich weiß das an der Stelle. Und... Ich hab ja auf mein Telefon so auf die Karte angeguckt. Hammer rückwärts, bitte. Wie sind es, solche Garagentore? Nein, nein, die war es, das war eine Flachgarage. Ja. Okay. Und die stand irgendwie gefühlt einsam da irgendwie einfach rum. Und die war auch nicht krass besonders hoch, die hat aber zwei Rolltore. Wir hatten da mal einen Einsatz, haben sie gesagt. Ich hatte mal in der Nähe einen Einsatz, das war so ein bisschen, ähm... Wie gesagt, hier war es überall nicht. Die war zu einer Straße hingerichtet, also auf der Seite, wo wir gerade stehen. Ich bin mit meinem Telefon. Herr Hill, komm her. Hallo Herr Hill. Hallo Frau Barnes, alles okay? Ja, alles okay. Ich bin mit Herrn Kogliam und Frau Gautier gerade unterwegs und wir suchen einen Ort. Okay, sie klang gerade so ein bisschen gepresst, gezogen. Ich weiß nicht, warum das nennen soll. Nein, nein, nein. Verkrampft. Nein, nein, alles gut. Das ist ja echt der Herr Rückli. Okay, okay. Gut, äh, nee, ich wollte mich eigentlich nur mal bei Ihnen melden und hören, wie es Ihnen so geht und so, aber Sie haben ja jetzt zu tun. Vielleicht rufen Sie mich sonst nachher mal zurück oder ich versuche es später noch mal. Ja, das mache ich. Ich rufe Sie gleich zurück. Ja, kein Stress, ne? Okay, danke schön. Tschüss. Alles klar, bis dann. Tschüss. Okay. Was? Ich habe eine Nachricht bekommen. Wenn Sie sich mit meinem Freund schon demnächst treffen wollen, hoffe ich doch für Sie, dass Sie sich nicht dabei verlieben werden. Geht da eine Nummer bei oder so? Geben Sie mir mal die Nummer. 5, 5, 5. 5, 5, 5. 1, 9, 9. Ja. 0, 0, 0. 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Prüfe. Ja, ich habe jemanden gefunden, dahingehend. Kennen Sie eine Ophelia Addison? Nein. Okay. also hatten sie vor dass es sich mit jemanden zu treffen außer mit dieser einen person ich habe sonst auch mit niemanden außer außer jetzt dienstlich kontakt in der richtung wollen sie die person mal anrufen und nachfragen ob sie sich verwählt hat und sie sich das zu in der aktuellen situation machen sie es nur wenn sie es sich zutrauen wenn sie nichts gezwungen in der hinsicht denken sie bitte dann schreiben sie mal alternativ eine sms ob die person vielleicht die falsche person angeschrieben hat ok ob es dahingehend eine antwort gibt das musste ich mir auch angucken die waren dabei und haben geschaut und die sind wohl auch ein paar zusammen deswegen wundert mich das auch also es wundert mich nicht mit dem kaffee trinken gehen natürlich gibt es dann ich weiß schon wie das gemeint ist aber da habe ich mich auch irgendwie gefragt ob das für die dame so okay ist also nicht vom einversuchtsfaktor her oder also ob sie da also was genau die beiden halt zusammen planen ich kann mich heute irgendwie nicht so gut ausdrücken ich verstehe schon was sie meinen ok ich würde sagen wir machen das erstmal hier weiter und versuchen etwas zu vermeiden einen festen standort zu haben dass wir aktiv in bewegung sind nicht dass man doch deutlich mehr ein auge auf sie geworfen hat wie sie als sie denken im moment und man irgendwas versucht weil ich würde es begrüßen wenn sie nicht noch mal entführt werden gerade weil sie eine officerin meines departements sind weil ich bin im moment so also ich hinterfragen mich oft selbst ich bin in selbstreflexion relativ gut und gerade bin ich ich schaffe es nicht mal einen vernünftigen satz zusammen zu kriegen und ich habe angst auch irgendwie unter druck dass ich irgendwas aussagen soll und ich das ist gerade einfach nicht gut ich kann mich natürlich nicht die ganze zeit verstecken aber ich also grundsätzlich erst mal auf diese aussagen thematik oder sonstiges einzugehen lassen sich ja nicht unter druck setzen machen sie es in ihr tempo ich weiß sie wollen dringend helfen und dringend dass die leute gefasst werden aber sie müssen auch so ein bisschen bereit dafür sein wenn sie verstehen ich bin mir ziemlich sicher dass ich die richtige nummer rausgesucht habe schließlich bekam ich diese von frau o'connor persönlich ja das sind die also hundertprozentig check ok warten sie mal bevor sie jetzt da irgendwie antworten ja ich mache nichts ohne dass sie genau ich wollte kurz mal meine tasche greifen weil ich ja ja ist doch alles gut ja aber miss nook ist gerade nicht verfügbar mit mit wem arbeitet fronok denn da zusammen kann man irgendjemanden der da auch gerade irgendwie im fall ich versuche mal mr chase zu erreichen im besten fall geht er jetzt dran super bahn als an miss bahn bekommt gerade sms von ein der räume wir sind gerade mit ihr unterwegs zwecks wiederfindung verschiedener garagen und sie ist auch gerade in aktiver bewegung wussten da gerade da jetzt in 20 das ist schlecht gerade ist nicht erreichbar und du bist der andere ansprechpartner von dem ich weiß also sie hat eine sms bekommen sie hat erst versucht anzurufen das hatte ich hier so gesagt dass das einmal tun soll die person ist sich drangegangen und dann hatte ich gesagt so einfach mal der sms schreiben so im sinne aber sie haben sich verwehrt oder beschrieben hat also halt die alte nummer hat angeschrieben und dann kann man die antwort darauf dass sie sich nicht vertut hat sie mit namen angesprochen und gesagt dass die nummer von einer corner oder okonard ist auch egal ich weiß nicht falsch verstehen sie ist es gerade auf standby also noch hat sie nicht geantwortet in dem fall also können wir natürlich das spiel noch ein bisschen weiter treiben in der hinsicht beim überlegen was wir jetzt erst mal schreiben oder das war es dann besser passen würde ich will sagen so wie ich da missbahns wird dann aber alles so was schon und dementsprechend dann detector verkaufen zu schicken wenn rätsel mit dabei ist aber auch an die srpd administration dass wir alle das ein bisschen als übersicht haben auch wenn was sein sollte das ist direkt bekommt ja ja ich sage mal so grundsätzlich habe ich da noch ein paar vorgehensweisen notfalls die ich dann werden kann dass sie in sicherheit ist ab da ein zwei ideen ja notfalls kann man auch immer noch sie zu einem 100 mitnehmen oder sowas ja warum danke ist halt selbstverständlich man sonst halt nicht soweit wie man informationen teilen kann ja gut war dann ok wenn sie möchten und wenn sie es nur wirklich wollen können sie gerne weiter sms kontakte halten kann er erst mal so ein bisschen mit der person spielen und so sagen ja wenn sie mit diesen treffen wenn sie meint etc halt so ein bisschen versuch informationen herauszulocken ok ja das kriegen sie ganz gut hin ja das werde ich versuchen ich glaube da wie gesagt ich habe wirklich jeden trick ausgepackt in dieser bank jeden und das habe ich ihnen gesagt das war herr und regulär bekomme ich immer das was ich wissen möchte ich habe da irgendwie ein händchen für aber das ist keine chance das sind ich weiß die sind alle wie ein stück papier das jederzeit reißen kann die sind richtig wahnsinnig aber das habe ich noch nie erlebt so was man führten gespräch man denkt okay das geht jetzt in die richtige richtung ist ich das was ich bin und dann kippen die total schnell das habe ich so wirklich noch nie erlebt versuchen sie es nochmal sie haben jetzt eine einzelperson tendenziell da und nicht dieses kollektiv diese gruppe dort letzten endes vielleicht sind die sich aktuell so massiv selbstsicher dass sie die informationen halt einfach rausdrücken versehentlich wenn sie verstehen ich glaube sie kriegen das hin also von dem was ich bis jetzt über sie gehört habe was verarbeitet sie geleistet haben ich meine ich umsonst gab es für sie die eine möglichkeit weil sie sich auf der drei und dann weiter aber dafür sind wir da und wie gesagt ich sehe es nicht gerne dass officer meines die partners verletzt werden ich gehe mein bestes dass es nicht passiert ich helfe aktiv mit können sie ja nichts müssen es aber trotzdem langsam zur straatsanwaltschaft fahren so um 20 nach ja genau also es ist für sie zur info wir würden jetzt einmal mr dewey abholen mr dewey und ich müssen zu einem sehr wichtigen gespräch mit md ist okay für sie dass sie dann so lange mit mr cutie dort warten natürlich wäre dessen okay ich kann mir am besten an die nachrichten schauen also haben wir zwei eine weitere person die belästigt wird erst im ersten zerspannt ach dann bin ich nicht die einzige mhm ok dann machen wir uns nicht so dann schauen sie hier man nicht genau und wie sie ja wahrscheinlich schon rausgeht da muss ein gespräch diese gespräche einmal bitte screenshotten und einmal an den detektive account den sapd administration account um mr chase oder nook zu schicken okay das muss ich mir notieren ich kenne mich nämlich moment also die administration account nicht der regulären damit wir von der führung das auch sehen können in dem fall dann halt an ok und mr chase okay du hast ein bisschen die augen weiter verlassen wir hier nichts hinzufallen ja und davon aus das gespräch sollte nicht so lange dauern aber kommt darauf an wie viel besser die reader gleich reden wird ja ich gehe mal zu seiner zeit dann zu den medics ja da war ja was mhm ich brauche wieder alles am einnehmen hier mit seinem auto ne haas schien wir weg ich könnte jetzt auch mit reinkommen im foyer warten und ich würde auch kurz auf klo gehen ja hallo hallo dann war die pano hier sollte ich in den nächsten tagen mit einem helm durch die gegend laufen dann schütteln sie mich bitte bin ich ein bisschen zu paranoid haben sie denn leute mit denen sie darüber reden können was passiert ist nee gar nicht niemanden also niemand mit ihren freunden mit denen sie irgendwie reden können die haben das von einer dame erfahren die mit in der bank war und haben dann daraus geschlossen dass ich das bin weil sie auch den anruf vom md bekommen haben aber ich habe nicht im detail mit denen geredet weil ich habe ein bisschen angst dass sie zu neugierig werden also und mir irgendwie helfen wollen und selber auf die suche gehen und es hat auch ein bisschen wachhaltig und ich will nicht dass mir was passiert um ehrlich zu sein vermeide ich generell gerade kontakt weil ich von herrn weiß und und auch von derry gelernt hat das um jemanden unter druck zu setzen geht man halt an die an die freunde das nähere umfeld aber ich glaube tatsächlich dass er ich das druckmittel bin weil relativ oft der name her weiß viel es gibt ja alles klar ja gut hier ja verstehe ich verstehe ich wirklich ja gut hier alles klar ja ich dachte endlich kommen wir zusammen und können gemeinsam machen aber okay da das ist jetzt das zeigt mir ja dass sie mich eigentlich hast ich weiß es ist wie eine brillensache ja okay ja weil ich vielleicht den laden beleidigt habe und sie dass sie oder sind sind zwar auch noch der co was soll ich wirklich mal fragen hast du so nice hier aus ne ich habe nächstes mal eine anwaltig er hat gerade kein ding und kein teamspeak entschuldigen sie genau ja dass sie meinten sie wollen halt auch so quasi mit niemandem wirklich reden um halt die person zu schützen genau weil wenn wir das derry und herr weiß haben wir das immer so beigebracht und ich glaube tatsächlich das aber ist kein druckmittel nicht diesbezüglich gibt boah scheiße ich herr gut hier ich muss heute mal richtig frei schnauze reden ich kann ich kann das nicht mit den komischen wörtern ich bin müde auf jeden fall haben die ganz oft den herrn weiß erwähnt und unsere beziehung zueinander irgendwie die freundschaft und sowas alles und die freundschaft muss vertieft werden und ich denke ich bin einfach das druckmittel um herr weiß da irgendwie raus zu locken denke mal so rum ist es ja möglich will sich ausschließen aber ich sag mal so es geht ja auch darum dass sie persönlich hat jemanden haben mit dem sie reden können ist weil das was passiert ist halt so ein bisschen auch verarbeiten zu können weil alles in sich rein fressen habe ich dann ist es so teils dienstlich teils persönlich also wir sind freundet miteinander was das denn das habe ich wusste gar nicht dass es genkis so einen food truck hat so einen düsteren gruseligen ich finde ich eigentlich ganz cool es sah nur beim vorbeifahren gerade aus als wäre es irgendwie menschenfleisch aber ich sehe auch gerade ganz komische sachen ja dass die tats dazu einfällt ja im moment immer das negativ was macht denn die liebe herrgut hier sind sie jetzt endlich glücklich ja gut gott sei dank wenn ich jetzt wieder gekommen wäre ganz schlimme sachen wieder passiert nö tatsächlich nicht mit meiner freundin seit drei monaten bis jetzt drei monaten glücklich zusammen oder ist super da freue ich mich für sie natürlich werde ich jetzt angerufen ja ja du hast du schon erledigt ja wo machen sie sorgen vertrauen sie ihr mann nicht doch aber ich habe genug frauen klingen die ihre hände vernichtbar nicht diesmal kann ich mich nicht beschweren ich habe eine sms zurück bekommen auch interessant wir können ja mal raten was mit denen dann passiert ist apropos wie geht es denn ihrem bein kann ich ja gleich noch mal vorliegen den kurian mit da ist dann längere sms oder ein wunderschön hallo darf man sie vielleicht ein bisschen verpflegen mit guten essen vom ganky mich tatsächlich auch nicht okay aber danke und gute geschäftigen ja ich habe jetzt eine Nudelbox verkauft gerade ich muss nur noch zubereiten wenn man seinem Partner vertraut das ist sowas ja nicht nötig aber hey da verstehe ich sie sogar sie wissen ja antworten sie gerade auf die sms also sie hat mir ja geschrieben hier dieses war das ein freund treffen wollen dann hoffe ich doch für sie dass sie sich nicht dabei verlieben werden und da hatte ich hier geschrieben wo machen sie sich denn sorgen vertrauen sie über ihrem mann nicht und sie geschrieben doch doch aber ich habe genug frauen kennengelernt ihre hände nicht von vergebenen männern lassen konnten sie können ja mal raten was mit denen passiert ist apropos wie geht es ihrem bein hatte ich geschrieben was mit diesen frauen passiert wenn man dem partner vertraut wäre sowas doch nicht nötig ich glaube dass ich das geschrieben habe ist das nicht von Luke ist von Luke richtig Mr. Gautier Gibt es einen besonderen anlass warum sie mit gezogener waffe hier stehen einfach nur dass DOJ das weiß und die marshals sind ein bisschen irritiert deswegen alles geht nur darum aufgrund der geschehnisse momentan weil auch einige unserer officer da so ein bisschen aufpassen müssen uns geht es einfach nur darum sollte und was sein dass wir reagieren können sollte jetzt hier zum beispiel bekommen dass wir hier sind hier rein rennen dass wir halt nicht hier ach so okay gut alles klar deswegen stehe ich auch an der Tür wie sie das auskriegen zu Ariane schreibt so das passt ja leider so ohne nein alles ich nein das war jetzt kein verstehen sie das nicht falsch wir sind das noch nicht gewohnt dass hier äh mitgezogen haben wir verstehen deswegen es sei denn Mr. Rivera ist im haus aber auch schnell wieder flüchten was schon vorkam okay gut dann lass ich sie mal ich wünsche ihnen einen schönen abend angenehm abend achso ja hm was hm 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 ja ja also wir können gerne zum auto ja 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 sie sind die officerin die bedroht wird ja wenn sie gerne vorlesen noch mal von ganz vorne ja wenn sie sich mit meinem wenn sie sich mit meinem freundschirm genießt treffen wollen hoffe ich doch für sie dass sie sich nicht dabei verlieben werden beschrieben entschuldigen sie ich denke sie haben die falsche nummer verbann sich mit ziemlich sicher dass es die richtige ist die richtige nummer ausgesucht habe schließlich bekam ich diese von frau o'connor persönlich habe ich geschrieben worum machen sie sich sorgen vertrauen sie ihrem mann etwa nicht und dann doch doch aber ich habe genug frauen kennengelernt ihre hände dann nicht von vergebenen männern lassen können sie können ja mal raten was mit dem passiert ist ist in klammern apropos wie geht es ihnen bein habe ich geschrieben was mit den frauen denn passiert wenn man seinen partner vertraut wäre so was ja nicht nötig aber hey da verstehe ich sie sogar habe ihnen ja ein wenig über mich erzählt wollen sie mitkommen zum treffen sie sollen sich ja nicht unwohl fühlen das war's bis jetzt erst mal okay ich verstehe interessantes gespräch ja 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 hallo frau kömpel ähh Mr. Scott von dem zweit 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 Ich habe das Hände von den Männern, das ist ziemlich wortwörtlich genommen. Jetzt können sie ihre Fantasie selbst behalten lassen. Ich muss nicht beim Treffen dabei sein. Ich habe andere mit ihnen rausgeführt. Sie können ruhig zu uns kommen, ne? Ich bin noch. Wurde jetzt hier nicht irgendwie die Gespräche? Alles gut. Frau Banz wohl scheinbar schon wieder eine Nachricht bekommen hat. Ich brauche gleich eine ruhige Ecke. Herr Krimer möchte unbedingt so schnell wie möglich die Screenshots machen. Ja, die brauchen wir für den Haftbefehl, da die damit eine Beteiligung begründet hat und wir somit direkt eigentlich einen sicheren Haftbefehl haben. durch diese SMS. Ich brauche da nur irgendwo eine ruhige Sekunde gerade. Die haben sie jetzt tatsächlich. Ich glaube das wird ein Momentchen gedauern, das Gespräch hier. Ja, da warten wir einfach unten in der Lobby gleich. Ja. Alright. Das Campbell ist auch noch auf dem Weg. Achso. Ja. Die hat wohl noch ein weiteres Thema. Okay. Dann würde ich die Zeit nutzen und mit Mr. Scott von der PSB telefonieren, weil der sehr dringend mit mir anscheinend telefonieren möchte. Aber ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Dann bis später. Bis später. Wieso will sie die ganze Zeit wissen, wie es beim Bein geht? Das hat sie schon wieder gefolgt. Ja, aber das ist eher so eine Provokationssache. Ja, ich bleibe dann doch noch was bei Ihnen, wenn ich noch telefonieren muss. Das ist ja wunderbar. Das war jetzt noch ein bisschen unangenehm. Ja, das ist alles gut. Ich bin es gewohnt, solche Situationen. Und in der neuen Position schon eingelebt. Ähm. Hätte ich vermutlich, wenn jetzt nicht diese gesonderte Situation wäre. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger natürlich. Mhm. Ähm. Ja. Stimmt. Wie klinge ich jetzt mein Handy? Moment. Jetzt. Ja, ich wünschte, mein Handy würde auch klingeln, aber irgendwas Positives wäre immer ganz schön. Ja, ich wollte gerade sagen, bei Ihnen ist es ja vermutlich mal gut, wenn es nicht klingelt im Zusammenhang jetzt mit der Situation. Also, ich muss jetzt mal sagen, wie süß, wenn es klingeln würde und unbekannt wäre, dann würde ich mir ganz schön in die Hose scheißen. Ja, ich habe da eine einfache Taktik. Ich gebe unbekannt nie rein. Also, ich weiß, wem ich meine Nummer gebe. Aber das ist natürlich jetzt in der Situation, da helfen sie natürlich auch den Ermittlungsbehörden mit. Ja, ja. Deswegen habe ich auch gesagt, ich schreibe da jetzt die SMS zurück. Aber versuche sie anzurufen. Naja, Hauptsache, man kriegt die, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir geben aktuell unser Bestes. Ja. Jetzt hätte ich einfach eigentlich die... Oh, ne? Wieso? Mal sehen. Ich möchte doch nicht, dass es sich entzündet, wie sie eventuell ein Bein verlieren. Oh Gott, ihr Bein verlieren. Dann hätte ich nur noch ein Bein, was ich bearbeitet habe. Ah, ich wusste, dass es darauf hinausläuft. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ich... Ich glaube, ich brauche einen SWAT-Anzug mit Helm. Wurden sie dann gerade nochmal bedroht, oder wieso? Ja. Ich... Also... Es ließ sich so, als würde sie gerne mein anderes Bein jetzt auch bearbeiten. Ja, Mistmann, sie sollten ja wissen, dass wir alles dafür tun, dass das nicht passiert, oder? Ja. Ich hätte trotzdem... Kennen Sie das, äh, dieses komische Männchen? Wie heißt das nochmal? Mich, äh... Mich, äh... Michaelin oder so? Das, das brauche ich jetzt, aber aus Stahl... Ja, das, äh, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also... Ja, es gab wohl gerade noch eine SMS, die nicht so schön war. Ja. Okay. Das alles schnell irgendwie, äh... Also jetzt, äh, wünsche ich die Screenshots ja lohnen, äh, da Herr Koryame... Eigentlich hätte ich jetzt im Auto sitzen bleiben können und was machen können. Ja, ich muss eh gleich mal mit Herrn Koryame reden. Es kann sein, dass wir bald auch so ein bisschen rüberfahren, weil er die Army wartet. Warum warten die da? Äh... Ja, wegen des Raubs, so viel kann ich sagen. Okay. Natürlich. Wäre ich schon wieder angerufen. Moment. Ja. Was zur Hölle ist hier los, meine Güte? Ja, eine verrückte Zeit würde man sagen, glaube ich. Was ist das? Oh, Entschuldigung, äh, Sie sind, äh, Staatsanwalt? Äh, Associated Attorney General, ich bin beratende Funktion für Miss Campbell. Oh. Ah, okay. Okay, verstehe. Ja. Ja, ich, ähm, wissen Sie eigentlich, bin ich nicht in so einer Verfassung, wie ich jetzt gerade bin. Ich bin jetzt die ganze Zeit, deswegen. Ich bin jetzt so verpeilt rüberkommen und, äh, wenig Schlaf in den letzten Tagen gehabt und, äh, sehr viel Sorgen gerade im Kopf. Geht das denn jetzt schon länger so, oder? Ja, ähm, also. Naja, das, Sie meinen jetzt die SMS und sowas alles, das ist erst seit, äh, dem, ob seit dem, seit dem zweiten, müsste das jetzt sein? Naja. Ja, ich, äh, weiß langsam nicht mehr, was ich da sagen soll. Ich, äh, fühle mich tatsächlich gerade, als wäre ich komplett taub, als wäre ich in so einem Tunnel. Ich wäre einfach nur auf alles achten, auf alles aufpassen und dann einfach mein Bestes geben, um den anderen jetzt irgendwie zu helfen. Und vorher irgendwie versuchen, dich völlig zusammenzubrechen. Mr. Deary, die Army würde jetzt auch noch dazu stoßen. Ich, ähm, hierzu? Ja, die stehen irgendwie Mission Wrong. Ich, ähm, 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 okay, also. Kann ich mich, äh, gehen Sie jetzt gleich noch nach oben? Ja, wir gehen jetzt, sollen wir schon nach oben gehen? Ja, können wir, denke ich mal, dann kann die Frau Bahns hier ihre Fotos, äh, machen. Also, ganz kurz, wegen Army. Nein, wir gehen jetzt nach oben. Erstmal gehen wir jetzt nach oben. Okay. Oh. 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 Okay. Ja, dann sind Sie schon, ja, Korea, aber Sie machen mich auch heute einfach fertig. Missbahns Ihnen, äh, trotzdem noch viel Erfolg und, äh, lassen Sie sich nicht runterkriegen von solchen, äh. Äh, Yusko? Ja. Lassen Sie es mich, äh, schlimm fassen, Bastarden, ja, was die angestellt haben. Nicht mehr menschlich. Darum geht's denen. Also, quasi, was da passiert ist und so weiter. Ah, ja. Okay. Und wir machen das halt so. Ja? Kann ich mich irgendwo hinsetzen, am besten? Ja, klar. Sie können jetzt mal mit Mr. Coutier, ähm, sich hinsetzen und warten, weil bei dem Gespräch können Sie leider beide nicht dabei sein. Okay, okay. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schwimme heute durch die Gäste. Ich rede mal ganz kurz mit dem MD, weil die mich heute mal ganz kurz angucken müssen, weil wir vorhin ein bisschen, äh, Sporttraining hatten. Deswegen rede ich mal kurz mit denen, ne? Okay, machen wir das. Machen wir das. Äh, 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 äh. Wann wir hier hin? Wann wir hier hin? So Leute, ich muss immer fast Gewürztes machen und die dann ausschneiden, oh! So. Also. Hoban. Kennen gelernt, die ihre. Hände. Habe Ihnen. Dabei sein. Leute, ich muss da ganz kurz in mein Account hier, das ist jetzt mal gerade ein bisschen doof, Entschuldigung, mein Bilder-Upload-Dingern. Jetzt muss ich nämlich die Screenshots auch noch ausschneiden. Wenn sie beide irgendwie los müssen oder sonst hier sagen sie einfach kurz bei SMS Bescheid, okay? Weil ich weiß auch nicht, dass sie hier ewig warten müssen, weil ich habe das Gefühl, es dauert etwas länger. Ja, ich brauche sowieso gerade eine Sekunde hier noch. Okay. Okay. Alright. Komm, Mann. Wunderschön. Miss Campbell und Mr. Dewey stehen dort drüben und die Dame vom MD steht auch von da, dementsprechend können wir auch direkt hoch. Ah, die beiden gar nicht. Sie. Alright. Ja, ich habe mir gedacht, ich schleus die mal in euer Gespräch ein. Hört alle aufzureden! Macht mehr Sinn, ihr müsst es sich öfters erklären. Ja, genau. Ich habe den groben Überblick schon mal gegeben, aber die Teilfragen sind wahrscheinlich schlecht und zwei, die kann ich nicht beantworten. Wollen wir mich jetzt verarschen? Wollen wir mich jetzt verarschen? Schatzkooper, National Guard. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen wiederzusehen. Alter, ich dreh durch, ne? Weil... Ey, ich glaube nicht, dass mich das... Bitte nicht mit mir reden, bitte nicht mit mir reden. Da ist jetzt. Okay. Ring-Tool... SMS Nummer eins. Ich kann ja nicht die Screenshot so schicken, ich muss ja wirklich die SMS so, als würde ich sie vom Bildschirm, ne? So, sie dürfen ja mal folgen. Alles klar, dann folge ich ihnen einmal. Das ist die Ariane gerade rein, ne? Oh oh. Schnell, 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 still! Steh! Drei. Drei. Vier. Fünf. Ach, ich habe den Punkt, dass die Ariane gedroht hat. Dann haben wir jetzt ein bisschen was in die Hand. Sechs. Und ne, das geht jetzt nicht. Vielleicht das eben drüber, Leute. Ich habe es gleich, ne? Okay. Foto. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann habe ich das jetzt hier an der Seite. So, dann muss ich mal ganz kurz, das ist Bildnummer. Ein. Ein. Ist nicht groß genug. Ne, das ist richtig. Ein. Drei. Drei. Vier. Fünf. Okay. So, Leute, ich packe das mal ganz, ich muss die dann immer weiterleiten, glaube ich, die SMS. Ich werde mal ganz kurz mich auf Venture anwählen. Also, sorry, Chat. Nein, sorry. Die Müdigkeit hat sich begonnen. So, Venture-Mail. Detective. Erstmal an die. SAPD Detective. Da sind es so. Das sind die wirklich. Oh. Ja, okay, ich musste ja auch verseiten. Natürlich sieht man jetzt, dass ich drauf war, aber das musste da ja hin. Jetzt bitte die Detect. Detect. Ich will mal. Schau. Ich kann die ganzen Files einfach anhängen. Okay, das ist ja mega geil. Nein. Ich kann nicht alle Files dranhängen. Scheiße. Warte mal. Kann ich vielleicht noch zu... Oh, ja, nice. Zwei. Moment, ich kann es euch sogar zeigen, glaube ich gleich. Moment. Ich kann es euch heute... Heute... Viertag, zehn, Tag, und dann ist es noch gut. Mit freundlichen... Grüßen. Das ist ja doof, das zu schreiben jetzt. Ich muss mal ganz kurz noch mal was googeln. Sekunde. Moment. Arithemis wird in der Jagd. So. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt so reicht. So. Arithemis. Ich will mal richtig in die Einspeichern. Was sehe ich heute? So. Man kann ja noch mehr. Ah! Die Administration war das noch. Nook. Amy Nook müsste das sein. Und wie heißt er? Äh, Chase. Ja, das ist natürlich ganz toll. So. Amy Nook. Ich hoffe, das ist sie auch. Ne, das mache ich mal. Das leite ich gleich lieber weiter. Wir machen mal erst mal so. SAPD Administration, SAPD Detectives. Und abschicken. Ich habe immer Angst, dass ich hier Fehler mache. Gucke ich mir das mal ganz kurz. Naja, ich brauche einen Dog, man. Die hat immer einen Schuss unten in der Schulter, man. Keine Ahnung, ob das Ding noch schlägt oder nicht. Hallo? Ähm... Frau Nook und Chase anrufen. Herr Gautier? Ja? Ähm... Wissen Sie, wie... Ist das Amy Nook? Ist das richtig? Ähm... Auf Fanschau muss ich selber gucken. Weil ich... Ich habe jetzt auch viele Chase. Ich... Äh... Ich kann die jetzt nicht an irgendein Film schicken. Naher Chase würde ich dann anrufen. Aber bei Nook finde ich nur Amy Nook. Das passt auch vom Profilbild. Sonst müssen Sie sie mal anrufen und fragen. Okay, dann frage ich die beiden. Aber... Doch, das müsste sie sein, wenn ich mir so die Freunde angucke von ihr. Ah, okay, gut. Und äh... Bei der Chase wissen Sie aber nicht, ne? Dann frage ich die. Glaube ich mal. Müsste Jonathan Chase sein, aber fragen Sie ihn lieber nochmal. Hallo. Hallo Herr Chase, kurze Frage. Ihr Venture-Account ist das Jonathan Chase? Einfach so? Das ist korrekt, mein Klarname. Okay, alles gut. Dann weiß ich Bescheid. Dann schicke ich ihm gleich auch die Springschaffung. Genau, und dann noch CPD und... Also Detective. Genau, Detective habe ich schon, ähm... Administration und jetzt kommen noch Frau Nook und Sie. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher wegen dem Venture-Namen. Deswegen habe ich lieber mal nachgefragt. Nee, ist korrekt so. Sollte auch noch einer sein. Okay, gut. Dankeschön. Dann komm uns weiter. Tschüss. Ciao. So, die kann ich ja nochmal weiterleiten. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob ich jemanden erreiche. Bin gleich wieder da. Ja. Jetzt ja, die ist. Gut, das ging schnell. So, weiterleiten. Nook. Und schon. Steht. Und weg damit. So, erledigt. Haben wir in der Zwischenzeit nochmal Nachrichten? Ich schau sofort, aber, äh, nee. Ich weiß, es sei denn, ich war in der... Ja, äh, genau. Es kam noch, ähm, die Frage nochmal nach meinem Bein. Dann habe ich, äh, die hatte ich nämlich vorher nicht beantwortet. Dann kam, äh, habe ich geschrieben, mein Bein geht es wunderbar, machen Sie sich ja versorgen um mich. Und dann sogar sehr. Ich möchte doch nicht, dass es sich, äh, ich möchte doch, dass es sich nicht entzündet und dann werden Sie eventuell ihr Bein verlieren. Ähm, dann hätte ich nur noch ein Bein, was ich bearbeiten könnte. Okay. Dann geht es ein bisschen wie eine Drogen. Ein bisschen. Kennen Sie das, wenn Sie ein Wort, äh, relativ oft benutzen und nicht wissen, wie es geschrieben wird? Ja, tatsächlich schon. Welches Wort ist es? Oh Gott, wenn ich das Wort jetzt auch nicht schweig aufs Sagen soll, dann funktioniert gar nicht ohne Sagen. Diese Obsession, sag ich immer. Woher diese Obsession? Tschüss. Wie, wie, was kann man denn für ein anderes Wort davon, wenn irgendeine Freude ist? Solange Sie nicht statt Obsession Obszönität schreiben, ist alles gut. Nein, nein. Okay. Lustig, wieso konnte ich das denn jetzt schon schauen? Boah, ich bin so brainer auf dem Kau. Die Sache ist, ich kann die Schoten von Ariane das Geld... Und was haben Sie jetzt geantwortet? Ich habe geschrieben, ähm, bearbeiten, Fragezeichen, wieso denn das Interesse, äh, wieso das Interesse an meiner Person? Die Sache ist, eigentlich bin ich, ähm, bei solchen Sachen fange ich halt an, erst mal auf die emotionale Schiene, ähm, dann fange ich langsam an mit so ein bisschen Gaslightning. Ich habe da halt so eine Masche, die ich immer abziehe. Und es ist immer schwierig, weil ich das gerade so mega zwischentüren angemache. Ich brauche dazu halt ein bisschen mehr Ruhe. Wie, welches denn da vorne ist, der hat aus wie Frau Marsch, aber ich sehe wahrscheinlich nicht. Bin ich ehrlich, habe ich auch kurz überlegt, aber ich glaube, das ist sie nicht. Was macht Herr Tanaka da? Ich, ich würde Ihnen das gerne beantworten, aber... Also, Coramon meint, das Gespräch kann eine Weile dauern, was die jetzt da oben führen oder wo auch mit ihr denn sind. Ja gut, jetzt, wie hieß die Dame nochmal, ähm, die der Nummer gehörte gerade? Nicht Odessa-Ein, ne, das ist was anderes. Ne, Odessa-Ein ist eine Kollegin von uns. Ja, deswegen war ich jetzt ganz kurz perplex. Okay, die muss ich nur nicht eben anrufen, Sekunde. Oh, Frau Barnes ist auch hier. Äh, ja, ich bin auch hier. Hallo, Frau Barnes. Ja, hallo. Ähm, hallo, Frau, äh, Ellen war das, ne? Richtig. Genau, ja. Ähm, ich habe mal eine ganz kurze Frage an Sie. Wir hatten ja letztens gesprochen über den Lennox-Fall, falls Sie sich erinnern? Ja, ich erinnere mich. Genau, und da haben Sie mir eine Information gegeben. Und diese Information wird gerade, ähm, ist gerade generell sehr wichtig. Und zwar ging es ja darum, dass die, dass diese MJ, ähm, als Ausbilderin bei Lock and Load äh, fungiert und, ähm, eine Schusswaffe zu Hause haben soll. Ähm, genau, also angeblich, das wurde mir so zugetragen, wo das, ist es vor meinem Gespräch gefallen, dass die, okay, genau. Ja, verstehe ich, ja, ich kenne das nämlich, diese, aber auch wenn das jetzt, äh, weil ich muss sagen, ich habe das auch so jetzt erst mal als Gerücht ganz normal abgetan, so das ist gut to know, ne? Und dass man da eventuell nichts machen kann oder nichts nachverfolgen kann, äh, nachkontrollieren kann. Äh, jetzt ist es aber so, dass, ähm, ich die Information natürlich dementsprechend weitergegeben habe und dass sehr wichtig ist, äh, woher die Information kommt und, äh, ob, wie sicher sich die Person ist bezüglich der Schusswaffe, weil dadurch, dass gerade sehr viele Menschen in Gefahr sind und da eine Schusswaffe jetzt auch noch im Spiel ist, ähm, müssten wir da tatsächlich tätig werden. Ja, äh, ich kann auch mal mit der Person sprechen. Ja. Das wird aber erst morgen möglich sein, die ist nicht mehr auf dem Bein, die ist schon im Bett. Okay, ähm, ist es eine Person, mit der Sie sich gut verstehen? Ja. Okay, können Sie mir einen Gefallen tun? Wenn Sie die Information haben, können Sie sich, also wegen der Schusswaffe, können Sie sich bei Herrn Tanaka vielleicht melden? Ja, klar, kann ich machen. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Äh, Herr Tanaka, ja, ähm, Sie, dieses, ich bin ja jetzt kein Detective-Training mehr, äh, wegen der Schusswaffe, die da bei einer Dame vermutet wird, einer Dame, die, äh, gerade auch, äh, Leute... Was, was hat das mit ihrem Detective, äh, äh, oder nicht Detective-Status zu tun? Das, das war, ja, das, ähm, war ein Fall, die, die Akte lief komplett auf mich. Ähm, dieser, das war so ein Lennox-Fall mit einer, äh, Eliza. Ja. Und, ähm, ähm, jetzt gerade kann ich nicht wirklich viel machen, weil ich selber eine Bedrohungslage hab und, äh, jetzt hab ich endlich mal Frau Ellen erreicht und, äh, sie befragt jetzt die, äh, Person, von der sie die Information hat, ähm, wie sicher das mit der Waffe ist und weil ich ja da jetzt gerade erstmal nichts machen kann, weil das nicht meine Akte ist und die Detectives gerade ja auch, ähm, ähm, mit zig Fällen beschäftigt sind, äh, und... Sie meinten, dass man da was kontrollieren müsste, wenn da eine Waffe vermutet wird. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an das Gespräch im Auto und, entschuldigung, ich bin ganz selber vertreten. Äh, ja, ja, ich weiß schon, ja. Äh, hatte ich jetzt einfach gesagt, dass ich bei Ihnen nach dem Held ist, was das angeht. Ja, ja. Wenn das okay ist, entschuldigung, ich kann natürlich auch anrufen, dass ich bei Ihnen nach dem Held bin. Ja, nee, nee, soll es erst mal machen. Ja. Soll es ja erst mal so machen. Ja, ich wollte sie jetzt da auch nicht in irgendwas noch mit reinziehen, dass Schimi jetzt gerade einfach das, ähm, logischste, was... Ähm, im Endeffekt, im Endeffekt, äh, wird das dann einfach an den Officer weitergegeben, ne? Okay, äh, egal an wem, weil das ja so ein Detektiv-Fall da ist. Ja. Gucken wir dann mal, wie die Kapazitäten sind. Ja, ich frag dann erst bei Depore, wenn er Zeit hat, äh, einer seiner Jungs. Ansonsten, äh, fragen wir mal bei der Gang-Unit an, ja, ob die vielleicht, äh, Zeit haben für sowas. Ja. Und dann geben wir es an einen hochrangigen Officer, einen Sergeant oder so. Ist ja überhaupt kein Problem. Genau, weil dieser Lennox-Fall, der müsste jetzt beim Herr William fliegen und da weiß ich aber, dass er damit krank ist. Ja, aber die... Die Schusswaffe ist ja eine getrennte Sache, ja? Okay. Die würde ich erst mal generell separat haben, ja, ähm, nämlich schwierig, wenn man zu viele Sachen in einer Akte versucht abzuarbeiten, wenn sie versteht, oder? Ja, hören Sie mir auch, ich, äh, das war einer der Gründe, wieso ich dann jetzt, äh, dann gesagt hab, ne, das klappt nicht von der Zeit her, es war mir wirklich zu viel. Und irgendwie konnte ich mich auch nicht auf, äh, eine Sache konzentrieren, wenn man sich auf sich Sachen leichter konzentrieren muss. Ja, verstehe ich schon, was Sie machen. Ja, ähm, also, ähm, soll es da wirklich den Verdacht der Schusswaffe geben, ja, ähm, werden wir das natürlich, äh, an den Sergeant auszusourcen, ne? Ja, ja. Ja, Tanaka? Ja, hi, ähm, ich wollte nur mal ganz kurz, weil ihr wart ja heute da und habt ein Handy repariert, ne? Ähm, ja, ähm, wir haben, ähm, für euch keine Freigabe für Fort St. Kudo bekommen, tatsächlich, aufgrund der Gefahrenlage. Das heißt, ich muss den Auftrag für morgen, den wir vor 18 Uhr besprochen hatten, bei einer meiner Kollegen muss ich leider stornieren, tatsächlich. Dann will ich jetzt weiße Haare sehen, ne? Ja, also, äh, ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber, äh, wir, äh, wir bekommen da erstmal keine Freigabe für. Genau. Hallo Frau Bahns, erstmal vielen Dank schonmal für die SMS-Verläufe. Ja. Ich hätte noch ein, zwei Fragen, äh, Sie haben die Dame ja unter Artemis eingespeichert. Genau. Wie kommen Sie auf diesen Namen? Ähm, ich stand, ähm, als ich vor der, ähm, ich stand ja am zweiten, müsste es gewesen sein, äh, war ich bei der PSB und wollte Blumen ablegen. Ich weiß die Geschichte, haben Sie, glaub ich, komplett mitbekommen, oder? Äh, ja. Ja, genau. Hallöchen. Und, ähm, dann hieß es, äh, äh, Moment, ganz kurz, äh, Hallöchen, Sekunde, ich telefoniere gerade. Ähm, dann hieß es nämlich, dass, äh, ich mich recht, äh, dass ich, äh, zu meiner Rechten schauen sollte. Das ist die Dame, die auf sie geschossen hat. Ähm, und, äh, die Dame, die sich, ähm, ähm, mit Artemis vorstellte, war mit auf ein Bild, das sollte ich nämlich auf Venture gucken, mit diesem Herrn, äh, Tessos. Die beiden, die beiden, die beiden, ich war ja mit den beiden unterwegs. Und er meinte auch, dass die beiden ein Paar sind. Und wenn man jetzt eins und eins natürlich zusammenzählt, dann macht es für mich sehr viel Sinn, dass sie es ist. Ich hatte sie aber vorher unter Beinschussfrau eingespeichert. Ähm, das schien mir dann doch recht unprofessionell, deswegen habe ich sie dann, ja, bei diesen Decknamen eingespeichert. Okay, das heißt, die haben sich selber Athenis genannt, ja? Genau, Artemis und, äh, der Herr Tessos. Artemis, Göttin der Jahr. Ja. Und Tessos ihren König, dann, ja. Ja, genau. Ähm. Dann würden wir sie bitten, dass sie, äh, also müssen sie nicht machen, das wäre gut und spricht, glaube ich, eigentlich auch nichts dagegen, ähm, dass sie einer Datenschutzaufhebung zustimmen. Zwecks den konkreten Kommunikationen von dieser Dame zu ihnen. Ja. Äh, ich würde ihnen da einfach kurz eine Mail schicken mit so einem Vordruck, den sie einfach ausführen können, unterschreiben können und einmal an die Staatsanwaltschaft zurückschicken. Einfach, dass wir nämlich dann vor Gericht handfest sozusagen von der, ähm, Telefongesellschaft Informationen bekommen können, dass diese SMS wirklich so verliefen, wie es halt verlief. Okay, äh, wie mache ich das genau? Sie schicken es mir, ich leide es an die Staatsanwaltschaft weiter und schreibe dazu, äh, einfach Unterzeichnen von Ariane Barnes. Reicht das? Ja, genau. Also ich schicke, schreibe ihnen einfach ein Zeichen oder ich markiere ihnen das, wo die Unterschrift hin muss, sonst steht da schon alles drin und das kann sie dann einfach so weiterschicken. Okay, ah, okay. Dankeschön. Ja, mache ich sofort dann. Perfekt, ja. Ich schicke es ihnen innerhalb der nächsten 5 Minuten, ja. Ich würde ihnen einfach nochmal kurz eine SMS schreiben, wenn es verschiebt ist. Okay, Marie. Dankeschön. Perfekt. Ich danke ihnen. Ciao, ciao. Ich danke dir. Perfekt. Ich danke dir. Okay, danke dir. Oh, sie hat gerade noch mal geschrieben. Ja, was hat sie geschrieben? Ich wusste gerade, es ist alles... Ich meine, es ist sicher, dass Wing Chun weiß. Es ist aber ein scharnetzes Spiel. Interessant, dass sie denken, dass ich Interesse an ihrer Person hätte. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich ihnen schon in der Bank in den Kopf geschossen. Also hatten sie da Waffen bei. In den Kopf geschossen, wie ich es bei Fujiwara getan habe. Aber so ist es doch viel interessanter und macht mehr Spaß. Ich sag doch, die sind wahnsinnig. Ich weiß. Ich hatte mit einem der Geisenehmer auch das öfter Kontakt, weil einer der Geisenehmer halt Fake with Tears. Oh mein Gott, stimmt. Das war doch dieses, wo sie und Frau Kata entführt worden sind. Äh, ja, ja, richtig. Und der ist halt auch einer der Geisenehmer. Ja. Äh, da gibt es ja... Vorhin gab es ja auch ein Bild auf Venture von Kata und Gautier. Vorhin? Ja, vorhin. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich muss gucken, wann... Ich glaube um 18.35 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade. Boah, hier kann sich nicht rausgehen, ob das ja... Wenn es die Schöne gelöscht wurde. Ne, es ist noch da tatsächlich. 18 Uhr, ne? 18.53 Uhr. Oh mein Gott, das ist ja krank. Ja. Aber der Typ, der mit mir geredet hatte, hatte keine roten Haare. Der hatte dunkle Haare. Ist das dann doch jemand anders? Aber die Dame sah... Die hat denn... Dann hat die die Haare jetzt wieder anders. Das ist... Ich bin... Ich bin so... Das ist so komisch. Die sahen ganz anders aus. Auch das müssen die gewesen sein. Ich weiß schon wieder nicht, ob der beide Arme tätowiert hat. Okay, äh... Gut, der hatte auf jeden Fall dann noch... Entweder war das jemand anders. Oder der hatte die Haare wieder dunkel. Äh... Ich weiß es gar nicht. Naja, ich sag mal so. Wir wissen ja mittlerweile, wer hinter Fake-Coutil steckt. Und ich weiß, dass die Person von Natur scheinbar keine roten Haare hat. Also müssen die irgendwie... Geherbt sein oder halt, ne? Also ist es auch möglich, dass es die logischerweise dann wieder... Ändert die Haarfarbe. Ja, aber die Frage ist, wo... Wo machen die das denn? Ich mein, ähm... Gehen die jetzt ganz regulär zum Friseur? Dann sollte man vielleicht alle Friseure schon mal Bescheid geben, oder? Ja, es ist nur die Frage, ob uns die Friseure Bescheid geben würden. Also Morten und Herrn Stell wird Bescheid geben. Da war ich nämlich Cozy und da kenne ich die Leute. Okay. Ähm... Aber da möchte ich mir natürlich, äh... Eine, äh... Eine Okay, äh... Hohlen von dem jemanden. Moment, ich muss ganz kurz jetzt nochmal eine E-Mail verschicken. Genau. Aber da! Ja. Ja. Bist du nein. Der Herr Gautier, Staatsanwaltschaft, welcher Account ist das aufhin schon? Äh, das Stück wird schon jetzt anders. Also, Herr Nook? Ja, hau raus. Boah, ich bin gerade echt, Entschuldigung, ich würde sagen, so sehr geehrte Frau. Ähm, Gartenschutzauflegung ist das, ne? Mhm. Boah, ich kann mich heute so schlecht konzentrieren, Alter. Frage ist, reicht es, wenn die sich das angucken oder müssten die da nicht sogar tauchen? Kurz nochmal was gucken. Ah, okay. Guck mal, selbst, dass die kopiere ich, weil ich gerade so durch bin, ne? Das tut ja toll, das geht die ganze Zeit. Aber weißt du was, das ist ganz gut, dass wir sowas mal mitmachen, dann weiß ich jetzt, was der Account von denen ist, weil das ein paar Mal habe ich schon gehört, schenke sich das in Account und ich habe mich nie getroffen zu fragen. So irgendwie, ne? Ähm, ja. Also, das Problem, also die Sache ist folgende, ne? Prinzipiell ist das möglich, dass die jetzt natürlich rumfahren und gucken, aber aufgrund der Uhrzeit ist das mit dem Tauchen ein bisschen schwierig, weil wir haben zwar natürlich Lampen für unter Wasser, die auch funktionieren, aber die haben halt auch nicht so die Riesensicht, logischerweise, ne? Ich würde es halt, dass wir eben tauchen, ist halt eher eine Sache, die wir halt irgendwie nachmittags oder abends machen müssen. Ich kümmere mich drum. Ich glaube nicht, bis dann. Dass ich ein eventuell neuer Spielzeug sein könnte, das alte sei ja kaputt gegangen, aber was passiert, wenn ich kaputt gehe? Ich glaube, ich muss gleich nochmal eine Menge Screenshots verschicken. Aber das ist schon ja Montoya, sie sind ja Leitsteller, ne? Ich habe einen kleinen Auftrag, insofern möglich. Können sie MPU-Einheiten besetzen lassen? Ah, Mia, danke für das Schriftging. Brauchen wir, sind die noch länger gebunden, oder ist das jetzt nur einsatzbedingt? Okay. Skinner ist geplatzt, in Phoenix. Skinner ist immer weg, wenn Ariane Probleme hat. Wenn da was frei wird, und es wäre möglich, irgendwie wenigstens eine MPU zu besetzen, besser zwei, dann ruf mich mal kurz an. Ich glaube, der guckt aber gerade nicht rein, wegen irgendwas mit Später oder so. Da. Die müssten zumindest zwei, drei, vier Leute da sein. Nicht so viele, aber... Boah, ich denke für euch, wenn sowas nicht gemügt hat, ey. Albtraum. Und Herr Schoss zumindest ist da, so wie Erkoyama. Ich gehe mal kurz auf Turnett. Wir sind im Imdi. Ey, 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 ey. Hallo. Hallöchen. Oh, Miss Barnes. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Wie geht's Ihnen? Hallo, Miss Barnes. Oh, Herr Tenuta? Ah, hallo. Ja, hallo. Alles okay bei Ihnen soweit? Ja. Äh, alles okay. Klingt nicht selber zeugend. Ja, ich schau mich ein bisschen um. So, wissen Sie, ich... Ich geh jetzt auch nur kurz auf Toilette und geh sofort wieder nach vorne. Ja. Ich bin ein bisschen, ja nicht gestresst, aber überaufmerksam gerade. Fangen Sie einfach ruhig. Das war's. Ja. Lass uns nicht. Was soll ich Ihnen sagen, wo die sind? Äh. Ah, ja, ja. Einfach in den Aufzug und dann zu den Fletten fahren, genau. Ja, stimmt. Da war ich ja heute. So, äh, sollte ich, äh, in den nächsten Tagen sterben, so sehe ich aus, äh, wenn ich nicht tot bin. Jetzt hören Sie doch auf. Was? Geh auf! Sagen Sie so Sachen nicht, Miss Barnes. Wenn Sie irgendjemanden zum Reden brauchen, wohnen Sie mich lieber an, okay? Aber sagen Sie so Sachen nicht. Ja, ich versuch's. Ich versuch's, Herr Tenuta. Das wird schon. Komm heute Nacht vorbei. Nein, das ist, oh Gott, das denkt sie nicht. Lies mir alles vor, alle Schilder. Oh mein Gott, der Chat, was? Mia? Das kommt von dir? Ja, der ist toll, der ist so, der wird so mega empathisch gespielt, ich finde den mega, ey. So, ich geh mal ganz kurz, äh, pipay, ich bin sofort wieder da, ne? Und ich bin sofort wieder da, ne? Und dann geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay 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 Wer ist denn jetzt als Frau Nuck ist ja meine allererste Ansprechpartnerin, oder? Ich glaube, ich glaube, ich würde sie nochmal anrufen und einfach die letzten beiden SMS vorlesen Also das müsste eigentlich erreichbar sein. Ja, Frau Nuck, ganz kurz, ich schreibe doch ja gerade diese SMS mit dieser, wie sie sich nennt, AT-Mess und habe die Datenschutzaufhebung jetzt auch da gerade losgeschickt, die hat Herr Creamer mir geschickt und tatsächlich in der SMS sind ein paar Sachen sehr interessant, zum Beispiel, dass hier der Kopfschutz, dass hier der Kopfschutz, dass hier der Kopfschuss an Frau Nuna Fujiwara halt zugegeben wird, schriftlich und ähm... Oh, okay, das wäre gut, wenn das auch so schnell wie möglich war, dann können wir vielleicht so schnell wie möglich auch Kraftbefehl für die bekommen. Genau, das heißt, ich muss nämlich jetzt wieder das Screenshot schicken. Äh, ich kann ihn dir aber schon mal vorlesen, einfach damit sie es einmal schon mal gehört haben und dann würde ich es nämlich gleich nochmal rumschicken. Äh, ja, ich würde sagen, ich muss gleich los, also dann, äh, ja. Okay, ansonsten schicke ich das einfach, an wen kann ich mich denn da jetzt wenden, nur einfach damit, damit da jetzt jeder irgendwie da, ich möchte es einfach nur kommunizieren gerade. Also am besten rufen wir da gerade noch Herr Creamer an, ich glaube, der ist noch am freisten, der ist zwar auch gerade im Einsatz, aber wir haben gerade alle irgendwie was zu tun, ähm, aber am besten Herr Creamer, glaube ich. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann nehme ich Sie ganz normal in den CC und Herr Chase auch. Ja, es tut mir leid, Kramerspanz. Alles gut, alles gut. Entschuldigen Sie nicht dafür. Okay, dann Dankeschön. Ihnen auch, ähm, und vielen Dank für die Hilfe. Ja, passt auf sich auf, tschüss. Ciao. So. Na gut, hier, Sekunde nochmal. Ja, alles gut. Sorry, ne, jetzt habe ich ja noch ein Screenshot. Ja, das ist ganz gut, dass das mit Fujiwara, also ich glaube, der Supporter spielt das auch so super fair gerade, ne, dass nichts aus Versehen ist. Ähm, SMS haben wir hier sechs, dann kommt, geht es ja weiter. Ich schaue dir jetzt einfach nicht mehr. So. Oh, die Nummer sechs war, ach, das ist die Nummer sechs war, dass ich den nicht bearbeiten könnte. Okay, das brauche ich dann nicht. Ich gehe nicht jetzt mal. Okay. 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 So, oh Gott, es ist mal. Neue E-Mail? Ach so, ich kann mir hier keine E-Mail versenden, da ist es ja. Ja, SAPD, Administration. Ich bin gemütet, ja. SAPD, die Tech Team. Anouk und Jonathan, Boris. Chase, das darf nie wieder passieren mit Herrn Boris. Ach, weiter, weiter, weiter. Hier wird auch gestätigt. Hier wird auch bestätigt, dass die Dame für den Kopfschuss an Frau Fujibara verantwortlich war. Beziehungsweise ihn selbst ausgeführt hat. Ach, ich bin so doof. Guck mal, da habe ich schon wieder gemacht. Ist aber gut, dass man jetzt mehrere Sachen anhängen kann. Hier wird auch bestätigt, dass die Dame für den Kopfschuss an Frau Fujibara, Frau Luna Fujibara verantwortlich war, beziehungsweise ihn selbst ausgeführt hat. Die hat ihn nicht aufgeführt. So. Boah, Alter, ich bin so müde. Ich denke die ganze Zeit, ich habe Millionen Schreibfehler. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Vielen Dank. Oh, ich wollte ihm gerade einen Donut anbieten und dann habe ich ihn selbst noch gegessen. Ich habe doch zu Hunger. Gönnen Sie sich? Bitte? Gönnen Sie sich? Ja, Entschuldigung. Gönn ruhig sitzen bleiben, ich gehe mal ganz kurz nach unserem Auto unten gucken. Da ist unser Leidenschild. Morgen gleich was zu essen, um zu trinken. Ah, ist auch ganz sehr angenehm, was der Fee muss ich sagen. Hallo. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Ja. Sind Sie hier, um eventuell die Patienten, die gerade mit Schusserletzungen eingeliefert worden sind, zu... Nein. Nein, okay. Da kommen gerade meine... Da kommen die ganze Schose, die da gerade runterkommt. Mit denen bin ich hier. Ah, mit denen, okay, gut. Dann versuchen wir weiter, das Pili zu erreichen. Wir erreichen da nämlich im Moment leider keinen. Oh, okay. Okay, was ist denn, was ist denn mit denen? Also wir haben hier mehrere Schussverletzungen, wo die Patienten noch nicht untersucht wurden von euch oder noch nicht aufgenommen wurden. Das wäre ganz toll, wenn da noch jemand kommen könnte. Achso, die sind nicht durchsucht worden. Ob sie durchsucht worden sind, weiß ich nicht, aber die müssen ja immer, bevor sie das MD verlassen, nochmal von euch vernommen werden oder so. Genau, okay. Und das ist halt noch nicht passiert. Wir haben auch noch ein paar Projektile hier, für das dann vielleicht den Kollegen geben könnten. Ja, also Sekunde, 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 vielleicht mein Kollege. Ja. Ja. Äh, hier sind noch Leute mit Schussverletzungen. Ei, ei. Die müssten, hier müsste noch jemand vom Pili das einmal gleich abhandeln und befragen. Das sind, die gerade erst reingekommen sind? Gerade erst reingekommen sind, ja. Ja, zum Teil sind, also sind schon welche operiert, die sind schon fertig, die möchten auch gerne gehen. Ähm, ja. Und Projektile gibt es noch. Und Projektile gibt es dann auch noch. Ganz der Moment. Mhm, okay. Ja, das hätte ich nämlich auch gefunkt, aber ich bin dann ein bisschen durch den Wind, das ist mir ganz sicher. Ja, ist ein bisschen wild heute wieder, oder? Ja, generell wild, ne? Mhm. Heute viel los hier? Mhm. Oh. Ja gut, dann wäre heute eh nicht der Tag gewesen, wo ich meine Schrauben entfernen lasse. Oh. Okay, nee, dann ist... Gut. Aber da finden wir auf jeden Fall einen anderen Termin, oder? Ja, das sowieso. Also solange die keine Probleme machen, hieß es, kann ich doch erst mal drin lassen. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, also, äh, bei uns gerade ein bisschen schwierig aus, die Projektile habt ihr ja sowieso, ne? Die Projektile haben wir noch, ja. Habt ihr auch die Namen von den ganzen Personen? Also ich hab den Namen von meiner Patientin. Ja. Ähm, von den anderen Patienten müsste bei der Leitstelle nochmal nachgefragt werden. Ähm, okay, dann kleinen Moment. Ist das denn schief? Kommst du kurz? Natürlich. Ja. Anna, diese Abende. Ja. Ja, aber irgendwie ist auch... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich daran, dass ich wenig geschlafen habe, irgendwie... Es fühlt sich an, als wäre der ganze Tag irgendwie dumpf. Weiß nicht warum. Ganz komisch heute. Komische Luft draußen, oder? Ja, das stimmt. Okay. Dann das folgende Mal. Die Projektile würden wir gleich alle mitnehmen, die sie schon haben. Mhm. Und von den Personen würden wir uns nur die Namen holen. Also, dass wir uns kurz von den Personal ausleihen nochmal zeigen lassen und dann können die gehen. Alter, wie nice die steht und wie nice das aussieht mit den Schuhen und überhaupt. Also dann sage ich das eben mit der Leitstelle, dass wir die Projektile, dass die alle hergebracht werden und die Namen und... Ja, irgendwie bin ich voll verliebt. Ich weiß nicht warum, irgendwie bin ich voll verliebt in die Dame. Äh, sind die oben in Einzelzimmern oder wo sind die? Teilweise, teilweise, teilweise im Alterszimmer, teilweise im Aufwachraum. Ach so. Überall verteilt im App dieses Max steht. Ja, es geht halt nur darum, wie gesagt, dass wir uns kurz den Personal ausleihen. Genau. Ich meine, vernehmungsfähig sind sie eh nicht dadurch, dass sie unter einer Kursie waren. Wenn ihr jemanden habt, der uns mit nach oben bringen kann und uns hinten die Leute uns kurz zeigen kann, sollte ja schnell gehen. Ja, ich kläre das mal, dann nehme ich euch gleich mit hoch, okay? Alles klar. Okay, perfekt. Okay. Ja. Nein. Ja. Haben wir noch irgendwas? Nee. Nein. Nichts mehr. Ich glaube, jetzt ist erstmal Ruhe. Hoffen wir es. Okay, das ist gerade so komisch, dass mir nichts gesagt wird oder so oder dass ich nichts wissen darf, aber ich habe mal davon gehört, dass wenn man sie jetzt betroffen ist, dass man die Sachen dann nicht mehr mitkriegt. Das ist so komisch einfach, weil ich gerade jetzt sehe ich, Herr Kuriame rennen, dann ganz am Anfang heute haben sie ja mit Herrn Kuriame noch irgendwie zur Seite gezogen. Ich meine, ich weiß schon, dass da irgendwas los ist, aber es ist trotzdem sehr, sehr komisch. Ja, gut, ich sage mal, dass da was los ist, kann sie auch hier dazu. Danke, liebes, für dich. Okay, also, ich würde euch einmal mit hochnehmen ins Einzelzimmer. Da ist eine Patientin, die anderen sind alle im Aufwachraum und die Kollegin sagt, einige Patienten sind halt auch fußläufig reingekommen und wurden auch noch nicht, Dann machen wir das auch noch. Ja. Dann Abfahrt. Oh Gott, auf geht's. Dann, Kollegin, durchsuchen wir die alle. Ja, ja. Ja, ist vielleicht besser. Hallo. 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 Dann, ich gehe einmal nach oben. Also, ich habe vorhin noch zu deinem Kollegen gesagt, irgendwie sieht es heute bei euch echt ruhig aus und plötzlich, ja. Habe ich jetzt eben leider akustisch nicht verstanden. Also, ich habe gesagt, ich habe vorhin noch zu eurem Kollegen gesagt, bei euch sieht es heute echt ruhig aus und dann, ja, kam plötzlich alle. Ich dachte, es war das böse Wort. Danke dafür. Kein Thema, aber gern. Ja. Das war gestern Abend auch so. Das war es aber ein bisschen später. Auf einmal hatten wir hier, das war es auch nicht, auf Erden. Wir können gleich einmal kurz mit rein. Ups, hallo. Ich habe hier einmal das PD für Sie. Hallöchen. Wir würden einmal kurz nach Ihnen schauen und dann würde ich Sie bitten, noch ein paar Minuten zu warten. Dann würde ich in der Zwischenzeit Ihre Medikamente besorgen und dann dürfen Sie auch gehen, okay? Ja, wie gesagt, ich laufe nicht weg. Okay, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Einen wunderschönen, wie geht's dir? Oh ja, mir ging es schon mal besser, ne? Ja, gute Besserung erst mal, ne? Ja, vielen Dank. Dann sind Sie auch gleich wieder los. Wir brauchen nur zwei, drei Sachen. Einmal bräuchten wir Ihren Ausweis. Haben Sie den bei sich oder irgendwo bei Ihren Sachen hier irgendwo mitliegen? Äh, ja, den habe ich in meinem Modi. Können Sie einmal gucken, ob Sie ihn finden? Na, klar. Äh, da ist er. Äh, Frau Curtis. Okay, können Sie ihn schon mal weglegen? Moment. Hm. Hast du genug zu essen, um zu trinken hier? Ja, ja, ich habe genug, danke. Okay. Okay. Äh, noch zwei andere Sachen. Wir müssten einmal noch Sie bzw. Ihre Sachen einmal ganz kurz durchsuchen, ob Sie irgendwas bei haben, was Sie nicht bei haben sollten. Ein Schwarzschirm und Test machen, danach sind Sie sonst schon wieder los. Ja, okay, hört sich gut an. Äh, ging Ihre Sachen hier soweit rum, haben Sie hier am Bett alle? Ja, ja, meine Hose liegt da auf dem Stuhl, bei Ihnen auf der Seite. Ja, und sonst, ne? Oder so haben Sie aber nichts mehr. Nö, 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 nö. Ich würde es uns vorstellen, dass die Kollegen Sie vielleicht einmal so oberflächlich einmal ein bisschen abtasten, ob Sie was bei haben, ne, ist vielleicht angenehmer für Sie, als wenn ich das jetzt mache. Ja, wäre mir schon lieber. Ah, das ist kein Thema. Dann, die Kollegen. Hier, können Sie sich vielleicht so ein bisschen aufrichten, einfach nur so ein bisschen hinsetzen, oder bereite ich Ihnen das Schmerzen? Äh, das geht schon. Warten Sie. So. Dann, äh, machen Sie einmal kurz die Arme, wenn es geht. Genau, Dankeschön. Na klar. So, okay. Okay. Dann beeile ich mich. Ich schaue mal. Ja, schiebe ich das mal ein bisschen zur Seite. Ach, Sie haben den gleichen Schlüsselanhänger wie ich. Er ist cool, oder? Er ist einfach der Geilste. Ist halt wirklich so. Ja, okay, alles gut. Okay. Also, wir können sich wieder hinlegen. Ja, perfekt. Dann machen wir nur kurz mit Ihnen einen Schmausporn-Test noch. Das geht aber schnell. Dann muss ich noch einmal hier mit diesem Test, den ich hier bei mir habe, einmal kurz noch über die Randflächen gehen. Und tut nicht weh oder irgendwas. Kann vielleicht ein bisschen kitzeln, wenn Sie sehr kitzelig sind. Ja, das geht tatsächlich. Ja. Dann geben Sie mir einfach nur Ihre linke Hand ganz kurz her. Ich verstanden. Ich habe Crime-Karte bekommen. Ja, so. Genau. So, nicht erschrecken. Ich gehe nochmal so drüber. Sie sind sympathisch geworden. Genau, so. Dann können Sie die schon mal. Können Sie mir Ihre rechte Hand auch kurz rüber geben? Geht das? Ja, ja, klar. Hier auch noch. So. Also, die Handflächen. So, genau. Dann haben Sie es schon hinter sich. Dann kann ich den hier schon mitnehmen. So. Okay. Ähm, Kollegen, Sie haben nichts gefunden? Nein. Okay. Dann, Frau Curtis, sind es auch schon wieder schöne los. Dann Ihnen gute Besserung und trotzdem noch... Na, ich sage jetzt mal einen schönen Abend. Äh, mal gucken, ob er schön wird. Aber danke. Auen Sie sich. Okay, dann. Bis dann. Ja, ciao. So. Okay, seid ihr durch? Ja, die Damen haben wir schon mal abgearbeitet. Perfekt. Dann bringe ich euch noch einmal runter zum Aufwachraum. Und dann mache ich hier oben weiter. Dann müsstest du uns nur zeigen, wer davon alles unten betroffen ist. Ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt habt. Ich habe... Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm... Ich habe den Überblick verloren. Nicht so gut für uns. Mhm. Ja, es ist halt... Es kümmert sich jeder um seinen Patienten und kriegt dann halt nur so auf dem halben Ohr, wenn überhaupt, mit, was da bei den Kollegen noch abgeht. Das hat mich sowieso wie... Die hier mal den Überblick behalten. Da frage ich mich jeden Abend aufs Neue. Aber irgendwie... Ich denke mal, das ist ähnlich wie bei euch. Du bist dann im Tunnel-Modus und kriegst dann nur noch das mit, was unbedingt notwendig ist. Das stimmt tatsächlich. Moment bitte, ich guck mal, ob meine Kollegen schon hier sind. Ja, guck mal, wie viele das noch sind. Hallo, Ariane, wie geht's dir? Es geht einmal weiter mit dem Kollegen und dann haben wir noch eine andere Person. Da hole ich den anderen Kollegen auch noch, ja? Ja, so drei Verletzte waren es, die ihr bekommen habt, bis sie sich selbst reingeführt haben. Bis lang drei, genau. Okay. Okay, ich bringe eben noch den anderen Kollegen dann her, ja? Alles klar. Hey, schönen Abend euch, Tschüssi. Ebenso. So, wo müssen wir hin? Ja, äh, Unfall ändert ein bisschen besser, aber ne? Ich glaube, es wird erst morgen besser. Ähm, ich bräuchte einmal die Dienstmarke. Na, aber klar doch. Beide? Äh, na schon. Nur die Person, wo ich jetzt gleich das Projektil gebe. Ja, könnte mir einfach geben. Genau. Genau, das schreibe ich mir nur einmal kurz, kurz auf. So. Dann einmal kurz auf den Zettel schauen, ob das so passt, weil da kam jetzt irgendein Zusatz dazu, habe ich gehört. Ob das so, äh, erkennlich ist. Ähm, lass mal gucken. Ähm, ist 5,24 der Zusatz, wurde mir gesagt, der soll dazu. So viel Officer, für den das ist, ne? Schätze ich mal. Genau. Die, äh, passt so. Ja, okay, alles klar. Dann, kommen wir hinter zu dem Patienten. Alles klar. Der Patient ist Trey White. Alles klar, was hat der so ungefähr, so grob? Äh, Steckschuss in der Schulter. Wurde operiert. Ähm, ist auch so vernehmungsfähig, also ist klar im Kopf, äh, ist kein Problem. Ja, vernehmen werden wir ihn nicht. Wir müssen kurz... Nein, nein, aber, aber, äh, er ist, also, äh, muss man sich keine Gedanken machen. Alles klar. Na, dann handeln wir den kurz ab. So, Herr White, da ist Piddy, ist da, und... Ah, was wollt ihr denn, die Schüsse? Ja, wir haben gehört, sie wurden verletzt. Ich brauche nichts, Mann. Ich will doch nichts kaufen, Mann. Wisst ihr euch? Ja, wir brauchen aber ein bisschen was für ihn. Ohne, dann machen wir mal kurz Platz. Ja. Und zwar, Herr White, äh, auch wenn wir ihn am Schubkommen haben, haben sie den Ausweis dabei. Ja, yeah. Dann... Ja. ...teilen wir uns hier mal ganz kurz, genau. Der Ring ist bestimmt Arianis. Ich würde mir jetzt auf den Sack gehen, oh eh. Nee, auf den Sack nicht, wir haben nur zwei andere Sachen noch. Wir müssten sie einmal ganz kurz abtasten, müssen also ihre Sachen kurz durchsuchen. Ja, okay. Ähm, haben sie ihre Sachen alle hier am Bett, oder sind ich wo alle? Ja, sie liegen da, alle. Ich habe nicht viel dabei, Mann. Okay, alles gut. Äh, dann würde ich da einmal nur ganz kurz... ...durchsuchen bei ihnen vielleicht auch ganz kurz abtasten, aber ich denke mal, sind wir ja eh nicht mehr bei sich haben durch die OP, ne? Na, na, liegt alles da, Mann. Okay. Können Sie bei sich kurz die Hände ein bisschen holen, dass ich sie bei ihnen auch ganz kurz so gucken kann? Dann kann ich mir um ihre Sachen nämlich kümmern. Klar. Warum ist der so breit? Junge, was ist das denn für Charakter? Boah. Hilfe. Ich bin mir um die Sachen an. Ja, what up, Lady? Warum guckst du so? Äh, ich schaue nur meinen Kollegen zu, wie er sie durchsucht. Du hast mich so komisch angeguckt. Wie habe ich sie denn angeguckt? Oh, so flirty. Nee, 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 habe ich nicht, wir haben sie eingebildet. Äh, okay. Das war Schmerzmittel, ist so gut, ha? Was haben sie denn bekommen? Welche Schmerzmittel? I don't know. Guten Shit. Brauchst du was? Ich habe tatsächlich selber Schmerzmittel, Bachi, danke. Ich habe ja noch was, wenn du willst. Pop, den Shit. Äh, nee, nee. Aber sie haben einen ziemlich aufwendigen Ring. Das ist aber sehr schön. Oh yeah. Soll ich dir auch einen Ring geben? Äh, nein. I mean, wenn du willst. Nee, lass mich mal. Da müssen wir vorher aber essen gehen. Essen? Yeah. Auf was stehst du denn so? Oh, ne? Gerade auf Schlaf. Ähm, Sie haben, Ausweist haben wir gesehen, ne? Ausweist haben wir gesehen. Aber jetzt, sie haben soweit nichts bei, das ist gut, sie eins gesagt hat, die wir noch schnell machen müssen. Schmerzmittel-Test. Mann, du kannst jetzt mal abhauen, Jess. Ich habe jetzt mit der Lady was zu klären. Nee, ich fahre nicht ab. Was wir jetzt machen, ist noch ein Schmerzmittel-Test bei Ihnen. Das heißt, ich muss mit meinem Test ganz kurz über ihre Hände einfach nur fahren. Danach sind wir dann wieder weg. Ja, aber die Lady macht das. Wenn die Kollegin das möchte. Wissen Sie, ich, ähm, ich, ich muss das noch lernen. Ich schaue gerne meinen Kollegen zu. Ja, ja. Okay, ich dachte, du bist sein Chef. Jetzt, jetzt hören Sie aber auf. Jetzt schmeichen Sie mir aber. Oh, yeah, oh, lady, that was... Das wäre nämlich der richtige Weg hier. Ist ja ganz gefährlich. Okay. So, okay. Okay, Herr Wade, dann geben Sie einfach nur ganz kurz Ihre linke Hand. Ich gehe nochmal in den Innenflächen lang. Ja. So, genau. Dann geben Sie mir mal ganz kurz noch Ihre rechte Hand. Ja, hier. So, schau dir, das hättest du eigentlich machen können. Ich gehe auf die Innenflächen kurz lang. Nächstes Mal nach. Aber hoffentlich gibt es keinen Nächsten. So, haben Sie das auch schon geschafft. Kann ich die da wegstecken. So. Okay. Wie heißt du, lady? Ähm. Ich bin die PD, äh, PD19. Boah, das wird so wacken Nummern, schesse. PD19, schesse. Fuck PD19. Ich wollte ein Name haben. Ja, wie gesagt, da müssen wir vorher essen gehen. Aber das, ähm, ich bin der Nächste. Machen wir, schesse, ja. In welchem PD bist du? Ich hole dich ab. Das müssen Sie herausfinden. Das ist jetzt ein Spiel. Okay, okay. There you go. I got it, I got it. Okay. Gut. Yeah, okay. Ja, weißt du, eine gute Besserung. Wir sind schon wieder weg. Yeah, don't see ya, shawaii. Was wird euch beiden? Ich weiß. Wir sind die Ablöser. Also die eigentliche Streife, die hierher kommen sollte. Er hat ja selber jetzt schon angeboten. Achso, wir haben noch eine Person abzuhandeln. Die anderen haben wir schon. Okay. Sollen wir die Person dann übernehmen, oder? Sind sie gerade so im Flow drin? Er kann. Genau. Wichtig ist halt, dass die Leute dann Bescheid weiß, wer vorne ist und es durchgegeben wird. Jetzt verwechsel ich die sogar. Ich verwechsel die gerade wirklich. Mit wem schreibe ich gerade? Aber das ist doch die vom Foto. Das ist doch die vom Foto, die mit ihm. Dann ist er aber nicht der, der auch. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Hallo. Sind Sie fertig? Die Kollegen übernehmen gleich die andere Person. Jawohl, alles klar. Wunderbar, danke schön. Lass uns kurz mal zur Seite gehen, dass das eben nicht hier arbeiten kann. Ja. Dann machst du weiter, ich gehe nach vorne, ne? Ja. Und die Trage, die kommt runter, habe ich runter. Die kommt runter, genau. Einmal hier. Projekt, die schulter. Ähm, genau. Das ist das eine Projekt hier. Da müssten, glaube ich, noch welche kommen. Es müsste eins, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich bin nicht gemäht hat, dass ich selbst nicht weiß tatsächlich, wer wer ist. Kannst du die mit aufschreiben, wenn du willst. Das ist schon gekommen, okay, wenn wir die verwechseln, wir müssen eigentlich nur Bescheid sagen. Ich weiß gar nicht, wer mit uns da unterwegs war, herunterhabe, glaube ich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das eine ist Sascha Curtis. Kann mich nicht mehr erinnern, ey. Und wenn er schwarze Haare hat, dann ist nicht er derjenige. Das andere ist Trey White. Oh, ich gebe dir mal für beide, ich muss mal ganz kurz die Tütchen hier noch beschreiben. Oh yeah, see you later, shorty. Oh, da hin, wohin? Gut. Okay. Oh nein, ich würde an ihm was erinnert. Aber ich weiß nicht, weil es nicht gelesen wird. Geht's sofort weiter, liebes MD? Ich sag's ihnen einfach, wenn sie fertig sind. Oh, der Kollege wartet hier schon, okay. Wer war da, ist das auch ein richtiges Tier. Einfach ein richtiger Mann ist geil. Wer war da, ist das wohl der Bär? Alter, das ist, glaube ich, der coolste Crime-Charakter, den Sie machen. Wenn ich jetzt gesehen habe, meine Güte, wie der Aussag, heftig, ey. Einmal Sascha Curtis, einmal Trey White. Das heißt, bei der Person, die ihr jetzt noch habt, dann ebenfalls Schmauchspurntest machen, durchsuchen. Manche davon haben sich selbst eingeliefert. Ja. Genau, und halt Personal aus, das heißt, einmal prüfen wegen Namen. Check. Also, wenn ihr die vernehmen wollt, wenn die vernehmungsfähig ist, müsst ihr entscheiden. Ich weiß nicht, was euer Auftrag ist, leidens der Leitstelle. Die sollen hier hinkommen und wir... Das sind alle und Projekteile aufnehmen. Okay. Aber ich schätze mal, die sind alle auf Schmerzmüll, wenn die alle eine Schusswunde haben, von daher... Also, ich sag mal so, der Herr White wäre tatsächlich vernehmungsfähig gewesen, aber wir haben halt keine Kapazität bei den Einsätzen. Hat der ja keine Schusswunde? Ist der irgendwie umgeknickt, oder wie war der hier? Doch, doch, der hat eine Schusswunde. Ich weiß nicht, warum das Emdi sagt, dass der vernehmungsfähig ist. Die wissen schon, was sie machen. Entschuldigung, ich möchte nicht sofort... Der hat erzählt, dass sie am Gewissen ohne Betreuung wie... Also, Ariane passt so gut in das RP, grad. Ich bin mega verpeilt. Ariane ist halt des Angst des Todes und so, dass sie kurz hier rausfielen. Boah, aber ich... Nee, der könnt ihr euch machen, jetzt die Person, weil manche davon wollen auch nach Hause, soweit ich weiß, wenn ihr dürfen gehen. Check, genau. Gehen wir mal. Alles klar. Dann passt auf euch auch auf, wir sehen uns. Ja, ebenso. Bis dann. Bis dann. Tschö. Oh Gott, hier, die Person hat grad wieder geschrieben. Ähm, jetzt muss ich aber mal irgendwie gleich mit Herr Krimer reden. Okay, was hat sie geschrieben? Schwierige Sachen, äh... Also, ich möchte mal kurz was sagen. Die SWAT-Ausrüstung, die hat ja Helme, ne? Ähm, was muss ich tun, damit ich diese ganze Ausrüstung tragen kann? Und zwar von morgens bis abends, auch wenn ich ins Bett gehe. Äh, das ist so nicht möglich. Das, also, das werden wir mal sehen, ob das so möglich ist. Äh, ich scheiß mir grad deine Hose und ich hab die Leute verwechselt. Das ist wohl nicht diese Artemis, das sind wohl beide nicht die, die mich, äh, entführt hatten. Das... Das ist so mega verwirrend grad. Okay. Ja, guck mal. Also, hören wir uns gleich in Ruhe mal an. Ich glaub, ich muss sie wieder als Beinschussfrau einspeichern. Äh, ja, so hatte ich sie auch vorher eingespeichert. Hören Sie auf, ich hatte den anderen als Entführer-Chan eingespeichert. Jetzt, äh, muss ich die Namen auf jeden Fall von beiden wieder erinnern. Als Entführer-Chan? Mir ist mir auf die Stände nichts eingefallen. Wenn Herr Kowalski auch Kowalski-Chan oder so süß und lieb ist. Aber das hat nichts mit den Info-Chan zu tun. Das war ironisch dann gemacht. Ach, ist ja auch scheißegal. Ich hab nichts gesagt. Vergessen Sie es. Alles gut. Alright. Wollen wir los? Ja. Jo, dann auf geht's. Ja, äh... Bitte ich übrigens. Ja, genau, Frau Barnes hat die ganze Zeit SMS bekommen. Neue, gut ruhigende SMS. Und wahrscheinlich hab ich die verwechselt, dass es wohl nicht diese Artemis... Ich hab den Überblick von euch, muss ich mit der Green machen. Alright, kriegen wir alles hin. Ich muss erst mal, äh, andere Gespräche grad noch kurz sagen lassen. Oh Gott. Oh nee. Ich muss ja sagen, gut hier, ne? Hat Kate sich ja am perfekten Zeitpunkt, äh, ausgesucht, abzuhauen. Wollen Sie kurz unter vier Augen miteinander reden, dann stellen Sie kurz zur Seite? Nö, alles gut. Passt schon. Weißt du jetzt so allgemein auf die Situation bezogen, oder? Ja, heißt jetzt, das ist gerade ja diesmal weg. Weißt du doch. Oder nicht? Ich glaub, trotzdem wird das so zusammengekommen. Das zählt, ja, aber... Ja. Du wirst mich übersetzt nicht so die Info, die ich jetzt als allererstes irgendwie momentan im Kopf hab. Ja, ist mir schon klar. Weil sie sind auch nicht mehr verlobt und gar nichts mehr. Das Thema ist da durch. Oh mein Gott, es tut mir leid. Entschuldigung, ich hab mitgehört. Ja. Alles gut. Sicher. Mach da kein Geheimnis draus Missbahns. Alles gut. Oh, es tut mir trotzdem leid. Ja, es ist halt wie es ist. Mir ging es halt nicht mehr so gut. Letzten Endes. Du verstehst halt, dass sie ihre Zeit dann sich für sich braucht. Der Abgang hätte schon mal sein können. Wollen wir jetzt eigentlich hin? Ähm. Ja. Da fällt mir aber grad ein, ich glaube, ich sollte für irgendwie noch mal ne Vermisstenmeldung aufgeben. Für wen? Äh, Skinner. Ist der, äh, hat sich länger nicht gemeldet oder warum? Also, der war, ähm, in Phoenix ne ganze Weile ist aber auch länger dann geblieben, hat sich dann mit nem Brief bei mir oder SMS gemeldet und seitdem ist er vom Airbus verschickt. Okay. Wir sollten sie das mal tun. Ja, ich, ich, ich bin mir noch nicht sicher, dass ich ihn vermissen nehmen soll, weil wir auch so ein paar Problemen miteinander verstehen, ne? Ja, es tut mir leid, dass ich mich früher nicht gemeldet hab, aber es geht gerade nicht. Okay, weil ich halt noch mal diese Strecke abwand jetzt unter als Rollen. Ja. Strecke abwand? Äh, von ihr. So, wir hätten tatsächlich noch nen anderen Auftrag, also, oder ne Anfrage bekommen. Okay. Muss man sich Sorgen machen? Bitte? Muss man sich Sorgen machen? Äh, ich mach sie mir zumindest. Kannst du mal kurz hier gucken? Ja. Wir können ruhig das im Airbus machen. Ich wollte sie auch mal anrufen und mal allgemein hören, wie's ihnen geht und so, aber wir können gerne dann nen anderen Mal reden. Wissen Sie, ich, ich, ich kann Ihnen sagen, wie die SMS geendet sind gerade, äh, da hieß es, ähm, zweimal wurde mein Leben verschont, äh, oder zweimal hätte man, hätte mir nicht mehr gesehen. Das war eine Dame, die hat mir einmal neben den Kopf direkt geschossen und dann mir ins Bein geschossen und, äh, jetzt, äh, hat sie geschrieben, alle guten Dinge sind frei und sowas und ich, äh, ja, ist ein bisschen schwierig gerade. Und sie will auch noch mein anderes Bein bearbeiten und, ähm, es ist da sehr schwierig und ich hab die Person verwechselt, tatsächlich. äh, hab sie unter Tessals und Artemis, aber das sind wohl nicht, ach, ich bin mir einfach nicht so sicher. Das ist die Dame, die mir ins Bein geschossen hat, das ist schon die, die mich entführt hat. Oh, nee, ich bin, ich bin so durcheinander, ne? Ich bin einfach nur so durcheinander. Wo sind Sie denn gerade? Wir sind jetzt gerade, ähm, ähm, äh, auf einem Parkplatz. Meine Ehre? Achso, ey, ich bin unterwegs mit Herrn Kuriam und Herr Gutmann. Achso, okay, also Sie sind in Sicherheit und alles ist gut, also es ist nicht so, dass Sie... Nee, alles gut. Jetzt sitzt du gerade im Auto. Ja. Okay, Frau Banz, dann sind Sie in guten Händen und wir reden mal, wenn wir beide Ruhe haben. Okay, gut, wie lange sind Sie heute noch im Dienst? Ich bin heute gar nicht im Dienst, weil ich noch nicht wieder dienstfähig war, äh... Oh Gott, was ist denn bei ihm passiert? Ja, ich war vor der Bank und wer weiß, hat gesagt, wir stürmen jetzt und ist losgelaufen und dann konnte ich nur mitlaufen und hab versucht, ihn zu schützen. Das hab ich scheinbar auch geschafft. Oh mein Gott, ist... Aber alles wieder in Ordnung? Ja. So weit in Ordnung sein kann. Wie gesagt, wir können uns dann mal gut drüber unterhalten. Körperlich ist alles wieder soweit in Ordnung, denke ich, hoffe ich. Weiß ich nicht. Ja, bei mir ist es auch nur körperlich. Okay, ja dann, ähm, vielleicht kann man sich ja heute, äh, später irgendwann nochmal... Ja, oder die Tage oder so. Oder die Tage, ne. Ich glaub, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Okay, dann, dann die Tage ja hin. Frau Banz, passen Sie auf sich auf, ne? Ja, Sie auch auf sich. Bis dann. Wenn was ist, können Sie anrufen. Mach ich. Bis dann. Tschüss. Äh, Frau Banz? Ja. Bleiben Sie noch ein bisschen im Dienst? Da waren Sie auch aus der Dienst. Weil wir hätten was vor, was ein bisschen dauert. Also Sie können mitkommen? Wir wollen mit der MWU rausfahren. Richtig. Ich werd bestimmt nicht, ich hab jetzt keinen mit dem ich rufe. Ich bleib schön bei Ihnen. Also, der MW kriegt hier keiner raus. Alles gut. Ja. Ne, wir wollten sie nicht... Trotz und Vorsitz, ich darf eine Vermisstenmeldung rausgeben. Ich mein, im Prinzip kennen Sie den Herrn ja. Ja, aber ich bin so sauer aufnehmen. Ja, okay, ja, mach ich, mach ich. Ich wollte grad sagen, also sauer ist zwar schön und gut, ich bin auch enttäuscht von Miss Sykes, aber ich will trotzdem hier jetzt halt eine Meldung halt rausgeben, weil... Ja, ja, das mach ich mal. Oh mein Gott, jetzt ruf mich dieser Typ an, der Typ von der Bank ruf mich gerade an. Ja, wir sind hier. Ja, hier. Ja, hallo. Ah. Hallo Ayrane, wie geht's denn? Fantastisch. Und selbst? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Viel zu tun heute. Ähm... Ne, heute ist eigentlich mal ein entspannter Tag, kann man sagen. Ein entspannter Tag, okay. Ja? Und äh... Und bei Ihnen? Alles gut soweit? Auch einen entspannten Tag? Einen sehr entspannten Tag, ja? Das freut mich doch. Wirklich, das freut mich. Wie geht's Ihren Beinen? Mein Bein geht es wunderbar. Die Wunde verheilt gut. Das freut mich doch, das freut mich doch. Naja... Manche Dinge müssen halt leider passieren, ne? Ob man sie will oder nicht. Sind Sie gerade zuhause und entspannen sich da ein bisschen? Tatsächlich, ja. Von der... den ganzen... ne? Mhm. Haben Sie ne schöne Aussicht da? Ich hol's doch meine Waffen ab. Die Spahn, sie sind ja... meine Güter. Neugierig. Richtig, äh... Ja, wollen Sie wissen, wo ich grad bin? Ist das Ihr Wunsch? Ihr Verlangen? Vielleicht will ich einfach nur wissen, wo ich zukünftig wohne. Wo Sie zukünftig wohnen? Mhm. Sind Sie denn schon soweit, mit mir zusammenzuziehen? Na, ich bin einfach nur neugierig. Mhm. Einfach nur neugierig. Weitereinein, dann unbedingt anschließen. Vielleicht sollten wir uns ja erstmal auf einen Kaffee treffen, wie wir eigentlich besprochen hatten, oder? Bevor wir direkt zu so anderen Dingen kommen. Äh, welcher Tag soll es denn sein? Wann passt das denn? Das ist... wissen Sie, ich hab ja... keine Arbeit gesehen. Wir haben erstmal in Bewegung. Äh... Im direkten Sinne. Bauen wir mal erstmal nicht zu den Boten. Nee, nee. Ja. Fragen Sie mir einen Tag? Spontan, oder? Spontan würde ich nicht sagen. Ich würde einfach sehr gut durchstrukturiert, aber auch ähm... sehr frei wählbar. Gut durchstrukturiert? Ja, ja, ja. So ist es ja bei mir auch. Ja, nicht anders. Also mir passt eigentlich jeder Tag. Schreiben Sie mal das Auto hinter Ihnen. Wie wäre es denn dann, äh... Sonntag? Sonntag? Keine Uhrzeit Sonntag? Oder wollen wir das dann spontan schauen? Ich sag spontan. Spontan ist immer am besten. Spontan ist am besten. Ich würde mich dann einfach nochmal melden. Am Sonntag. Ja, das klingt doch gut. Wie läuft das denn dann ab? Haben wir dann Begleitschaft von Detectives oder ähm... Wie wäre es denn denn am liebsten? Ja, am liebsten ist mir natürlich immer unter vier Augen, richtig? Ja, aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich da ein kleines Vertrauensdefizit habe. Wieso denn? Habe ich Sie bis jetzt angelogen? Das tatsächlich nicht, aber ich habe heute einige SMS bekommen. Sie haben SMS bekommen? Was denn für SMS? Davon wüssten Sie gar nicht? Ja, erzählen Sie doch mal. Ich bin interessiert. Jetzt bin ich aber tatsächlich interessiert, ob Sie da Bescheid wissen. Weil dann mache ich mir tatsächlich Sorgen ein bisschen um Ihre derzeitige Beziehung. Sie machen sich äh... sogar Sorgen darum? Ja natürlich, ich möchte immer nur das Beste für die Menschen, ne? Ich misch mich ja nirgends ein oder so. Hm, das stimmt wohl. Das möchte ich natürlich nicht. Also... Ja, dann erzählen Sie doch mal, was denn für SMS? Sie, also... ich muss das natürlich jetzt auch mal ganz kurz abklären, ne? Also Sie sind jetzt äh... kein Single? Ich erinnere mich an das Foto, das ich mir anschauen sollte. Und bin ein bisschen verwirrt tatsächlich, muss ich sagen. Äh, die Tage waren so ein bisschen nervenaufreibend. Miss Banz, erinnern Sie sich nicht mehr an unser Gespräch in der Garage? Bedingt. Nicht an alles. Nicht an alles. Nein, frischen Sie meine Erinnerung bitte auf. Was brauchen Sie denn für eine Auffrischung? Also im Endeffekt, wir haben über den Beziehungsstatus, glaub ich, ähm, jeweils voneinander gesprochen. Ja, und äh, ich sollte mir doch auf Insta dieses äh, Foto anschauen, dieses schöne... ...romantische Bild, oben. In der Bank. Auf diese Empore. Wenn ich mich recht erinnere. Also würden Sie sagen, ein ähm, Bild entscheidet über so viele Dinge? Die SMS, die ich heute bekommen hab, die haben das schon, ähm, ein bisschen deutlicher gemacht. Hm. Tja. Manchmal kommen Dinge aber auch nur von einer Seite, Frau Banz. Ist das so? Tja, nachdem Sie da Ihre Maske ausgezogen haben, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall so. Ich glaub, das würde Ihrer, äh, eventuell Freundin aber nicht gefallen. Sie ist ganz vernarrt in mein anderes Bein. Miss Banz, wie sagten wir schon zu Ihnen, wir sorgen auch dafür, dass wir unsere eigenen aus dem Weg räumen, wenn das notwendig ist. Und für Sie... ...weiß ich nicht, ob das dann notwendig ist. Gut, ich würde mich dann Sonntag wieder melden. Hm. Sonst würde ich mal sagen, wir, ähm, hören uns Sonntag. Okay, dann bis Sonntag. Tja, war mir eine Freude mal wieder. Ja, ganz meinerseits. Um Gottes Willen, das ist ja so ein kranker Scheiß. Was hat er denn im Tenor gesagt im Telefon? Er sagt auf jeden Fall, ob wir alleine sind oder ob die Detectives am Sonntag mitbekommen. Ich meine, dumm ist er ja nicht. Dann ging es darum, dass er jetzt so hingestellt hat, dass er nichts von den SMS dieser Dame weiß. Er war ein bisschen flirty drauf, aber ich glaube halt, das ist einfach nur Verarsche. Oh Gott, ich muss immer ganz kurz chronologisch in meinen Kopf. Alles gut. Er meinte, was mir tatsächlich gesagt wurde, ist, dass es keine Probleme gibt, bei allen in dieser Gruppierung eigene Leute aus dem Weg zu räumen. Und daran hat er mich gerade erinnert. Er meint, okay, wegen diesem Bild, was lässt sie darauf schließen, dass sie zusammen sind. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, die SMS, die war doch sehr relativ eindeutig. Und dann hat er dann gesagt, dass als ich die Maske aber abgenommen habe in der Garage, da hat er sich anders überlegt und hat mich nochmal daran erinnert, dass es kein Problem ist, für ihn auch eigene Leute aus dem Weg zu schaffen. Ich glaube in kein Wort, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube in kein Wort. So eine Art zu sprechen, das lässt mir wirklich gerade den Rücken runter. Und nach dem Gespräch, ich bin immer so angespannt mit dem Gespräch, das ist ja furchtbar. Auf jeden Fall will er sich Sonntag dann mit mir treffen und weiß halt, dass da dann Leute dabei sein werden. Also ich habe keine Ahnung, wie das Sonntag gemacht werden soll und ich werde mich dann bei ihm melden und spontan einen Termin ausmachen. Er macht heute einen relativ entspannten, meinte er. Er meinte dann auch, ob ich wissen will, wo er wohnt. Also er hat den Braten natürlich gerochen. Ich habe es ja auch so offensichtlich gemacht. Dann habe ich ihm gesagt, ich würde gerne wissen, wo ich zukünftig wohne, weil da muss ich ihm ganz ehrlich sagen, da war er in der Bank, habe ich schon so ein bisschen versucht, das auf die Schiene zu machen. Weil mit ihm kann man auf jeden Fall, das ist so schwierig. Man kommt nicht wirklich zu ihm durch, es ist alles sehr gespielt bei ihm, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, man könnte ihn zu irgendeiner Aussage bringen, wenn man das geschickt anstellt. Bei der Dame ist es so, wenn ich mit ihr rede, fühle sie sich an, als können sie jede Sekunde kippen. Natürlich jede Sekunde eine Kugel im Kopf und da war ich dann auch sehr, sehr vorsichtig tatsächlich. Das Problem ist, wir gehen davon aus, dass die Leute auch sehr irrational teilweise drauf sind, was ich meine. Wir haben eine Menge Gold geklaut und anderes. Und letzten Endes spielen die halt mit uns die ganze Zeit. Definitiv. Er meinte auch, er ist sehr, also das, was er macht, ist sehr strukturiert und er scheint mir nicht wahnsinnig zu sein, sondern das scheint mir tatsächlich derjenige zu sein, der sehr, sehr bedacht ist. Dem was er spielt. Lässt sich auch mit den Antworten dann Zeit. Ich sage die Frage, ob er der Kopf tendenziell ist. Ja, das weiß ich ja nicht. Eine Sache gibt es da noch, einfach damit Sie es auch mal gehört haben. Ich werde auch heute meinen Venture-Status mal ändern. Ich habe ihn halt angelogen, was er hat auch gesagt, ja, wir haben uns ja gegenseitig da von unserer Beziehung erzählt. Und ich habe tatsächlich gesagt, dass ich aus meinem Partner, meinem Ex-Partner mir mehrfach fremd gegangen ist. Und dass ich aus einer teilweise gewalttätigen Beziehung froh bin, dass ich da raus bin und eine Beziehung hatte, wo ich keine eigenen Entscheidungen treffe. Ich wollte einfach nur, dass der, ich wollte sehr glaubhaft rüberkommen, dass da nicht irgendwie jetzt auch noch Larry irgendwie eingepackt wäre, wenn da jemand wieder auftauchen sollte. Das gleiche hat er mich auch über einen Hinweis gefragt, wieso unsere Beziehung zueinander ist. Und da habe ich auch eher nicht positiv, nicht negativ, sondern sehr neutral geantwortet, dass wir höchstens mal Verkehrsüberwachungen gemeinsam machen. Und ansonsten ich nicht wirklich von Interesse bin. Ich bin dann nur Officer 1 und so weiter und so fort. Solche Sachen habe ich einfach geantwortet. Ich habe Angst vor Sonntag. Wenn da was passiert, das müssten wir alle besprechen. Ich fühle mich sehr unvorbereitet gerade und ich weiß überhaupt gar nicht, ob es zu so einem Treffen kommt. Als besten ist es natürlich nicht. Ist halt die Frage, wie viel Wahl sie haben bei diesem Treffen. Weil manchmal sucht man hier nur den Moment, um jemanden zu bekommen, um es mal so drastisch auszudrücken. Ich glaube auch, ich werde relativ schnell irgendwo weggebracht werden. Also ich kann noch eben die letzte ist, möchte ich die Dame vorlesen. Ich hatte hier geschrieben, ich erinnere mich, sie riechen ja, ein eventuelles neues Spielzeug, dass ich ein eventuelles neues Spielzeug sein könnte. Das alte sei ja kaputt gegangen, was passiert, wenn ich kaputt gehe? Dann hieß es, nun, das ist bedauerlich. Sie verwechseln mich da leider mit Blackthorn. Sie nutzt Menschen als Spielzeug und sie schmeißt sie weg, wenn sie kaputt gehen. Für mich sind jedenfalls Menschen wie sie, aber kein Spielzeug. Ich spiele lieber mit ihnen ein Spiel oder setze irgendwann wieder eine eigene Gerichtsverhandlung an und entscheide dabei über ihr Leben. Zweimal kam sie schon davon, aber wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Haben sie gerade gesagt, dass die andere Person, von der sie spricht, die Leute als Spielzeug bezeichnet? Ja, diese Blackthorn. Dann weiß ich, um wen es geht. Achso, okay, das hat sie geschrieben. Ja, und tatsächlich wurde auch jemand in der Bank, naja, da war ein kaputtes Spielzeug. Und jeder von denen hat irgendwie einen anderen Wahnsinn in sich. Und man kann die so schwer lesen einfach. Und eigentlich bin ich relativ gut in solchen Sachen. Gefällt übrigens nicht, was im Funk passiert. Das ist ein Fister Neon. Wenn er Gas gibt, kommen wir nicht hinterher. Der will, dass wir ihm folgen. Haben sie schon darüber gesprochen mit den Detectors oder beziehungsweise mit Miss Nook, die jetzt so 100% in der Mittleren gemacht wurde, zwecks dieser Sache mit Sonntag und so? Äh, nee, gar nicht. Sie ist jetzt auch, glaube ich, außer Dienst. Sie hat sich gerade noch mehrfach dafür entschuldigt. Ich habe ihr trotzdem noch mal SMS geschickt. Ähm, ja, ich versuche, ich würde es Freitag versuchen. Ich bin zu 30. Ja, klar. Hier wollen. Also, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, mit Miss Nook zu sprechen, unbedingt. Sehr wichtig, alternativ Mr. Chase. Das sind halt jetzt die Detectives, die oder Detective Trainees, die sehr aktiv daran arbeiten werden. Ja, ich, äh, ich rufe mal Herr Chase, aber gleich mal für mich Zeit, ne? Hm. Okay, ich rufe gleich noch mal an. Äh, Herr Kuriyame, ähm, warum höre ich den Funk nicht? Ist es mir jetzt erst aufgefallen? Hm, Sie müssen ihr Funkgerät anschalten. Was ist an? Hm, sind Sie auch im richtigen Funkkreis Leitstelle? Ist der aktiv? Sind jetzt Richtung Westen unterwegs, an Download und Kemp fahren jetzt nördlich an Download und Kemp vorbei. Es hat ein neues Funkgerät, das wurde noch nicht so konfiguriert. Okay, das geht nicht, ja. Alles gut. Alles gut. Weiterhin Richtung Westen unterwegs, passiert in der Ausbildung, geht das sogar für die Leute, aber vor konfiguriert. Ich bin mir beunsichert. Weiterhin Richtung Westen auf dem Westbucci Boulevard unterwegs, sind gleich bei der PSB. Siehe, zur Zusammenfassung, wir haben aktuell 1960 immer mit dem gleichen Fahrzeug, ist ein Fister Neon Gold, welcher unter Bedacht stehen könnte, mit der Gruppierung was zu tun zu haben. Aber so ein ähnliches Fahrzeug, auch kurzem, auch schon in Verbindung mit dem, was spürt. Ja, so kann wir dann ehmogen, wieder abgebogen Richtung Süden, Rocket Plaza entlang, weiter Fahrt Richtung Süden, Rocket Plaza entlang. Weiterfahrt Richtung Süden, Rocket Plaza. Ja, ich habe heute von der NS-Taxi-Fahrerung gehört, dass sie mehrfach ranfahren musste, weil die Polizei ein Auto hatte. Nicht jetzt ab, Fahrt Richtung Westen. Mh, Miss Lucas nebenbei noch einen Dienst muss man. Weiterfahrt Richtung Westen. Achso, doch, okay. Wo ist denn da? Ich bin selbst ja gerade so unterbrochen. Ja, ist gut. Weiterfahrt Richtung Süden, weiterfahrt Richtung Süden. Little Crossenberg vorbei, Fahrt Richtung, abgebogen Richtung Norden. Ja, okay, ich warte mal eine Nachricht. Reddits with Putschi PD gleich vorbei. Abgebogen am asiatischen Denkmal, Fahrt Richtung Norden. Fahrt Richtung Osten, Richtung Arcadius Tower. Abgebogen Richtung Süden, Richtung Genki. Fährt jetzt Genki wieder vorbei, weiterfahrt Richtung Süden. Er fährt immer die gleiche Route, aber so, ey. Genki, downtown, Visenius, ohne Drehung. Richtung Fahrtruhe, Fahrtruhe, Fahrtruhe jetzt passiert. Da ist immer noch der Gönne-Früster, oder was? Einmal. Lapeute Jagdhafen passiert, weiterfahrt Richtung Süden. Der Funkrad irgendwie ruhig. Nein, nicht. Sind es auf dem Highway. Hä? Ich muss mit dem Funkrad konfigurieren. Ist abgebogen auf dem Freeway. Ah, wir hatten wir es sagen, muss man sagen, sorry. Norden, Norden, Norden. Ja, alles gut, dann bin ich jetzt hier nicht nur ich. Ja, manchmal versteht es sich sowas, wenn man irgendwie mit dem Gurt dran kommt oder so. Auf dem Freeway geblieben. Brauchstelle passiert, weiterfahrt Richtung Norden. Ich frag mich die ganze Zeit, dass die mir fallen. Jetzt auf Höhe rotes Parkhaus, fährt ab. Naja, die Käse ist ja aktuell, dass das Gold noch am Land ist. Die Versuche, das Tennis herauszubekommen. Im Prinzip waren sie woanders einen großen Knall. Wir sind alle darauf proposiert. In der Zeit schaffen sie das Gold weg. Pillbox ist gleich passieren. War das mit dem Spiel? Wir wollen einfach nur spielen, es ist ja nicht so. Wir wollen einfach nur spielen, es ist ja nicht so. Wir wollen einfach nur spielen, es ist ja nicht so. Macht für mich, müsste viel sein. Man darf auch nicht ausdacht lassen, wir haben die Psychopathen wahrscheinlich. Aber die Psychopathen haben es geschafft, einen Riesenbankraub mit vor. Ja. Ich bin schon wieder 10.30 Uhr. Aufrichtung Stadtpark zu, Fahrtrichtung Westen, nördlich Stadtpark jetzt, passieren den Stadtpark. Ja, vielleicht sollten wir aus Downtown gleich mal rausfahren. Weiter Fahrtrichtung Westen. Ja, wäre eine Idee. Fahrzeug wird auch langsamer. Ist wieder unter Markadius Tower, Fahrtrichtung Norden. Ja, jetzt durch den Tunnel, durch den Tunnel beim MW-Fahrtrichtung Osten. Ja, check. Ja, genau. Fährt er beim Tunnel raus. Nee, ist ein Prostisch. Ja, jetzt fährt er Richtung Süden, wieder Richtung Stadtpark. Ja, R2 hat wieder Süden unterwegs, auf Höhe Stadtpark. Soll U1. Soll U1 sein. Wieder in Schreiz gefahren, Fahrtrichtung Westen. Ich habe vergessen, mich im Dienst einzutragen. Er ist abgebogen, Fahrtrichtung Westen. Boah, ey, das ist jetzt aber auch irgendwie so viel Kranel. Wie gerne hat es deine Stimme gehört, ne? Komm, Mann, wollt ihr mal den BGO besetzen? Entschuldigung, ich kann die alle nicht mehr auseinanderhalten, ne? Ich bin aber auch OT. Ich kann die alle nicht mehr auseinanderhalten, ne? Dann kann Ariane auch nicht. Boah, Alter, ey. Die letzte SMS ist schon, ey, boah. Boah, Hilfe, ne? Fahrtrichtung Osten. Ich scheife mich ein. In Norden. Okay. Alright, dann. Ich kann doch auch erstmal runterfahren. Ich kann ja selber, weil wir jetzt da wieder verfolgt werden. Das ist wirklich komisch. Was hier die ganze Zeit im Chat los ist, ne? Bei euch allen. Okay, dann kann man immer noch Supervisor zeigen im Norden. Die würden noch auf Ariane gleich, ich hab sie nicht, sage dir. Ja, der ist jetzt wieder unter in der KDW-Stars in der Unterführung. Ja, ist in der Stiefgarage. Nee, gut. Ah, weiß ich Bescheid. Ariane Gattop. Ja, es kriegt durch den Süden ab, muss seine Stadt vorgesehen im Süden. Ja, check, Harmin, Fahrtricht zur Richtung Westen. Fahrtrichtung Süden wieder im Kreis. Ich mach das ein bisschen Bauchschmerzen, dass das die ganze Zeit hier ist. Das Timing mit dem Anruf in dem Fahrzeug war sehr spannend, nämlich. Abgebogen nach Westen. Ja, sie wurde anrufen. Anruf nach Norden. Und dann kamen Sie auch vorher kurz, vorher kurz danach, die Sitzung 60. Vor dem Genkis dabei Richtung. Ja, das stimmt. Weiter Fahrtrichtung Osten. Bin auch am überlegen, aufzurüsten bei mir, dass wir in der Spruchfahrt und MP5-Dreamort waren. Stichkontakt kurz verloren, Fahrtrichtung Norden. Ehrlich gesagt. In der Hohenführung ist abgebogen, Richtung Stadtpark, wieder Richtung Osten. Gerade wenn wir mit dem Boot unterwegs sein sollten. Ja, wieder in der Fahrtrichtung Norden unter Filmung. Ja, das würde ich noch ein bisschen aufschieben. Ja, ja. Mit dem Bootunterricht? In der Tiefgarage? In der BU-Einert, wo wir vorhin meinten, dass wir mit der BU rausfahren würden. In der Tiefgarage ist er nicht mehr. Da wurde... Ich bin so müde, aber es passt so gut dazu, dass Ariane den Kopf einfach bei gar nichts hat, irgendwie. Aber ich bin so müde, ey. Haben Sie gerade noch eine SMS bekommen oder so? In der Zeit, wo wir jetzt mehrfach 10.30 waren? Nee, nur diese lange SMS mit mir und alle guten Dinge sind. Boi. Ich glaube, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, was dieses Thema und die Ansprung mit dem Sonntag angeht. Die 48 ist einteilungsbereit. Sind die tendenziell, wo sie wohnen? Check, komm. Naja, ich muss leider immer... Also ich wurde jetzt ein paar Mal nach Hause gebracht. Mhm. Also ich... Die Frau, die die Nummer von mir rausgegeben hat, die weiß es, glaube ich, nicht. 10.30, 14.50. Ein paar Leute von Ernest Taxi wissen es auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch gesagt, für beide die da jemanden sehen. Und egal, wer was über mich fragt und so, und keine Infos, nichts rausgeben. Aber wer weiß, was passiert, wenn sie natürlich mit Wasser am Kopf kommen. Es sind mindestens drei Fahrzeuge. Feuer hat halt seine Grenzen, je nachdem... Einmal dieser Fista, dieser gelbe, oder was auch immer das ist. Jeder hat seine eigene Grenze. Dann haben wir ein schwarzes, oder einfach ziehtfarbenes Sportfahrzeug. Das ist ein Bild, wo ich wohne. Also man kann von mehreren Seiten tatsächlich zu meinem Wohnungsstil. Und es kam auch schon, ich glaube, ein Meser oder ein Duster in die Nähe. Und hat uns teilweise ein bisschen blockiert. Dann kann man auch über den Balkon tatsächlich sein. Das ist schwierig. Haben Sie Alternativmöglichkeiten? Ja, ähm... Bei meinem besten Freund, aber der kann mir keinen Zweitschlüssel geben, weil er wohnt auch nicht alleine. Hm. Ja, ich meine eher so... Für den Notfall, wenn was sein sollte, oder Fischi wirkt, dass die da halt unterkommen könnten, zum Beispiel. Zumindest für eine Nacht oder so. Ja, Herr Kowalski hat mir was angeboten. Irgendwie so eine Art Safehouse, aber im Norden halt, ne? Hm. Hm, ich bin am überlegen. Ich habe auch ein bisschen... Notfalls... Wenn alle Strecke reißen sollten, können sie auch notfalls halt bei mir vorbeikommen. Das würde auch gehen. Ich würde an meinem Pegasus-Apartment. Das Problem ist halt, ich bin Führungsmitglied. Oh. Und wir sind ja tendenzielle Ziele. Ja, das ist natürlich auch scheiße. Ja, aber es wäre halt eine Option zumindest. Ich wollte tatsächlich für Leute, die ich schützen, möchte immer eine günstige Zweitwohnung irgendwo haben. Damit das immer noch nicht mehr in der Watch Commander kommen kann. Naja, grundsätzlich, da sie ja den Weg des Detektors gestalten wollten, kann ich Ihnen sagen. Die werden auch da hier in Gefahr gewesen. Jetzt Strawberry Funkstelle weiter Fahrt Richtung Süden. Und das ist auch immer ein bisschen schwierig. Das ist meine Erfahrung nicht gemacht, glaube ich. Weiter Fahrt Richtung Süden. Dessen war ich nicht bewusst, aber da sind doch noch die Sachen in der Bank. Da sind doch noch die Sachen in der Bank passiert, die ich jetzt ein bisschen aus der Bahn. Fahrt jetzt auf die Maze Bank Arena zu. Fahrt Richtung Süden. Ich glaube, aber sie kriegen das hin. Das ist zumindest meine Meinung. Ich bin dann einfach nur aufmerksam sein. Ich will einfach nur aufmerksam sein und nicht. Ich will nicht mehr frei rumfahren. Ich will nicht mehr frei rumfahren. U1 10 30. Oh, nichts. Jetzt abgebogen wieder auf den Highway Fahrt Richtung Norden. Ich will nicht das berichterstellen. Ich will nicht mehr frei rumfahren. Ja, ich wollte nicht zurückrufen, aber ich bin doch nicht so wirklich frei. Weiter Fahrt Richtung Norden. Bist du gerade am Arbeiten, oder was? Sind immer noch auf der Freeway Fahrt Richtung Norden? Oh, süß. Nee, ich bin mal. Ich schätze mal, dass er wieder East runterkommt. Damit ist alles erstmal hier unten. Fahrt jetzt auf dem Intercity Freeway. Ach, das kommt. Fahrt Richtung Osten. Ich schaue gleich nochmal an, ja? Gleich auf Pilbock. Bist du das davon? Okay, ich wollte dich gleich nochmal an. Ja, sieht dann auch aus, wie wenn er wieder da oben in den Industriegebieten runterkommen will. Er fährt wieder weiter Richtung Osten. Also wir haben auf jeden Fall diese zwei Fahrzeuge. Das andere Fahrzeug hat eher so ein bisschen Licht. Tendenziell vielleicht auch eine Lichtleitbar, die etwas gläulicher ist, wie es aussieht. Matt von der Farbe her. Ähm, auch sportlicher Schnitt, aber ist kein Neon gewesen auch, oder? Weiß ich nicht. Meinst du, ist das Auto was? Ich bin schon wieder 10.30 Uhr. Ich bin auch 10.30 Uhr. Ja, jetzt. Oh, ich auch. Super. Magarrett-Stelle passiert Richtung Downtown. Magarrett-Teil 2. Ach ja, Skinner ist ja nicht da. Und es ist Halloween bald. Ja, natürlich. Ich meine, natürlich. Klar. Klar passiert das gerade. Wieso frage ich mich überhaupt? Ist ja Halloween. Und Dingens. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist doch klar. Habe ich ganz vergessen, ne? So, ich gehe im Pinkeln. Bin sofort wieder da. Bin sofort wieder da. Bin sofort wieder da. Bin sofort wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist leicht, ja. Thorsten Ripp, wer ist Thorsten? Wer ist Thorsten? Ich muss schlafen. Boah, Alter, ich habe so früh einen Termin. Ich weine. Oder zum Beispiel kurz was anhören. Stimmt, Moment. Dann mache ich das mal eben hier. Sekunde, Sekunde. Okay. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das mit dem Heli? Bei der Bank. Da wurde doch, als es da mit der Bank war, ein Heli angefordert. Und die brauchten den Heli tatsächlich gar nicht und darum haben sie sich auch lustig gemacht. Das ist einfach nur so ein bisschen, um das PD zu beschäftigen. Die 4.3 sind von der Gegenjong-Tungstelle angekommen. Ja, das ist halt so. Das Problem ist tatsächlich, dass das Fahrzeug uns nicht unbedingt ablenken muss, sondern einfach nur mit uns spielen will. So Dominanz zeigen. Ist das so? 4.3.1 weiterhin bei der Mirror's Edge-Tungstelle. Naja, ich sag mal so, wenn das wirklich ein Fister-Neon ist, dann fährt er uns eigentlich davon. Guck mal, ich muss mir das in der Auto-App. Du kennst nämlich nur unter Neon. Ich wusste nicht, dass es ein Fister-Neon ist. Ah. Oh, ja. Gut, an alle Einheiten, die jetzt noch an Tankstellen warten, gehen Sie wieder aktiv in den Streifendienst über und fahren Sie vermehrt mal an Tankstellen vorbei. Watch Commander, Ende. 4.3.1 aktiv. Info der 4.3.1 Punkt. Wir haben gerade mit der Quelle gesprochen. In der Nähe von dieser goldene Neon hat nichts unbedingt mit dem Umfeld des Genkis zu tun. Dementsprechend ist halt die Frage, warum das Ganze hier die ganze Zeit passiert. Denken Sie daran, wenn Sie Ideen haben, Impulse, bringen Sie die einmal rein. Nicht, dass wir hier von etwas Größerem, wie mir das Band schon aufgezeigt hat, abgelenkt werden. Ein Gedanke wäre unter anderem, da war eine Baustelle bei dem Bistucci PD in der Nähe. Wenn Sie frei sind, schauen Sie mal. Gerade leider nicht, weil wir hier sind. Genau, auch die wird tanken geworden. Generell, wenn Sie gerade keinen Auftrag haben, frei sind, fangen Sie an, ob Sie etwas nachgehen können. Sie ist aber, dass Sie da mitbekommen und man kann jetzt hier, was sagen kann. Der Funk ist für solche Informationen gerade muss nicht so diszipliniert sein, wie er sonst sein sollte. Mr. Hopkins. Nein, die V3 in Zimmer Union sind von so höher. Warum sind Sie alle so viel in Ariane? Selbst ich sehe ja nicht viel in Ariane, weil sie sind für die Diening und ich spiele die. Was ist das? Wo bin ich das? Ja, was für Amazon? Check. Ja, meine Quelle hat diese, Verfolgung hat schon die ganze Zeit gesehen und so weiter. Hat mich schon noch auf angesprochen. Dann habe ich einfach mal versucht, zu erhaschen, ob es gleich einer aus der Racing Szene sein könnte oder so, ist es aber nicht der Fall. 1,68, will ich mich ab? Ja. Nee, nee, ich höre die Gute hier am Funke. Ist ja alles gut, mir geht es ja nur darum. Ich finde, den Gedanken der Ablenkung hat schon finanziell interessanter mittlerweile. Ja, alles gut. Bis dann, Matanay. Ja, Herr Kruyame, Sie sind da ja gerade ausgestiegen. Wieso? Ich habe den Gedanken kommen, ist tatsächlich, als ich da drin war bei denen, haben sich auch darüber lustig gemacht, dass sie diesen Hele ja quasi vom PD rufen lassen haben. Ja, du, Tim, Mann, nicht. Dass das halt total schwachsinnig ist. Und einfach nur auch als Ablenkung quasi, um ein bisschen mit dem PD rumzuspielen. Das war in dem Moment so scheiße, weil ich hätte es am liebsten im Funk gesagt und ich konnte nicht, ich hatte ja keinen Funk. Mhm. Und wenn die so eine große Sache schon machen, dann, weiß ich nicht, es passt halt irgendwie gerade nicht. Wenn sie halt damit zusammenhängen, das ist halt das Ding, da werden wir noch nicht die Beweise dafür, das ist das Problem. Ich weiß, bei mir ist es halt so, ich bin gerade so, ich bin in den Tunnel, ich bin in den Tunnel, ja. Ich sehe alles. Für mich, ich bin ein super Parameter geworden. Das weiß ich auch selber. Und grundsätzlich ist halt hier das Ding, es kann auch ein Trittbahnfahrer sein, der jetzt denkt, oh krass, manchmal ein Auto gold lackiere und du kommst ein bisschen in Ärger, da verfolgen die mich im Krieg, mein Kick. Sollte Leute gibt es nun mal leider auch. Paranoia in einer solchen Situation, gerade dadurch, dass sie telefonisch bedrängt werden, es messen kriegen und so, ist halt nachvollziehbar. Wichtig ist hier, ich weiß, dass es mal leichter gesagt hat, es getan hat, Paranoia darf nicht der Gegner werden. Ja, in 640. Paranoia kann auch was Positives sein. Verlegen Sie Ihr Streifgebiet einmal in Orden und beginnt Sie einmal am West-Away. bei Höhe Kaffee, Kaffee, jetzt müssen Sie sich die ganzen Autofläger annehmen. Da müssen Sie jetzt durch. 4,1, 6, Pferd an. Jack, watch commander, in der. Na, die 4,3, made by Union Depository, sobald keine Auffälligkeiten, fanden wir mal die Bekleidungsgeschäfte ab. Gibt ja auch immer einen Leitsatz, nachdem ich, wenn wir es erzogen wurde. Ähm, er sagt immer, besiege dich selber und du wirst dein Gegner halt besiegen. Wenn Sie verstehen. Mhm. Man ist sich selber, man selbst ist immer sein größter Feind eigentlich. Letzten Endes. Weil wenn man richtig verbissen ist auf eine Sache, dann kann man einfach nach einer Weine nicht mehr klar denken. Und Sie in dann gehen einen halt auf Informationen, die ebenfalls richtig sein können, wenn man so verbissen auf eine Situation ist. Richtig. Manchmal bei Informationen ist es halt so, man hat die Hauptinformation, aber die ganz kleinen Informationen sind manchmal so viel Mehrwert. Ja. Wo man sich denkt, okay krass, das ist ja ein viel besserer Hinweis als die Hauptinformation, die angegeben wurde. Jetzt muss man immer auf die kleinen Details achten. Oder wie sie man so sagt, wie ein Mentor, Ex-Mentor, wie gesagt hat, selbst wenn ein Stein umfällt, kann da irgendwas sein, was es ursacht hat, aber für manch anderen ist es halt verständlich umgefallen ist. Mhm. Ja. Bisschen falschrum gesagt, aber Sie verstehen, wie ich es meinen denke. Ich verstehe das schon. Also ich kann übrigens nichts Auffälliges gerade erkennen. Aber meint Sie, dass wie für die Direktor noch eine weitere Tankstelle ähm, Baustelle. Die Baustelle, wenn Sie die meint, die war direkt tatsächlich hier vorm VPD. 403 für Watchtormahner, komm. Marsch, marsch. Das West-VPD ist ja eigentlich teilweise trümmern. Fahren Sie bitte einmal die Startroute ab, komm. Ja. Das wird so geschehen, Was kann man rein? Entschuldigung. Mh. Der Tour wechselt auf die 417 und ist aktiv. Check. Mh. Mh. Ja, ich verstehe den Punkt definitiv. Die Problematik hier ist, ähm, wir können das nicht prüfen, weil das Ding hat eine halbe Ruine aus und die Wittung versiegelt wurde, dass du da gar nicht durchkommen, leider. Was, äh, wie gesagt, perfekt ins RP passt, aber ich versuche die ganze Zeit trotzdem zu überlegen, was, die Sache ist, wir, ähm, tatsächlich ist es auch O, ich versteife mich natürlich gerade auf diese eine Sache und sehe die ganze andere nicht, die wir sonst, glaube ich, durch vom Gebeid zu Gebeid geht. Die wir, glaube ich, sonst, die uns auffallen würden, weil Ariane ja auch super gerne Sachen miteinander kombiniert, irgendwie, aber wir sind auch dafür, viele, uns fehlt viel Wissen in den letzten Tagen ist da viel passiert auch, ne? Es fehlt uns ja alles. Und das Auto hängt immer wieder beim Genkis auf und Genkis ist, meine ich, und das weiß ich nämlich nicht hundertprozentig, ähm, mit Ariane, immer mitbekommen zu haben, dass da so ein Racing-Ding war, aber die Info ist, glaube ich, veraltet. Ich glaube, die Info ist veraltet. Damals war ja auch dieses, äh, dieser Treff, dieser Racertreff, ich glaube, U11 vielleicht, willkommen. Meinst du, dass man irgendwie in den Keller, dass ihr mal den Apotheken reingehören müsst? Alles gut. Alles gut. Ja, alles gut. Nach der Absicherung Ihres Verkehrsenfalls könnten in der Stadt bleiben und die weiter bestreifen können? Aber was wäre der längere Grund dafür, sich das BPD unten reinzugraben und dort das Gold zu lagern? Was ist denn immer noch nicht aus dem Land raus? Kanäle sind beim BPD im Treffen sind. Hm. Ruf mal Nuk an. Ruf, Ruf, Ruf mal Nuk an und sag ihr das mal, was ihr dazu denkt. Äh, ich sehe halt die Schwierigkeit hier, wir kommen da nicht ran. Also wir kommen da auch nicht rein im Moment. Das wird sich aber auch nicht so schnell ändern, weil, da hast du eine Bombe vorher explodiert, ne? äh, das ist schwierig. Hm. Vielleicht sollte man sich Informationen von McGill nochmal einholen. Ich glaube, McGill war es damals hier zum Zusammenhang und vom FD, wie kamponiert wirklich das BPD war und ob wirklich die unteren Bereiche noch in Takt sein könnten oder ob es nicht vielleicht doch auch komplett zerstört wurden. Rüchte Bombe. Einfach mal nachhaken. Ist kein schlechter Ansatz. Muss man aber ein paar Sachen noch gehen prüfen, lieber. Vorwärts dann jemand reinschicken und dann, äh, auf uns kopfkürzer, mal irgendwas runtergefallen ist oder so. Sonst hat es sich dann nicht gelohnt, wenn du verstehst. So übertrieben dargestellt. Okay. Alright. Dann aufpassen, Mattanee. 416 616 20 ehemaliges La Carver del Mar. Also dieser Neon ist jetzt nicht mehr aufwendbar? Aktuell scheinbar nicht. Zumindest gab es keine weiteren Meldungen im Funk durch die 1030 der letzten Einheit. Jetzt würde ich mich gerne an die Garage erinnern, aber das ist doch nicht Das halten Sie beide von der These, dass, wie viele die man sich vielleicht unten reingegraben hat, weil die nur ein Haus, das ein dortes Goldchen gepackt hat? Weil man davon ausgehen würde, dass wir da nicht suchen. Und warum sollte man es da reinpacken? Das ist das, was ich auch nicht verstehe. Aber müsste man den Tunnel da nicht, ich meine, der muss ja trotzdem von der Bank dann da hinführen, dann wäre doch da ein existierender Tunnel, oder? Ich glaube, der Gedanke hier ist, dass das Fahrzeug, was die Goldklumpen halt weggebracht hat, ähm, tendenziell dort gehalten hat und das Gold dann dort gelagert wurde. Also nochmal ein extra anderer Tunnel. Ich wohne in der Nähe vom VPD. Ich meine, es ist ein Strohhalm, klar, man kann sich das mal anschauen. Ich sehe es aber nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Sehe ich irgendwie auch noch nicht. Besonders mein Ziel wäre es, das Gold aus der Land zu schaffen. also das wäre irgendwie so mein Weg to go. Das war noch ein paar Tonnen, oder? Mhm, korrekt. Und ein Fahrzeug wurde gesehen, dass so viel transportiert hat? Ja, die Information liegt nur so weit nicht vor, tatsächlich. Man ist sich auch noch nicht so ganz sicher, ob das Ganze an den gleichen Amt stattgefunden hat, wenn die nicht vielleicht vorher schon. Wir haben zu viele unbekannte Variablen in diesem Fall, das ist schlimmer als Operation Black damals. Oder wir sehen es nicht, weil wir zu sehr in andere falsche Sachen reinbeißen oder verkrampfen oder wie auch immer. 433 1020 Umspannwerk Nehmen das mit den Kasten, ne? Ja. Damit kommen wir auch in die Border im Notfall. Wir dürfen. Macht das Boot in der Zeit los? Genau, ich gucke hier drin, dass alles so weit fein ist. Meinst du schon mal mit der NPU unterwegs, missbahnt? Nein. Das ist doch super. Fantastisch, ja. Lernen sie mal eine neue Unit kennen. 431 1020 Mission Ready Partners. Check. Ist okay. Um Gottes willen, das ist ja nicht aktiv. Oh. Check. Wie, 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 wie schnell fährt das denn? Kommt drauf an, also können wir können damit locker so 80, 90 Meilen pro Stunde erreichen. Watch Commander, Besitzinformation, die UN3 wechselt auf die MU491 Zweck an der Untersuchung. Komm. Verstanden, komm. MU491 Endo. Natürlich ist das Boot nicht getankt. Ähm, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber hat jemand vielleicht das ist so Wahnsinn, wie viel 24 Sieben unterwegs vorbeigefahren sind. Ich kann heute nicht gar denken. Das ist gut. Ja, hast du eigentlich sehr viel in deiner Bentobox noch üblich, Kurt Hill? Ne, für dich nicht mehr. Wow. Wir fahren übrigens andersrum um die Insel, damit wir den Partito tanken können, ich wundern. Alles gut. Also wie gesagt, unser Auftrag ist vor allem nach den Buchten mal nachzugucken. Könnte sein, dass die auch Unterwassersachen irgendwie haben, aber da müssen die Taucher sich morgendrum kümmern. Da muss ich mal meine Taucher-Staffel auspacken. Weil es ist zu dunkel zum Tauchen gerade. Wir haben zwar Licht, aber... Das wurde ja auch meinen doppelten Tauchkurs damals gesagt, im Dunkeln tauchen eher kritisch. Ja, ich sag mal, wenn es ein Notfall ist, klar, dann ja, aber ansonsten... Welche Spots willst du da morgen angehen und wen nimmst du mit? Ich muss halt gucken, wer da ist, ne? Kannst du mir gefallen tun, achte drauf bitte, dass das Officer sind, keine Vorgesetzten, wenn es halt nicht anders geht, natürlich Vorgesetzte. Aber Prio 1 Officer, damit die halt diese Erfahrung mitnehmen können, was du? Wir müssen nicht immer ein Vorgesetzter machen. Nee, so schlecht. Susan Light ist klar, als Sergeant ist vollkommen fein, aber guck mal, dass du vielleicht solche für Frostsimmons mitnimmst oder wie noch immer. Die 440 meldet sich ab. Gucken wir mal. Check. Ja, die meldet da aus. Weil ich will das halt irgendwann nachmittags früh nach Abend machen halt damit es noch hell ist. Ja, Mr. Barnes ist ja auch morgen da. Der hat die Tauchausbildung tatsächlich auch schon. Ja, ich weiß, aber eigentlich ist der Vorgesetzter mittlerweile. Aber ich brauche die Erfahrung auch. Ich wollte gerade sagen, also es ist nicht so, dass irgendwie er auch entwünscht da wäre, der hat ja auch die Ausbildung. Ja, wir haben jetzt nicht so viel Tauchaus. Naja, aber ich finde ich da, das ist auch Wahnsinn, ne? Und andersrum ja auch. Bisschen wir ja. Ist das Tino-Joska-Syndrom, weißt du? War früher auch so. Und nun. Was schenkst du den beiden eigentlich zu der Erneuerung der Hochzeit? Meine Anwesenheit. Was soll ich denn jetzt schenken? Check. Ja nun, ich habe die Schuldgefühle geschenkt. Bevor ich das mit Ariane vergesse, wenn er mir geschrieben hat, bring deinen Plus 1 mit. Und ich denke mir so, wow, komm schon. Ich bin halt stiller, so schützenlos, natürlich. Man muss immer sagen, hey, das hatte ich jetzt auch mal endlich weggemacht. Nicht wundern, missbar, dass wir nehmen sehr viel und versuchen sehr viel mit Humor zu nehmen aufgrund der letzten Tage. Nein, nein, das ist ja, das ist super wichtig. Ich bin gerade noch mal auf Hinschel hier und muss am Regeln. Ich glaube, das ist gerade besser, wenn ich Larry nämlich auch mal da komplett rausnehme. 433 1020 südlicher Seite Stausch an. Check. Sollten die mit den Speedbooten kommen, sind wir im Nachteil, ne? Wir haben leider nicht aufgerüstet. hier 1-6. Ja, hallo vorne. Entschuldigung, Miss Banz, dass ich Sie erst jetzt anrufe, gerade stressig mit der 1060, was kann ich für Sie tun? 10.3 Oh Gott, ja, ich habe einen Anrufsbekommen von den Herren, ich habe Ihnen jetzt das Testsoils eingespeichert, ich bin mir nicht mehr so sicher, was es wirklich war oder was einer von den anderen. Ja, in der Kürze, bekommen Sie? Ja. Genau, da geht es um ein eventuelles Treffen am Sonntag, da wussten auch die Dieter schon Bescheid, da war bei dem Gespräch auch beim ersten Mal bei Herrn Larsen und dabei, ob ich alles drauf wiederholen kann. Check, Quatsch kann man an der Hände. Jetzt ist es so, dass er auch fragt, ja, ob ich denn alleine komme oder ob die Detektives mich begleiten werden, das ist natürlich nicht doof, klar, er weiß das, kann sich das denken. Ja, den zu verarschen ist, glaube ich, eher die schlechtere Variante, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Tatsächlich hat seine, ja, seine, ich sage mal, derzeitige Partnerin, ob das alles so war, ist, weiß ich natürlich auch nicht, mir Drohnachrichten geschrieben und sie meinte auch Frauen, die die Hände von ihrem Mann nicht lassen können, dass sie sie auch beseitigt hat und sowas alles. Derweil meint er dann zu mir, das hat er mir nämlich schon mal erzählt, dass sie keine Probleme haben, Leute aus den eigenen Reihen halt auf den Weg zu schaffen. Und er meinte sowas wie, als er mich ohne Maske gesehen hat, da war ihm schon klar, irgendwie, ne, er war so ein bisschen flirty unterwegs, dass er kein Problem damit hätte, quasi sie auch aus dem Weg zu schaffen. Es ist so richtig, es ist einfach nur ein krankes Zeug. Okay. Deswegen würde ich, wenn Sie eben die Freitagzeit haben, mich nochmal wegen Sonntag generell mit Ihnen auseinandersetzen. Ich würde mich da gerne nicht nur mit mir allein, sondern allgemein mit den Ermittlern, genau, das könnten wir, ich weiß, dass wir Freitag schon, wir müssen es irgendwo reinquetschen, bis wann ist es aktuell viel los, aber wir kriegen das auf alle Fälle hin mit Ihnen, dass wir da vielleicht auch mal der SDA und wir und vielleicht auch noch ein paar Ditektos zusammen reden über dieses Treffen, wie wir das angehen. Und alles, was wir jetzt an SMS oder so bekommen, an mich schicken, an die Detective-Account und am besten Fall auch noch gleich mit an die SDA, weil die sind auch aus dem Fall dran. Okay, dann heißt das dann später noch weiter? Ja, alles gut, also wir wollen halt nur für Sie als Info auf Grundlage dieser SMS jetzt auch unter anderem von Miss Ophelia, ja, wir haben sowieso schon Haftesfehler im Laufe, die wir jetzt beantragen, wir wollen die da gleich draufsetzen, deswegen würden wir das halt auch gerne so schnell wie möglich, damit wir das das nächste Mal sehen, die quasi direkt einpacken können. Ja, ich sage Ihnen nur, ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich da hingehe, ziemlich schnell von der Bildfläche verschwinde. Also wir müssen uns da wirklich was ausdenken. Ja, also vor Sonntag, wir reden auf alle Fälle, wir reden erstens darüber, ob Sie da überhaupt hingehen, ob das nicht ein zu großes Risiko ist. Und sollten Sie, wir entscheiden vor Ort, dass Sie hingehen, dann versichere ich Ihnen, nur wenn wir 100% Ihre Sicherheit garantieren können. Dafür lege ich jetzt persönlich meine Hand ins Feuer, wenn ich dafür versuche, Sie mich danach verprügeln. Das kann ich wahrscheinlich danach nicht mehr, aber ich weiß, ja. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, aber ich, also, wenn ich irgendwelche Zweifel habe, ich bin zumindest PD-seitig immer noch die Ermittlungsleitung, dann sage ich auch von meiner Seite aus, dass wir das nicht machen werden, weil hier das Leben geht für allen Ermittlungserfolg, das ist genauso wie ich Frau Bahns. Ja, ja. Also das auf alle Fälle, ich danke Ihnen auf alle Fälle, dass Sie da so unterstützen. Ich will mir nicht vorstellen, was das für Sie bedeutet, auch mit den Personen zu schreiben. Trotzdem vielen Dank, Sie müssen das nicht machen. Das Telefonieren ist ekelhaft. Ich weiß, ich bin natürlich auch ein bisschen flirty zurück einfach, aber er riecht Ihnen gerade noch 100%ig. Also Sie machen bitte nur das, was für Sie okay ist, was mit Ihnen einhergeht und wenn Sie sagen, Sie können es nicht mehr oder irgendwas, das einschränkt, dann sagen Sie uns das bitte ehrlich und dann brechen Sie es einfach ab. Dann brechen Sie einen Kontakt ab, SMS, Telefon, gehen Sie nicht mehr ran oder so, dann ist das vollkommen okay auch, okay? teide ich im Film. Ich fange nicht an an, jetzt bist du gar nichts herum. Und was hat das so zu ihnen gesagt? Sie meinte, dass wir Freitag dann nochmal mit ihm reden und sie meinte, dass sie mich nur hinschicken würde, wenn sie für meine hundertprozentige Sicherheit garantieren kann und natürlich wird ein Weg gesucht, bei dem ich nicht vor Ort sein müsste und wie gesagt, selbst wenn nur mit der hundertprozentigen Sicherheit und wenn nicht, dann kann ich sie verprügeln und dann meinte ich zu ihr, ich glaube, dazu würde ich dann nicht mehr kommen. Also grundsätzlich sollte es dazu kommen, zu so einem Treffen, kann sie davon ausgehen, dass sie ehemaligen Sorten und Glieder von mir verpflichtet werden, am Sonntag dabei zu sein. Okay. Weil, ich finde es sehr schwierig, ich bin ja sehr zwiegespalten in dem Thema auch, bin ich ehrlich. Die Treffen sind immer kompliziert. Ja, ich habe da irgendwie auch kein gutes Gefühl bei. Ja, man sollte es auch definitiver durchsprechen. Ja, definitiv und nicht zwischen Tür und Angel, das muss schon richtig, genau. Ich sage Ihnen aber auch, und da bin ich sehr transparent zu Ihnen, sollte die Planung, die kommt, immer zu der Kraftzeit, wenn irgendwas da stören dran, werde ich mein Veto einlegen, weil es gibt eine goldene Regel, die es bei mir immer gab, zu meiner Detektivslaue, generell Ermittlungen, wie auch immer, Ermittlungserfolg steht nicht vor dem Leben. Das hat Frau Neub gerade tatsächlich auch genau so gesagt. Ich war schon in ein paar blöden Detektionen, aber das ist tatsächlich, äh, das ist krass gerade. Ich fühle mir wirklich die Worte. Verständlich. Ich bin eigentlich auch relativ, also in so einer Situation, wie Sie mich jetzt kennenlernen, bin ich eigentlich nicht mittlerweile. Aber mit uns letzten Endes hat jeder Mensch, glaube ich, nur seine Grenzen, ne? Und wenn man halt in so einer Situation, ich sage jetzt mal ein bisschen verunsichert ist, ist es halt so. Und Sie machen das gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal in einer Situation komme, wo ich verunsichert bin oder sowas, es gefällt mir tatsächlich gar nicht. Kann ich verstehen. Aber letzten Endes, wenn diese ganze Scheiße vorbei sein sollte, nehmen Sie die ganzen, ja, nennen wir es mal guten Erfahrungen, in Anführungszeichen, es wird gut mit und ziehen Sie daraus Ihre Stärke. Ja, da sind Sie, hoffen wir, dass es nicht passiert, aber für eine weitere Situation oder andere Situation besser gewappnet wird. Aus allem Schlechten kann man immer etwas Gutes mitnehmen, letztendlich. Ja, und Erfahrungen in Form und sich. Das ist ja eigentlich genau, genau so denke ich ja immer, genau so lebe ich dann auch. Trotzdem. Das Wichtige ist nur, dass Sie Ihr Lebensglück dadurch nicht verlieren. Und sich da in eine Ecke durchdrängen lassen, was Sie halt komplett verändert, wenn Sie verstehen. Ich verstehe das schon, aber eine Sache bereitet mir richtig große Bauchschmerzen. Und das sind die ganzen Horrorgeschichten, die ich teilweise mitbekommen habe, teilweise aber nur von Officern gehört habe, dass, wenn die Justiz versagt, die Leute auch, wenn sie gefasst werden, relativ schnell wieder auf freien Fuß sein können. Das macht mir gerade richtig Bauchschmerzen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich hier in dem Fall nicht glaube, dass das passieren wird, weil die Herangehensweise des San Andreas Police Departments sowie der Staatsanwaltschaft anders ist dieses Mal. Wir haben, auch wenn wir das Wort hast, eine Taskforce gebildet. Die Detectives, die Staatsanwälte und ein, zwei Höherrangige sind alle in einem Büro tatsächlich gemeinsam in der Staatsanwaltschaft und stecken ihre Köpfe zusammen. Dadurch gibt es einen deutlich reibungsloseren Informationsfluss untereinander. Man kann deutlich einfacher Sachen umsetzen. Zusätzlich hat es Mook unter anderem die goldene Karte bekommen für die Operations, dass, sobald es irgendeinen Einsatz gibt, der mit diesem Fall zu tun hat, werden die Leute sofort mobil gemacht, unabhängig davon, was gerade stattfindet. Also damit sind Schnellansätze und Sofortansätze garantiert. Garantiert. Ja, okay. Ja, Frau Nuck meinte gerade auch, ich soll auch die ganzen SMS und die Karte auch mit nochmal an die Staatsanwaltschaft schicken. Das heißt, da gibt es dann kein Gesang, kann, äh, ich habe die Information nicht, dass es wirklich relativ... Ich dachte kurz, ich hätte was gesehen, sorry. Alles gut. Wenn Sie irgendwas sehen, sagen Sie Bescheid. Und denken Sie mal daran, Sie haben eine Menge Hände, die Ihnen ingerecht werden. Wo man versucht, und wird, Ihnen zu helfen. Ja. Ich nehme die Hilfe natürlich auch dankend an. Gleichzeitig habe ich in meinem Kopf, dass, egal wer mich hilft, ich hätte auch noch jemand reingezogen hier. Ja, aber die Leute sind sich dessen ja bewusst. Weil ich jetzt mal... Nutzen Sie das? Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine solche Hand zu bekommen. Ja. Im Leben. Da rede ich aus Erfahrung. Ne, Herr Kuriyame, Sie habe ich ja tatsächlich genauso kennengelernt. Falls Sie sich erinnern damals mit den Mayhem? Ja, ich erinnere mich. Ja. Es ist ja auch eines meiner höchsten Werte als Officer, dass ich den Leuten meine Hand reiche. Unabhängig davon, wer zu mir kommt. Ich möchte halt nicht, dass die Leute... ... im Stich gelassen werden. Oder Erfahrungen machen, die man vielleicht selbst gemacht hat. Ja, ich wollte gerade sagen, dass frage ich jetzt auch erstmal nicht mehr reichen. Ja. Oh, um, ist, äh, besthighway. Check, Lieutenant. Kuriam ist schon ein nicer Charakter, ey, holy shit. Endlich kennen wir immer ein bisschen von der anderen Seite, kennen wir immer von der Superstrecken. Aber wir haben da so voll Angst, oder sagen wir mal, einen gesunden Angstrespekt vor Ihnen hat. Aber ist jetzt halt eher ein nüchternes Ergebnis hier, ne? Ja, das stimmt schon. Aber ist auch nur wieder ein Strohhalm, letzten Endes. Ja, schon, aber man hat uns halt noch nicht im Strohhalm festhalten gefühlt. Absolut. Letzten Endes ist es ja besser, als nichts zu tun. Und darauf zu raten, was passiert. Und das ist auch in dieser Runde gestern besprochen worden. Man kann halt nicht immer nur reagieren. Man muss noch agieren. Was würden Sie tun, wenn Sie so viel Gold aus der Bank hätten und das Sie rausschaffen müssen aus dem Land? Welchen Weg würden Sie wählen? Meinen Sie das jetzt, um es rauszuschaffen oder was ich damit mache? Mh, um es rauszuschaffen. Also so, ich, den Luftweg, den halte ich ja für eigentlich eher ausgeschlossen. Es sei denn, man hat, äh, keine Ahnung, irgendwas mit dem man relativ, äh, viel Gewicht transportieren kann. Mhm. Alles in einem Wagen funktioniert auch nicht vom Gericht her. Das heißt, man müsste es so richtig durchstüppeln. Es müsste etwas sehr, sehr Unauffälliges oder etwas sehr, sehr Auffälliges sein. Könnt du das auch? Also ich, ich würde es so machen. Ich habe eine Menge Kohle durch das Gold und generell eine Menge Budget ja anscheinend, um sowas durchzuziehen, wie wir ja gesehen haben. Menschen sind sie käuflich, gerade an den Docks unten, in Habern, weil die arbeiten sich ja auch teilweise kaputt, wenn man das mal im Hinterkopf behält. Ja. Ich suche mir dann, äh, jemanden, den ich genug Geld gebe, dass er seinen Mund hält und Ware irgendwo abholt, ohne dass er sich die Ware anschaut. Also haben wir hier einen LKW, der einfach runterfährt zum Haber. Ja. Und dort würde ich, äh, das in einen Container verladen lassen und auch ein Schiff packen, wo man vielleicht auch jemanden schmieren kann. Ein Hafenmeister oder was auch immer. Mhm. Parallel, wo das passiert, würde ich dafür sorgen, dass irgendwo die Leute abgelenkt sind. Aber so, dass es nicht darauf schließt, dass es vielleicht mit dieser Sache zusammenhängt, hängen könnte. Also genug Ablenkung, aber nicht zu viel, dass man direkt denkt, shit, wir müssen andere Orte anfangen. Mhm. So würde ich das angehen. Weil Ablenkung ist immer das einfachste. Und die haben uns getestet, die haben uns sehr viel getestet und die haben auch gesehen, wie die Behördenarbeit untereinander instabil ist teilweise. Das heißt, in der Richtung könnten sie auch noch was streuen, damit das eventuell wieder instabiliert. Also man müsste eine Situation schaffen, wo alle Behörden drin sind und wo die richtigen Leute sind, wo Chaos dadurch entstehen kann. Und das passiert öfters, als man denkt, leider. Es ist ja umso wichtiger, dass alle anderen am Strang ziehen, was nicht immer so einfach ist, wenn man denkt, ärgerlicherweise. Und wenn man all dieses Chaos hat, kann man so hartes klingt und so schnell wie das rausfahren. Boah, hier ist ein sehr schön spannender. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Wenn alles funktioniert natürlich. Das ist immer gleich wie spannend. Sieht man, hat man ja, hat man ja sehr, sehr viel, äh, da hat man ja irgendwie gefühlt alle sichten immer. Das heißt aber, wenn man nicht danach geht, sollte man definitiv immer jemanden beim Hafen patrouillieren lassen. Das wäre, ähm, die beste Sache. Das Problem ist nur, ist immer schwierig. Also, Herr Kuriyama, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es mir eingebildet habe, aber als ich da aus der Halle rausgebrochen bin und ich lag da und ich habe das Licht vom Helikopter die ganze Zeit über mir gehabt, da habe ich tatsächlich sowas wie ein Boot wegfahren gehört. Also es war erst ein lautes Geräusch, relativ laut, und dann wurde es immer leiser. Aber ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich mir das eingebildet habe, weil ich wüsste auch sonst nicht, äh, ich glaube einfach ein schwarzes Auto wäre wieder aufgefallen, wenn es da weggefahren wäre. Aber da müsste ja trotzdem das Auto noch irgendwo da am Hafen sein. Also macht das wiederum auch keinen Sinn? Oh, das wurde versenkt und wir haben es noch nicht gesehen. Das ist ja eine Möglichkeit. Also, Optionen gibt es viele leider. Leckt ihr gerade Kurkumen oder was ist da los? Was los im Sch... Boah, jetzt muss ich jetzt fast... Oh, ich muss aufpassen, in letzter Zeit kommt mir so viel Luft hoch, ne? Vor allem, wenn ich dieses Stimmwechsel mache, ne? Immer so... Boah, Entschuldigung. Ja. Der Krämige, ne? Das haben wir doch mit Ariane so noch gar nicht mitgekriegt, diese ganzen Gipsen noch. Boah, ach, das ist doch die... Jetzt hatte ich kurz schon gedacht, aber die Höhle kenne ich tatsächlich. Ja, beliebter Ort für Pärchen. Ja, gut. Sind auch scheiße. Ja, das hätte ja sein können, dass wir hier vielleicht jetzt Fake-Karte und Fake-Kotier finden. Oder McKinney und Martinez. Oh, was? Oh, wow. Aber McKinney ist im Urlaub, habe ich gesehen, auf dem schwarzen Brett unten. 4, 3, 1, C, 20. Echt okay. La Mesa Tankstelle. Check. 4, 3, 3, 3, mit einer Überführungsfahrt zum Stanley Schorn. Check. Check. Hmm. Mein Gesicht das fühlt sich an, als wär outro komplett eingef bake. 4, 3, 1, 10, 20, Lamesa Mini und löst sich auf. Wie ist das? Weil sie... So. So. Es ist ein bisschen kühn hier draußen. Ach so. Warum machen sie die Tünnchen hinzu? Ach, das finde ich eigentlich sogar recht angenehm. Weil man will immer so leicht, also nicht wirklich schlecht, aber so ganz... Ja, so ein Anflug von Übelkeit. Und das ist immer gut, wenn man Sauerstoff hat. Das ist sehr krank. Minimal, wirklich nur minimal. Ja, ich meine, das Boot ist ja relativ stabil, wenn man es ausdrücken kann. Jo, also das Ding, das andere Boot, ist ein bisschen leder unterwegs. Und wenn wir jetzt eine Border Patrol machen und die raue See dort aus hinten fahren. 4, 1, 7, 10, 20, MAPD, 2, 55, flüssig, Ausdorf, 4, 1, 7, 4, 1, 7, aktiv, Richtung selbe, für dich. Check. Der Kukum. Kukum und Emma Blum, war das. Könnt ihr bitte zusammenkommen? Einfach Kukum, Blum, Blum, Kukum. Die 2, 55, das ist ein Punkt. Ja, das wäre so geil. Aber da wäre das schon wieder so eine mit so einer Stimme. Das ist ja irgendwie immer bei ihm, ne? Das ist so krass. Ariane so, ich wundere, warum der mich noch nicht angemacht hat. Kurz mal so in sich reingeredet. Hier riecht sich übrigens die Insel, Kato und ich hingebracht wurden. Aber wo ihr euch gegenseitig foltern solltet? Ja. 4, 1, 7, 20, MAPD, 2, Gerechtigkeit. Check. 4, 0, 5, 10, 20, MAPD, 2, Gerechtigkeit. Check. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 bedenken andere möglichkeiten gar nicht mehr ich will einfach aus dem bin ich auch noch großer fan davon wenn ich selber einsätze leite leute um mich herum zu haben die impulse mitgeben und dass ich dann andere möglichkeit an betracht sie reagieren als das meiste regulären beispiel zeigen es war da wo du ja aber das war noch davor ist da war ja da waren wir der ewigkeiten zwei tagen mich zwei jahre hier auf der insel wie lange sind sie von ihm jetzt im dezember drei jahre deutlich länger meine ersten haare die bekomme ich wahrscheinlich auch schon bald irgendwann viel zu früh sind gefärbt also so alt bin ich tatsächlich nicht wie ein weg wenn du ich werde war nicht vorgesehen in meiner erziehung Oh. Würden Sie das denn gerne irgendwo mal ausprobieren? Ich mein, man muss denen ja nicht groß sein. Aber überrascht werden ist immer wahrscheinlich. Check. Nie so wirklich so die Gedanken darüber gemacht. Also es wurde mal so besucht, aber an Heiligabend geboren zu sein ist immer so schmiedig. Ja, das ist schon ein bisschen, ja. Naja, man kann ja auch vorfeiern, ne? 4, 3, 3, 4, 5, 5, 5 in die Tankstelle. Ja. Ja, die meisten Leute sind halt nun mal, ähm, eher bei ihren Familien und so weiter, ne? Ich glaub, sie waren auch noch relativ jung, oder? Ähm, ja? Ähm, ja? Äh... Ja, manchmal kann ich... Ja, manchmal kann ich verstehen das, wenn man es mal kurz vergisst, wer alt ist. Ja, hier war der Moment auch ganz so viel im Kopf, ne? Ganz, ganz schön. Ja. 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 Ach, genau. Genau, gerne immer alles einfach direkt schicken. Und am besten, wenn das irgendwas krasses ist, einfach einen der Detectives oder Detective Also Nuke, Chase und Ralf, Ryan Willer anrufen und einfach kurz Bescheid geben. Okay, mach ich, mach ich. Super. Perfekt, vielen Dank. Danke, vielen Dank für den Launching-Teams. Ja, genau, okay. Dieses Garagenthema, deswegen bin ich nicht los. Nachvollziehbar im Prinzip, wenn man sich da unbedingt dran erinnert, ne? Ja, vor allem jetzt habe ich noch mal von dem Krimer gesagt bekommen, ich soll doch noch mal fahren und gucken, wo diese Garage ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß halt genau, wie der Ort aussah, ich weiß genau, wie der Rückweg war, aber ich finde diese blöde Garage nicht. Es gibt ja auch leider ne Menge Garagen im Hafen, oder im Hafenbereich. Ja, aber die war tatsächlich, die stand einzeln, einzeln, rum, Flachdage, und zwar, wirklich nur eine Garage, mehr nicht. Ich habe eben einen Anruf, ein Passant hat einen Schlüssel in einen Müllfall gebunden am Abdauerturm. Ich weiß nicht. Ja, check, hat die Leitstelle so mitkommen? Ein einzelnes Ding mit Flachdach. Mit zwei Rolltüren. Ähm, ich habe es nicht von der Seite gesehen, sondern von innen, aber logischerweise natürlich auch die Tür. Außen, ähm, dass da, wenn man davor steht, bis hinten rechts hat es eine, ähm, eine Tür, und da führt eine ganz kleine Treppe hoch. Also müsste demnächst natürlich auch auf der anderen Seite in der Treppe wieder runter kommen. Und das im Hafenbereich? Müsste hier im Hafenbereich sein, ich, ich, ich... hab auch kurz überlegt, war ich vielleicht so weg im Kopf, dass es doch irgendwie im Norden war, aber ich erinnere mich einfach an die Maze Bank. Ich sag es halt, ähm, der Hafen ist halt immer sehr, eher so dicht da und einzelne Gebäude sehr, sehr selten eigentlich, ne? Ja, also einzelnes Gebäude hat sich jetzt, also sagen wir mal so, es stammt kein direktes, ähm, da dran. Ich meine sogar, es wäre eher so eine kleine Wiese gewesen. Aber mittlerweile ist es jetzt schon wieder so lange her, dass ich auch ein bisschen befürchte, dass, ähm, mir mein Kopf auf einen kleinen Streich spielt. Aber ich meine auch, also, nicht, ich meine, es hat einen Flach. Und ich trommel mir mittlerweile selber nicht mehr mit meiner Erinnerung, ne? Mhm. Ey, OOT, denk ich auch, ich hab, ähm, ist irgendwie, mein Kopf ist kaputt, ne? Ich hab nicht nachgeguckt. Können theoretisch da gleich nochmal hinfahren, wenn sie wollen? Ich mein, es ist dunkel, es war ja auch im Dunkeln, glaub ich, damals. Vielleicht wirken die Gebäude noch mal anders auf sie? Ja, noch, wenn man versucht, äh, hat noch jemand etwas zu trinken? Ja, was zu trinken bekomme ich? Entschuldigung. Alles gut, ähm, ja. Okay, halt, halt, fahr doch mal etwas langsamer. Ich glaub, da ist eine Boje im Weg. Ah, ne, war doch nur ein Fisch, kannst du weiterfahren. Dankeschön. Du bist voll. Wo hast du die Fisch nicht gefangen oder was festen kommt? Weißt du? Davon musst du Commander sein. In die Wunde kannst du langsam keinen Salz mehr streuen. Ja, das ist immer riesig, ne? Mh, ja, hier rechts ist tatsächlich einer der Entführungspots. Kleiner Fun Fact am, oder Fun Fact ist hart gesagt, aber... Kleiner Fun Fact am Rande. Ja. Ähm, der wird auch gerne benutzt und dort wurden auch schon Leute gefunden. Und dieser Ort ist... einsatztechnisch eine Vollkatastrophe. Weil im Prinzip, wenn wir die Leute suchen und die Officer nicht genau hier hinschauen, die MPU oder auch die ASU, dann würden wir ja auch nicht die Person hier sehen, die in den Zellen entführt wurden. Und ob die Führer noch da sind. Ja. Ist sehr tückisch hier. Das muss man schon wissen oder halt dann abfangen. Das ist aber vom März auf, äh, auf diese, diese Karte in, äh... Ja. Das ist, äh... Ich würde mich selbst, äh... anders, wenn ich das nicht da drauf gepackt hätte. Ja, ich hab letztens noch gehört, dass, äh, Karten überarbeitet worden sind. Mhm. Ähm, und teilweise waren die ja gar nicht mehr zu finden am, äh, Board Computer. Also, ich beharrte tatsächlich darauf, dass diese Karte halt drin bleibt, weil... es kann ein sehr starkes Einsatzmittel sein, wenn man es richtig benutzt. Damals zur Zeit der ETU, wo ich Detektor war, haben wir das eingeführt, die Karte. Und am gleichen Abend eine Entführung gehabt, zu der Zeit des Napier-Prozesses. Wir konnten die Leute halt durch relativ schnell finden. Hm. Aber die muss auch nochmal aktualisiert werden, tatsächlich. Da fehlen ein paar Horte. Ja. 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 Einweihungsfeier dann. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Geil. Sau. Oh. Ich bringe dir deine 101 Dalmatiner. Oh, dankeschön, deine 1 Dalmatiner. Was geht? Oh, so, wir müssen uns im Weg mal wieder sehen, ne? Ich hab Bock. Ich sag dir, ich brauch, ich, ich niedle es richtig hart, ey. Kommt mich bitte alle besuchen. Der Hafen wäre ja auch nicht so uninteressant, dass das irgendwo reingeworfen wurde, ne? Voll technisch. Ist jetzt hier einfach so ins Wasser rein, oder was? Hm. Ich weiß ja nicht, wo sie es reingepackt haben. Im Prinzip hast du vielleicht so eine Art, ähm, ja, Metallcontainer, Metall. Ich nenne es mal wie eine Art Schatztruhe. Übertrieben dargestellt. Ähm, und es wird einfach hier reingeworfen. Auch möglich, ja. Das Problem ist ja einfach viel, viel zu viele Optionen, was das angeht. Wir suchen halt das dunkle Reiskörner unter vielen normalen Reiskörnern, ne? Das Schlimme ist, ich bin heute in so einer Duli-Verfassung eigentlich, dass ich mit Ariane Und es sind sehr viele normalen Reiskörner. Weißt du, so was er machen würde. Das ist sehr viele Unigiris. Aber wir müssen ja, wir haben ja voll das Ernst der FP. Und unten hat richtig geile Charaktere. Ich vermisse dann, dass das Tactical Officer Training, um ehrlich zu sein. Ich hab noch nie so oft das Wort, äh, Unigiri gehört. Unigiri? Ja, wir hatten, ähm, bei Tactical Officer Training, ähm, wenn die Leute halt taktisch, ähm, trainiert, so wie auch körperlich. Dass sie halt Väter sind. Es sollten dann ein paar Leute im Streifendienst sein, die nochmal die Leute besser in die Hand nehmen können. Und für schwierige Situationen hat eher in Frage kommen. Und bei Liegestützten mussten die halt immer sagen, ein Unigiri, zwei Unigiri, weil... Ah. Damit die nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 so zählen, wenn sie das bestehen. Ich bin vorhin gleich informiert. Der State Park hat sich für heute Abend abgemeldet. Ich bin vorhin gleich hinter. Was ist das? Ähm, ist das das, was er geschneppt hat? Das müsste, müsste, also ich müsste nach der Kennung gucken, ob es das wirklich ist. Ja, warte, fahr mich mal ran. Warte. Also die Kennung ist, äh, Alala. Ja. Also AL4LA müsste das sein. Aber es sah am Anfang aus wie Alala. Ich leg mal die Schuttflinte hier vorne hin, ne? Als ich das Wasser fallen sollte. Und die Schutzweste leg ich auch eben hier hin. Hey, Ariane ist grad offiziell nicht ins Wasser gefallen, ja? Geht mal den Tisch. Das war kein Fan-RP, ich hab's so getan, als hab ich nicht ins Wasser. Aber das war eigentlich, hätte ich eigentlich... War's die Kennung dann abgelesen? Eher hier hinten? Eher vorne? Äh, nee, die ist vorne und, ähm, ähm, Steuererbaut. Oh Gott, ich glaub ich hab voll Ferien. Ah, okay. Das ist so ein kleines Schränkchen, was du da aufmachen kannst. Sag ich, das ist von meiner besten RP-Seite, ne? Ja, ich hab grad immer mein Taschen ab in der Hand, das ist ein bisschen dunkel hier. Äh, ALALA. Also ALF, 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 ALF. Alright. Wow. Super. So regulär, äh, ohne Scheiß, ne? Wenn ich GTA online gespielt habe, so viele Sachen jetzt hab die hier immer nicht klappen. Ich glaub, weil ich mich so hart versteife darauf... Soll ich das jetzt da so stehen bleiben, oder? Ähm, Rebecca meinte zu mir, dass das FD das halt, äh, fahrentüchtig gemacht hat. Soweit es ging. Das Problem ist halt, das aus dem Wasser zu kriegen, ist ne Herausforderung, weil es zu groß ist. Andere Boote, wie zum Beispiel die Dingies oder das Boot, was wir haben, können wir selber entweder abschleppen mit unserem Bootsanhänger oder aber zum Beispiel die Abschleppdienste oder FD fahren, weil auf Flatbets können die auch durchaus drauf von der Größe sein, aber das Ding ist so groß. Hast du bei McGill mal angefragt? War ne Idee. War ne Idee. Problem ist aber nur, an dem Tag hattest du mich dann abgezogen, aus Gründen. Ähm, müssen wir halt noch machen. Okay. Müssen wir uns mal drum kümmern, aber das hat halt momentan keine 100% Geprio gehabt. Bei meiste Zeit. Wenn ihr eben morgen OMPU-technisch unterwegs seid, trag's einfach mal an, dass sie sich Gedanken schon mal drüber machen. Das größte Problem ist eher das Verladen. Ich glaube das Sichern und so weiter ist nicht das Problem. Das Verladen und Absetzen auf dem Verwahrhof. Aber wenn es so weiter geht, müssen wir irgendwann mal überlegen, ob wir die Möglichkeit finden, irgendwie so eine Art mehr Verwahrhof zu haben. Doofes Klingen. Können wir da denn so schwimmende Springfallen einsetzen? Nun, wir können auch einfach, äh, das eine Ufernee machen und viele drum machen. Ja. Ist so langweilig. So normal. Er ist hier unten tanken, ne? Ja, wir fahren tanken und fahren jetzt wieder hoch. Mit der Name da auch kurz auf Gogen, tatsächlich? Oh, ich auch. Oh, ja, das ist mein Ding. Ist auch wieder das Phänomen gerade im Punkt, dass sich niemand für die am UIN-Net interessiert, ne? Wir wollen auch die UINs treiben und die ganze Zeit nicht angetunkt wurden. Ne, das sagt daran, dass ich reingeschrieben hatte, wir sind nicht verfügbar. Achso, ja, aber trotzdem. Aber selbst, ja, trotzdem kann man halt nachfragen. Ja. Na gut, nur weil das Boot sich bewegt, ähm, oder das Auto weiß es ja nicht, dass es uns gut geht. Ne, ich mein dich bei der UINs treiben. Wenn du reinschreibst, wir sind nicht verfügbar. Wir gucken ja trotzdem rum, was man jetzt sieht, hätte man ja nachfragen können. Hey, alles in Ordnung. Ja. Hey, da vorne wohne ich, hier vorne links, übrigens das, äh, untere Gebäude. Das weißt du aus, wie ich Treppenstufen. Ist aber auch etwas unscheinbarer, ne? Also, hier so mitten in den Wohnblöcken. Ja. Geht ja eigentlich. Ja, check, wird so gemacht, komm. Stimmt. Somit PC meldet sich ab. So, wir gehen jetzt alle gleich 10.30 Uhr, hab ich nicht verstanden, ne? Ja. Ja, ich eigentlich nicht so, aber, ja. Aber ich kann mir jetzt halt mal den Helian gucken, der Helian gibt ja auseinander geschraubt wurde. Jo. Äh. Ja, einfach jetzt irgendwo stehen. Nicht irgendwo da oben, okay. Gut, dann, äh, geh ich auch mal kurz pinkeln. Bin sofort wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Es war so unglücklich hier mit der Geiselnahme. immer. Wir waren so erfolgreich. TWUR416 somos von der Seite. Die langweiligen herbs waren es so nah dran. Dr. Ja, ebenso. Es waren 640 die. Ich glaube, Sie ist an Richtung Toilette gelaufen. Ich glaube, Sie sind an Richtung Toilette gelaufen. Ich glaube, Sie sind an Richtung Toilette gelaufen. Ich glaube, Sie sind an Richtung Toilette gelaufen. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, je mehr Druck sie sich machen, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie sich daran erinnern. Die ist 285, wenn Sie auf dem Funkkreis haben. Hier ein 1620, äh, hier im Dorf. Gucken hier. Äh, ja, okay. Mit Steuergerät. Ja, 433, ebenfalls auf Anfahrt. Sieht aber nett aus. Ja, 3, ja, 3,5 Meilen. Ja, ja, sieht nett aus. Ja. Ja, wir können weiter, ne? Ach so, ja. Ich zeig dir mal den noch da hinten. Ich ärgere mich sehr, sehr darüber, dass man diese Idee zu spät gekommen ist an der Geisernahme, weil das ist da hinten der Steg, wo es hochgeht. Ja, den Weißen, da ja. Dort wären, äh, wahnsinnig halt rausgekommen, hatten wir beide unsere Bewaffnung und hätten halt tendenziell die Geisernahme ausschalten können. Mhm. Jetzt ist es bei der Flucht, tatsächlich. Nur ab dem Zeitpunkt, wo es dann hieß, die Geisern, die kommen aus der Gegend gerannt und die gehen halt runter zum Boot, waren wir halt noch im Wasser. Wir sind halt von da ganz hinten halt hier rüber geschwommen und dann hier haben wir den Steg halt hoch. Mhm. Und dann hätten die halt, äh, ausschalten können. Alternativ hätten wir sogar noch ein bisschen weiter schwimmen können. Ja, ungünstig, aber die ganze Situation war beschissen. Ja, wir haben ja auch die Situation viel zu später mitbekommen, ne? Das war ja der Zeitpunkt, wo ich im Tresor aus Gründen war und auch das Funkgerät aus hatte. Mhm. Ja, ich weiß, wird es nicht abgemeldet, aber die Situation, wie gesagt, selbst, ich, nehm's mir nicht über, aber selbst wenn du hier gewesen wärst, hätte auch nichts geändert. Die Situation an sich wäre, oder ist trotzdem so beschissen. Ja, ist das die Idee, wäre mir vielleicht früher gekommen. Das ja. Man muss dazu sich selbst auch selbstkritisch sein, ne? Gut, das ja. Weil mich immer noch interessiert, was im Jugo da drin war. Wurde der nicht untersucht? Äh, ich glaube bisher nicht, weil halt, äh, nicht möglich. Geht ja nicht sogar bei uns auf dem Verwahrhof. Bei uns auf dem Hof in der Mesa, ja. Ja, mein ich ja. Entschuldige. Ich will das schon Verwahrhof nennen. Hm, warum kann das nicht dauernd untersucht werden? Äh, ja, weil, äh, keiner quasi Zeit hat dafür. Das ist so das Problem. Dann, äh, frag morgen mal Nuk, ob das wirklich okay ist, dass du es übernimmst und dann brechen Spaß auf. Na, keiner dafür zu. Ich glaube, aufbrechen müssen wir es, äh, nicht mal. Äh, sind alle ein bisschen auf dem Laden wohl im Moment. Also es geht ja auch darum, die Forensisch zu untersuchen. Ja, ja, ich sehe. Wer steht dem Punkt? Das Problem ist nur, Ja, wir sind ja an von der Streife. Schauen Sie mal bitte noch mal beim Alien dort vorne, ob da vielleicht Fahrzeuge in der Nähe steht oder irgendwas. Information. Angeblich wäre das Alarm nicht gewandert gegangen, ohne Fahrzeuge. Ja, das glaube ich aber nicht, weil die sind ja mit dem Jugular hier runtergefahren. Und ich glaube, ich bin mir sicher, wir haben es nicht gesehen. Ich glaube eher, dass sie sich aufs Boot genommen haben. Ja. Ja, die V33 meldet uns, kommt die Datenfahrzeug hingegen. Ah. Ein Chevorek. Ah. Oh nein. Mach den 426. Na gut, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier in den Perop hier gucken müssen. Ja, der Chevorek fährt jetzt weiter zum Einsatz. Äh, ich weiß nicht, wer das gerade sagt. Ich wiederhole mich, machen Sie den 426. Ich hätte hier richtig guten, ich hätte hier richtig gut, ich hätte hier heute machen können, ne? Da ist man mal mit, 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 mit diesen beiden Charakteren, das ist grad voll geil. Ah, ich bin so müde, ne? Hätti Lothar. Sind Sie bitte eingefallen, achten Sie auf sich. Wenn es Ihnen nicht gut geht, schonen Sie sich. Und wenn Sie jemanden zum Reden lassen, So, die R1 eigentlich morgen wieder... Äh, niemanden können Sie sich jederzeit an mich wählen. Wenn Sie natürlich gerne auch so, ohne dass was sein muss. Äh, also wie ich das verstanden habe, sollte sie morgen R2 auch sein, dass sie bis morgen probiert ist. Jetzt ist immer jemand da, bleiben Sie stark. Dann wird's halt wieder nach unten verlegt. Hätti Lothar. Und so lange bleibt die R2 unten bei uns. Und so lange bleibt die R2 unten bei uns. Dann, äh, bitte ich einmal... Nein, das ist, äh, schon sehr nice. Also wenn das wirklich so richtig ist, dass er mit seiner OTV hier ECRP spielt, ey, da lassen wir aber mal richtig schön die Finger holen, ne? Äh, das ist super süß, ey. Aber ich glaub, das wäre so... Äh, dadurch, dass ich ja mal ein Meeting hatte... Nein, das kann man nicht als großen Info. ... und beim MD, gab's auch die Möglichkeit, die Informationen zu bekommen, zwecks Brotts nach Kudo. Das wäre, äh, immer noch dieser Defekt, der hier liegt. Also, wir sind nicht ausgeschlossen. Einfach, einfach mal mit ihm reden und dann einfach so die Stimme die ganze Zeit hören und am Ende... Ja, wir den halt auch brauchen. Das war so Kudo demnächst. Wir haben sich auch darum gekümmert, dass der Zugriff hier ja normal funktioniert. Ja, wissen wir was wirklich drauf ankommen. Also, die Techniker sind dran. Der ist aber sehr, sehr lieb, ne? Der war damals auch so empathisch. Der war damals auch so empathisch. Ja, ja, ja. Okay. Leider ja. Aber man versucht da ein bisschen was von der Berechtigung anzufassen. Wär jetzt zumindest mal ein Gedankengang. Mhm. Wir können ja einmal ganz kurz nochmal zum Tor fahren. Ich probier's nochmal aus. Vielleicht ist es ja auch mittlerweile repariert. Beziehungsweise das System gefixt. Wollen wir wenig Hoffnung. Ich würde auch erklären, warum die Firma halt das ist, ne? Weil ich glaub nämlich langsam, dass das eine reguläre Bauchhema ist und dass sie eher dort Fahrzeuge unter der Hand irgendwie von jemandem gekauft haben. Wäre auch eine Option. Aber versteift sich ja zu sehr darauf, dass jeder Baustelle jetzt gerade das Böse lauert. Ne, ist ja auch richtig. Deswegen, es wäre jetzt sonst die Frage gewesen, dass die Leute einfach mal gefragt, was die Firma für die macht. Weil draußen stehen Schilder am Forza-Cool von denen. Also wären die wohl offiziell da irgendwas für die Arbeit. Okay. Ich sag mal so, wenn's nicht der Fall wär, hätte diese Firma ganz andere Probleme. Ja, also das wär... Ich erinnere mich damals, wie die Limonen hier aus dem Sumpf gezogen haben, während OPW. ist ja noch ein Highlight. Haben sie ihn einfach mit der Wärmebildkamera hier im Sumpf aufgespürt. Und er fühlt sich wie der größte King damals. Es wird am Samstag nebenbei eine Besprechung stattfinden. Wo du tendenziell dabei sein solltest. Okay. Ähm, ich muss nur gucken, ob wir da wieder die Sicherheitsvergabe haben, dass dort nur Bestückler dahin dürfen oder ob das halt ein generelles Ding ist. Weil ich würd's eigentlich begrüßen, dass meine Sarges mit dabei sind. Aber man muss schon mal nachhaken. Wird am Freitag erfahren. Hier rechts stand übrigens das Boot von denen, mit dem die geflüchtet sind aus dem Helipad. Wo ja noch dieses Geländefahrzeug gewechselt sind. Richtig, das stand da. Das heißt nicht. Ja, wir haben damals die Schussmöglichkeit. Aber dann hieß es, dass dort Zivilisten in Gefahr sind und wussten nicht, ob da Geyseln genommen wurden und sonst hätten wir das Feuer auf sie eröffnet. Das war Situation 2, wo wir nicht agieren konnten, leider. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass die Geyseln haben, weil es hörte sich erst so an. Aber dann hieß es ja, nachdem ich die Streife geprüft hatte, ne, die haben nur das Ding da geklautet, Moped. Ja. Ja, das Thema ist leider immer so kompliziertes Thema. Ja, aber ich glaub, in dem Moment war es vielleicht auch nicht so sichtlich, ob wir hier jemand mit eingepackt haben, wenn wir schneller. Also wirklich die Streife, die wir in den Vorhof waren, nur in dem Overwatch. Hatte ich ja jetzt auch nicht vor. Nee, aber ich mein, das ist ja so gemein. Aber es ist dort so eine Analyse und aufarbeiten, gehört trotzdem dazu. Oh. Super. Ach so, wenn einer von ihnen beiden aus der Dienst will, müsst ihr es sagen, ne? Ja. Ja. Ich bin auch bald weg. Ich würde noch eine Garagenfahrt vielleicht, weil der Klima gefragt hat, noch machen und dann... Ja. Werde ich in Ohnmacht rein? Hm. Schwierig. Vielleicht sollten wir erstmal bei einem 24-7 oder so halten, ne? Also, ja, nein, ich... Wär auch nicht schlecht. Wär auch nicht schlecht. Wär auch nicht schlecht. Wär auch nicht schlecht. Was? Eine�� gefeiert. Einmal hier. Ich hoffe, sie mögen Wassermelone. Oh. Sehr sogar und Wallis Prousis richtig gemacht. Ich glaub... Hier einen Track mit einer Überführungsfarbe ins MD? naja ich bin ehrlich ich vermisse die guten frappuccinos aber naja ich muss sagen ich habe ich muss leider den klischee immer nachgehen ich komme aus new york muss frappuccinos inhalieren kann man schon mal aussteigen wenn man so ein bisschen geschämt obanz wenn ich mit dem hipster im auto sitzen oder wie kann aber aussteigen ist kein problem aber ich bin aber nein ich bin kein hipster die frappuccinos haben mir eher durch mein studium geholfen an dürfen sie ich habe ein bachelor tatsächlich im bereich von it und marketing ist er sieht auf it sicherheit musste studieren ich hatte nicht die wollen bedauerlich immer noch zu haben sie studiert also wenn sie jetzt noch mal die wahl hätten dass sie sich selber im studienfach aussuchen dürften ohne dass sie müssen was würden sie studieren schwierige frage um ehrlich zu sein habe ich mir nie so gedanken darüber gemacht weil mein leben eigentlich nur aus verpflichtungen bestand ich meine grundsätzlich das it studium fand ich jetzt nicht uninteressant das marketing ding war eher so ein ding was mich nicht interessiert hat aber da ich das erbe antreten sollte war es hat eine verpflichtende sache mich kann ich so gar nicht beantworten um ehrlich zu sein was mit mir haben sie studiert ich habe studiert ja politik und wirtschaftswissenschaften das hört sich gar nicht trocken an oder so also ich persönlich finde es interessant ja weil mich gerade politikwissenschaften interessieren für viele trockenes thema also für mich auch aber ein thema was sich oder was mich interessiert von daher ich werde ich angerufen hallo frau logan bei uns ist alles in ordnung wir sind jetzt wieder in uhr ins 3 holen uns gerade was zu snacken werden noch kurz umher fahren und ich denke mal das wird auch seit dienst gehen dann kann man mal fragen so logan kommt nach davis ende ich wieder wir wurden mitgeteilt dass man sie gerne in die csi wieder zurückholen möchte ok aber erst wenn sie officer 3 wird was sieht mein konto leer aus das ist die große lüge ne warum das heißt es noch gar nicht ich weiß was du mir das letzte mal gesagt hast was du drauf hast was soll ich denn da drauf oder hast du dir was gekauft der noch nicht hast du 160.000 gesagt ja aber es sind ja mittlerweile auch keine 160.000 mehr bitte was das sind 200 ne was das soll ich da was 200 boah ja Mr. Gauthier war mal CEO von Mr. Glasses und dann wurde er rausgeekelt oh mein gott oh mein gott ja da haben wir ja auch eine geschichte zusammen ja ja die sind ja doch ganz nett ne tschuldigung nochmal nun ich hole noch Kaffee es kam plötzlich ich saß die ja ist habe ich mich nicht in bericht ja 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 Oh mein, stimmt, yo, diese Beine, die Ex-Freunde von Kate. Stimmt, yo. Hey, Kate. Oh, wie süß. Wenn man wenigstens ein Eigentum mal investieren könnte, ne? Nun. Naja, und das dann erstmal bekommen, ne? Ja. Dadan ist die mich damals über den Tisch gezogen. Ja. Eine Woche... Die wollten mir eigentlich das Loft für 70.000 hat verkaufen, als ich damals noch da gewohnt hab. Und dann nur eine Woche später ist es, ach nee, doch nicht. Ja, bei sowas verlang ich meistens immer auch, dass man mir das nochmal schriftlich schreibt. Ja. Ich hätte es besser wissen müssen. Besonders als die Mietpreise so massiv explodiert sind, war das äh... noch bitterer. Ja, ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja... Und das Loft könnte man nicht noch 150 Mieter oder nicht sogar noch mehr. Hm. Das Loft war eigentlich ganz cool als ich da gewohnt habe, aber dann gab es irgendwann ein Drive-by 5-3-3-3 mit dem Cofas zum Geld Keroxen. 25-4-3-3-3 mit dem Cofas zum Delkeroxen. Das war super. Es waren damals äh... die Mayhems, tatsächlich. Den hatte ich auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich zumindest an eine Situation. Ja, das Gute an den Luft ist aber, dass man natürlich einen Vorder- und Hintereingang hat, das gibt es ja nicht wirklich oft. Und man hat dann im Hintereingang tatsächlich vier Wege, um wegzukommen. Man kann immer woanders ein Auto entstehen letzten Endes. Ja, geht das. Das ist ziemlich gut. Die Begeisterfahrten sind auch ganz okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben einen schönen Hinterhof, ne? Ja. Ich finde es übrigens interessant, wie deines dieser arbeitet. Warum? Nein, wir haben die PSB-Sache und ein, zwei Tage später machen die schon wieder Wohnungsbesichtigung von Leuten, die dort involviert waren. Also, involviert im Sinne von geschädigt. Okay. Weil Yves hat sich eine Wohnung angeguckt, das heißt Yves und ich haben zwei Wohnungen wieder. Und die Person, die das mit ihr gemacht hat, die Besichtigung, war eine der Geisel scheinbar. Oh. Deswegen hat die auf meinen Namen auch sehr allergisch reagiert. Naja, grundsätzlich muss man halt immer so sehen, ne? Jeder verarbeitet solche Dinge halt anders. Ja. Manche stürzen sich ja dann richtig in die Arbeit. Glaub ich nicht. Aber ich hätte eher gedacht, dass deines von sich aus vielleicht sagt, ne, wir machen jetzt erstmal, äh, machen halt nur Notfälle oder irgendwas. Mhm. Wir hatten ja, wir hatten ja, äh, ich glaub den ersten Tag danach hatten die auf ihrer, äh, menschen Seite da aufgeschrieben, ne? Man glaub ich sogar einen der ersten, die da stehen hatten, dass die jetzt erstmal geschlossen haben. Gucken wir doch mal nach der, äh, Halle. Ja, eigentlich ist es immer diese kleine Garage, die total leer ist und die eigentlich unbedeutend ist, aber als super Unterstupf, äh, dient, wenn man, äh, nicht von der Polizei gesehen werden will. Was war denn in der Garage so drin in dieser kleinen? Herr Kuri haben wir gar nicht. Oh. Also wirklich leer leer. Man hat sich vor der Polizei darin quasi, äh, gut verstecken können. Deswegen finde ich es schon wichtig zu wissen, wo die Garage ist. Und wie gesagt, die andere Halle mit diesen ganzen bunten, teuren Autos, die war, glaub ich, ich glaube da, wo wir heute, äh, vorstanden. Aber ich bin mir absolut tatsächlich, was man sagen, überhaupt gar nicht sicher. Mhm. Ich überleg grad so, wir waren ja vorhin bei der Maze Bank Arena, wo sie meinten, ja, das hier sieht so aus, ne, der Weg. Ja. Das Fahrzeug, was vorhin die ganze Zeit verfolgt wurde, ist auch die ganze Zeit zur Maze Bank Arena immer wieder gefahren. Ach. Kann jetzt nur Zufall sein, ne, da werden wir jetzt nicht vergessen, aber mal angenommen, das Fahrzeug würde dazugehören, tatsächlich. Sie haben recht, Frau Wahnsinn, könnte es sein, dass der versuchen wollte, sich da irgendwo zu verstecken, um uns abzuschütteln. Dann lassen unser Scheißdinger nicht finden, damit ich schlafen kann. Mann, der ist kack, scheiß, Entschuldigung, aber, Mann ey, das geht mir so oft, Entschuldigung, muss ich einmal ganz kurz ausfallen werden, das geht mir so oft, die Nerven. Alles gut, lass uns das raus, was im Streifenwagen ist, bleibt im Streifenwagen. Nein, ich sage nicht immer ganz böse Worte, nicht zu mir passen. Hm. Sie müssen sich nicht verstellen vor uns, ne? Alles gut. Wir sind doch gerade im Hafen an diesem großen Containerschiff vorbeigefahren. Das ist irgendwas mit Bulg oder so, Bulg? Ja, es ist das Bulg, ja. Ja. Und, ähm, wäre ich jetzt mit meinen Freunden unterwegs, würde ich, hätte ich da jetzt einfach bei dem gesagt, Hihi, Bulg, Lul. Und, äh, das würde ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Und ich, aber das würde nicht gut kommen. Ja, verstehe. Witzig mal. Oh, jetzt bin ich jetzt richtig feinig. Gut, ähm, ja, also wie gesagt, hier ist der Hafen, hier ist der Hafen, jetzt ist ein bisschen, äh, ein bisschen weit gefächert. Hier, äh, die Halle dahinten könnte das sein mit den dritten Autos. Aber ich bin mir nicht sicher genug, dass man jetzt sagen könnte, ja, jetzt, äh, sorgen sie dafür, dass wir hier reinkommen, äh, in der Halle. Ähm, könnte halt auch einfach da stehen. Das ist sehr gut. Hahaha. Ja, das stimmt, Frau Warns. Okay. Hahaha. Schön. Haben die Tore hier rechts, ne? Ja. Ja, das Problem ist, Glauben ist nicht das Wissen. Aber mit Glauben ist schwierig, dann Beschluss zu bekommen. Ja, ich, ähm, das Glauben wird auch nicht mehr zum Wissen. 4, 3, 3, 10, 20. Der Päropädie, die 3, 7, 30. Lösung, der Fäder 3. Bitte? Nee, machen Sie ja. Man kann sich nur irgendwie im Hinterkopf behalten, dass falls es irgendwann mal zum Einsatz dort kommt, oder falls es irgendwann mal etwas gesucht wird, dass man das vielleicht mal gehört hat. Ja, ja. Hm. 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 30 melden sich aus dem kreis ich bin ich auch einfach zu versetzen auf den optimisten vielleicht haben sie ja sogar ein bisschen später noch aber es sah so ein bisschen aus wie nicht ganz wie hier aber standen dass sie los oder gas gerade gehört ja in dem ist was wollte ich unterbrechen aber auf der weg gekommen sein einfach nur das klang ein bisschen sehr abrupt plötzlich und gar nicht mal so weit entfernt ah wir können ja die maceback arena gleich noch mal hinfahren und uns anschauen das was mit plan immer zurück zurück ich habe rückspiegel an seiten spiegeln scheinwerfer gesehen johann ja moin wie schnell war das denn jetzt an informationen geräusche bremsen sind und beide kommen dann an der rückspiegel als das aus der richtung ja das ist mein plan ich will mich da irgendwo verstecken eigentlich sollten wir vorher noch mal tanken aber eine stx-einheit ausrufung was weiß man hat 6 wechseln sie auf eine stx einheit und fangen sie an auf sie hat jetzt nicht das getan was ich befürchte ja wir haben nicht wirklich eine stx einheit kommen lang fahrzeug 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 ist aber nicht das was ein anderes es kann auch zählen sein ein bisschen sehr blau werde ich zu dir ja ich habe links war noch ein weiteres fahrzeug mit rücklichtern glaube ich bin mir wohnsicher kann eine boje gewesen sein wir sind einmal rumgefahren haben wir rechts rum ist ein boje gewesen oh mein gott spannend was er hier macht ich hatte ein bisschen das gefühl dass es ein fahrzeug ausgetestet wie er gerade um die ecke gehüftet ist fahr nochmal zurück pappelt einmal um das gebäude das recht oder das linke ist wieder hinter uns er ist umgedreht mal gucken ob wir sie gestoppen können umgedreht kann neugieriger zivilist sein kann aber auch immer ein anderes sein ich gehe davon aus dass du dein auto hier ein bisschen ausprobiert war ich auch hinter uns scheint neugierig ist wir haben keinen sdx hier beim lamesa müssten da tatsächlich unseren s nehmen hauptsache schnell der sdx steht auf dem gästepartplatz aber der s ist halt eigentlich genauso fast so schnell wie der sdx der s ist tatsächlich in der beschleunigung ein bisschen besser können die bitte gleich einfach in diese garage da rein fahren damit wir die sache machen das ist wie die katze das ist bestimmt wie die katze die 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 versuchen uns dahin zu locken damit wir das endlich oh alter das fragt mich so habe ich will keine garagentore und hallen und sowas also ich will damit nichts mehr zu tun haben ey oh das ist wahnsinnig ne ganz schön wieder die pumpe aber sie kommt klar ich komme klar aber hauptsache das auto ist abgeschossen hier kommt keiner rein jemand hier reinkommt grüßt ihn eine und grüßt die person eine schrottflotte in englisch ist die anstreffe so im weg hier live tracking das fahrzeug zumindest bisher hier so mehr gesehen die denkt ja auch die wurde verfolgt weil die wusste mit luder wagen und das ist ein super zufall gewesen oder die person macht sich gerade in die hosen weil es ein schwarzes fahrzeug auch dass sie einheit von trotzdem links lang auf jeden fall blaue lichter ist schick ich bin mir nicht sicher ob es nicht vielleicht ein bisschen aggressivere funktionen ist ja es für mich gut sehr blau ich spreche das sind adres policedepartement steigen sie einmal aus auf die rechte beifahrerseite und warten sie auf weitere anweisungen ok info an den kollegen der hat auf jeden fall irgendwas weggepackt oder genommen oder er hat etwas beiseite gelegt typ hat auch eine goldene kette auf jeden fall ja du übernimmst und man war und man war ja als guten abend auf meiner sprache ebenfalls guten abend bei ihnen ist in ordnung geht es ihnen gut ja 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 alles gut ok äh darf man fragen was hier unten im harbour machen ja wir gucken uns hier ein bisschen die gegend an ok äh stehen sie so auf industrie scharmen oder warum ähm ja industrie scharmen wir gucken halt und planen halt für ein event zukünftiges ok was für ein event ja da kann ich jetzt aus datenschutztechnischen gründen ja noch nicht so viel sagen sonst wissen wir ja schon das ist ein bisschen geheimsache mitstehen aber werden sie noch in erfahrung bilden ok bin mal gespannt haben sie trotzdem ganz kurz einen ausweis für uns einmal bitte aua na klar wer ist eigentlich wir ja die dame die noch im autos ist ja es ist sehr dunkel hallo 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 ich gehe aber ganz kurz die daten überprüfen bin ich wieder da na klar sag mir nicht das ist max salvatora vorsichtig richtig alarm wir haben irgendwas falsch gemacht ah wissen sie manchmal ist man etwas vorsichtiger und überprüfte situationen und fragt aber nach meinen männer jetzt nicht so nackt ist er alles piano per se ok perfekt ich habe schon gedacht wir werden gleich überfallen was geht mit der salvatora wow oh karta mensch die leben noch ja ich bin nicht tot ist das korrekt das ist sehr gut lange nicht fühlt sich ja manchmal so an warum so alt sind sie denn noch gar nicht oha mobbing ja warum wir uns schon so lange kennen ja sie haben gesagt sie fühlen sich fast tot das ist ja das hat andere gründe aber ist ok dann sich nicht selber dessen eine frage sind das nur sie die hier gerade ausgeschlagen oder mit dem ganze team dahinter alles gut bei ihnen erwarten sie ich muss kurz der kollegin antworten hier aber soweit ja das ist gut ob nur ich das auskunft also ne ja nur wir beide hier gerade haben sie etwas wahrgenommen hier wo sie auch vielleicht kurzzeitig ein komisches gefühl hatten also ja das schwarze fahrzeug aber ich gehe mal da stark von aus dass sie das waren ja das meine ich auch tatsächlich nicht sonst nix ich kann ja sonst was erzählen ja zwischenzeit andere frage ihre scheinwerfer sind die standardmäßig verbaut in dem auto wirkt relativ aggressiv durchszenen als er sehr wirklich sehr blau der blaue ach niemand kenne ich doch das ganze zeichen machen sie mal kurz die scheinwerfer betan aber ich glaube das ist einfach so ein wirkung ding äh gott ja es ja kann sein aber das ist beim jugular bei mir auch so aggressiv teilweise ja 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 die sind tatsächlich ja ok es geht etwas aggressiver ja vielleicht durch die lichter hier ok ich glaube hier ist ja alles dunkel es ist bisschen naja ja aber schön den remus mal wieder zu sehen haben sie ihn schon lange nicht mehr gesehen tatsächlich nicht ne ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen kann da rein richtig dachte den werden sie schon losgeworden deswegen hä ne ich verkauf doch meine babys nicht finde ich gut das wäre ja so als würde ich meine eigenen kinder irgendwie weggeben so würde ich tun manchmal wenn ich welche hätte was was sie denn für eine rabenmutter ich habe keine kinder deswegen ja das ist auch immer so generell im grund mögen sie keine kinder die sind furchtbar der kommt auf die erziehung an ne ja gut ja äh herr salvatore dann danken wir ihnen dann können sie wieder weiterfahren wir wollten nur mal überprüfen ob alles in ordnung ist ja alles gut das ist auch gut finde ich gut aber ich hatte kurzzeitig war ich ein bisschen verunsichert die sind da nicht sichtbar das war irgendwie war mir nicht ganz koscher so aber wir haben uns auch kurzzeitig gewundert bei sie irgendwo dahinten auf der Auffahrt plötzlich auch wieder hinter uns aufgetaucht sind deswegen ja weil ich halt hier noch nicht fertig war wir haben halt geplant so und haben uns das halt angeguckt und so und dann kam mit einmal die so hä was ist denn jetzt hier das okay erstmal aus der Situation raus wer weiß was hier gleich abgeht oder so schon wilde Sachen hier erlebt deswegen lieber erstmal fliehen und gucken was passiert so und dann ja das wenn sie irgendwie was auffälliges mitbekommen oder so sagen sie uns ruhig Bescheid das auf jeden Fall ja gut hattest du event was mit Autos zu tun? ja Lamesa freut sich immer über Einladung okay ja ja mit dem Lamesa hab ich noch gar nicht so viel zu tun gehabt so das ist irgendwie ein bisschen traurig eigentlich kann jederzeit vorbeikommen mit uns sprechen tatsächlich sind sie da der Ansprechpartner? ich bin der Assistant Chief dort korrekt okay okay ja das ist stark war bisschen überrascht hat Mr. Schuna auch damals gemacht tatsächlich für sein Event okay ja cool ja dann bestimmt wobei die Frage ist ja es zählt immer nur der Einzugsbereich oder? je nachdem wo das Event dann stattfindet? es ging einfach nur dass man halt darüber quatscht per se also jetzt nicht dass sie sich die Erlaubnis holen sollen einfach community policing oder community hier in dem Sinne wenn sie verstehen ja 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 es ist wichtig und richtig und glaube ich viel zu selten aber ich meine ich kriegs nicht mit nicht so viel mit dem PD zu tun so ich bin ruhig geworden kommt in die Jahre aber Frau Kata das sagen würde wow alright ich denke wir können dann äh genau da haben sie auch einen schönen Abend passt das ja auch ja jedenfalls mach ich ich geb mein bestes Spaß das wird hundertprozentig ein Racing Event und es wird nichts Offizielles und die testen gerade hier ein bisschen aus was war's ist hab ich nicht vorhin noch gesagt äh der macht sich wahrscheinlich jetzt selber in die Hots mhm definitiv ist halt die Frage ob er die Wahrheit gesagt hat mit dem äh anderen Fahrzeug was hier war äh was meinst du jetzt ähm dass er wirklich das nicht gesehen hat naja möglich wärs tatsächlich weil er ist ja erst gekommen als wir uns wieder positioniert haben also ich schließe es nicht aus ist halt die Frage ob er die Wahrheit sagt ne im Prinzip hat er ja früher mit der Mafia zu tun oder hat noch mit der Mafia zu tun hätte irgendwas mit Aiden Jackson glaube ich ich bin echt erinnern ich sag mal so zumindest Akten mäßig ist er überhaupt nicht mehr auffällig ja vielleicht hat er seine Lektion gelernt oder er ist besser in dem geworden was er tut ja ja wobei vorher waren auch Akten weil ich es richtig gesehen hab so vom Aktentitel wo es wahrscheinlich eher so um kleinen Kram ging also er hat ja auch kooperiert per se er hat auch kein äh ich sag jetzt mal Anzeichen dafür gemacht dass man dort was durchsuchen kann oder so sorry für die kurse Störung ähm Lami Salah wurde potenziell vorhin wieder entführt was von wem weiß man das wissen wir nicht wir haben ihn nur gefunden mit gebrochenen Kniescheiben angeblich war ja mitten in der Wüste äh ja wer ist bei der Arena noch oder ja stimmt ohne Fahrzeug in der Nähe hat sich mit angeblich mit einem Taxi gefahren lassen aber warum brauchst du die Tankstelle dann ähm ja super Ort ja super Ort Tankstelle aber auch Community Policing und da er immer sehr stark auf Dingens gepaucht hatte ja ja ich werde ich gebe dir Bescheid ich werde Dankeschön bis Bescheid sagen ich werde versuchen was aus den Heustöpatschen hier ja das wäre super zwei gebrochene Kniescheiben ist er jetzt noch gekritten oder was ja ja der ist erstmal nur im äh md weil das ja nicht mehr erreichbar ist ok ja das ist dann die Weihnachtsschwestern mehr erfahren wir dann die Tage also wir ich werde mal anfragen ähm ob wir da irgendwie Bescheid bekommen ob der irgendwie stupfe Gewaltanwirkung hatte oder was weil das ist nicht normal krass ok ja gut weiß ich Bescheid Dank fürs Bescheid gehen mhm ok bis dann bis dann tschüss 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 mir gesagt dass es selber vermutet dass er hinter der anderen entführung steckt aber da bin ich gerade auch in dem tunnel ich verstehe ist also muss auch mal etwas besser auf sich aufpassen ja lange geht sowas nicht gut der körper macht irgendwann nicht mehr mit schon nebenbei noch immer ein bisschen auf meine auf meine handy karte waren sie eigentlich immer nur dort unten auf der legion island also dort wo wir gerade waren oder auch auf den anderen inseln ich erinnere mich dass das kann ich gar nicht sagen ich erinnere mich aber dass wir quasi die straße runtergefahren sind weil auch eine straße an der seite überhaupt jetzt sollte ganz vorbei über uns war auf der rechten seite wenn wir richtung garage gefahren sind ich habe ein bisschen die befürchtung dass ein teil meiner erinnerung so ein bisschen gelitten hat und eventuell dieses gesamtbild vielleicht doch verfälscht ist aber ich meine es kann halt auch sein ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt wie es ist mit erinnern was passiert wenn es ein paar tage her ist eine woche in zwei wochen ja je nach situation und was passiert ja es ist halt die die links sind zwei garagen ja ja hier waren wir ja und hier hieß es auch hier ist auch die treppe vorne rechts und nicht hinten und hier ist eine kurve und ich habe den viktor noch gesehen beim wegfahren im weichen deswegen macht das irgendwie auch keinen sinn aber ja die meisten sachen da passen auf jeden fall natürlich irgendwas hinter dem gebäude ne bestand irgendwie gefühlt einsamer da ist es könnte vielleicht ist es das sogar und irgendwie meine erinnerung spielen gucken muss das sondern mal genauer an einfach aber das erste mal als ich hingefahren wurde das bauchgefühl sagte einfach generell nein ok so ein bisschen wirken lassen aber ihr bauchgefühl sagt meist sollte man ja immer auf sein bauchgefühl hören sagt man ja eigentlich ist es der erste eindruck war hier klingelt es nicht irgendwas ist hier nicht richtig sieht auch augenscheinlich einfach aus wie so eine reparaturwerkstatt ja auch noch mal abgeschlossen tatsächlich in meinem gedächtnis ist auch das ist auch ein rolltor dass sie was ich gesehen habe war eine richtige also rechts rum dann ist hier rechts so ich weiß gar nicht was hier gelagert wird da ist oder so man kann ja tatsächlich aber auch runterfahren in den bereich also hier rechts das war alles kein großes industriegebiet das war es einfach nicht gefühlt einsamer die straße der war enger kaputter dunkler fahren wir hier rüber einfach äh warte hier hatten wir ja auch schon mal äh etwas da war hier schwierig es war schon eine befahrbare straße wo auch jeder langfahren kann ähm die garage war zur straße so wie jetzt gerade die garage so in etwa sah das szenario halt auch aus ich äh ich können wir trotzdem halt hier weiterfahren unter der brücke die da gerade war na klar und ich stehe hier vorne um und ich stehe hier vorne um und jetzt wahrscheinlich wieder hier hoch ne genau jetzt kommen wir wieder zur mace pink arena die straßen führen hier oben zusammen ja gut ist das bringt aber heute auch nichts mehr ich muss noch mehr machte überschlafen vielleicht zeichne ich das einfach auch mal auf das hab ich auch mal überlegt dann sind wir dann fahren wir mal nach der mese ja ach ich geb's auf ey ich geb's auf ey ich geb's auf die erinnerung will nicht kommen ich komm da einfach nicht ich hab halt wie gesagt als ich gehört hab dass ich das äh schon ausspielen darf mit den mit den ganzen autos in der garage ne ähm ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr also an dem tag vielleicht hätte ich mich mit arianon erinnert der weg nach hause wird interessant warum weil wir nur eine streife draußen haben und das ist eine 3er streife ich möchte motorräder ja aber ich würde sie eigentlich begrüßen werden das waren es nicht alleine nach hause fährt so ohja das wär ganz gut ich mein per se würde es auch so gehen da nehm ich einen von euch beiden auf dem motorrad mit auch ne option und was frag ich ifo ob sie mich abholt oder du wirst von der streife nach hause gebracht alles ok nach dem post auf venture kommst du aus der geschichte nicht raus bei mir das weißt du ich bin gestern schon mal aus der geschichte bei per se nicht raus gekommen hey wie per se ja per se war gestern watch command und ich hab sie ja gefragt jetzt zu streifen ob ich mich nach hause bringen kann sie meinte so ne leider nicht äh hin und her und sie meinte dann so ne du fährst jetzt nicht alleine nach hause oder lässt dich halt nicht abholen du wartest jetzt blub weil sie einfach nicht wollte dass ich äh ja ist ja auch nicht hause fahrer du brauchst ja gar kein mitspracherecht das ist dir bewusst ne naja solange hätte ich das ganz gerne machen das muss man recht nö kein balken weg tatsächlich denn ja So. Vielen Dank. Das ging aber auch jetzt irgendwie. Also heute war ja wirklich... Aber wie gesagt, es passt gut zum RP, es passt gut zur Ariane gerade. Aber im nächsten Mal muss ich auf jeden Fall wacher sein. Dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich nochmal am Freitag streamen. Das ist ganz spannend. Es wird einen Moment mit der Überführungsfahrt dauern des Bahns, aber es ist organisiert. Okay. 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 Sogar hier eingetragen sein. Warte, ich muss auch aufhören. Nur auf, ey. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Ach, stimmt ja, wir wohnen ja an Fürth, deswegen können wir, oder? Ja, ich bin da, war einfach nicht nice. Hat das so ein Reich mitgekriegt alles? So rauch sind wir. Oh, wow, das steht sogar da. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles, was ich mit euch im Stich. Bist du selten, dass ich sie alle mal ohne Uniform sehe? Wir sehen uns auch selten ohne Uniform. Oh. Nun. Wir können gerne vor die Tür gehen. Ja. Die durchsitzen. Ja, dann warten wir mal auf unsere Abholung und Begleitfahrt. Oh, das ist ne gute Idee. Kann sich ja mal Gedanken noch zusätzlich machen, ob wir vielleicht noch Orte kennen, wo tendenziell solche Garagen sind, die immer spezieller steckt sind. Es wird mich ewig verfolgen. Denn die Garagen wird mich wirklich ewig verfolgen. Nachvollziehbar. Ich glaube, heute Nacht werde ich einfach von irgendeiner Garage träumen, die aber statt ein Rolltor so Zähne hat und mich die ganze Zeit verfolgt und ich versuche dann wegzuholen. Jacob, wenn du morgen im Dienst bist, sag einmal Sergeant Barnes Bescheid wegen der Liste. Die, worüber wird gesprochen, die Versitzungsliste. Ja. Und wenn es geht, QM bei Torres, also ich weiß nicht, ob ich morgen da bin, wollte ich mal zumindest einen Tag frei machen, weil Freitag und Samstag werden massiv anstrengend, das weiß ich schon jetzt. Sehr viel politische Gespräche und Bürokratie und Besprechungen und ja. Möchtest du mir jetzt erzählen, du glaubst, dass du mal einen Tag Büroarbeit machen kannst? Manchmal. Heute kann ich auch Büroarbeit machen. Oh mein Gott. Ich habe eine SMS bekommen. Von dieser Frau, Frau Barnes, wie oft wollen sie denn eigentlich noch an den Ort zurückkehren, an dem wir sie hingebracht haben? Wann haben sie die SMS bekommen? Jetzt gerade. Sag mal, wenn wir... ... unsere Streife. Das heißt, die waren gerade unten am Hafen. Mh... Heiß. Ich hab doch auch mal was die Richtung gekauft. Das könnte aber auch ganz blöd sein, dass das Fahrzeug, was uns da entwischt, das vielleicht wirklich da was zu tun hat. Mh, da ist mein Gedanke gerade ein bisschen. Wenn die wahrscheinlich... Aber sind die dann nicht wirklich... Dann muss die eine Halle doch da sein, die ich meinte. Die Frage, die ich mir gerade erstelle, was geht. Hallöchen. Hey, hey. Wir sind doch nie ausgestiegen. Wir saßen immer nur in diesem Auto. Woher wissen... Wissen die, dass die dann mit bei uns drin saßen? Ich finde die Frage ist nicht, dass die jetzt schon wieder irgendwie den Funk haben. Naja... Ist es nicht die Wahrheit, dass wir nicht ausgestiegen sind? Wir hatten gerade eine Verkehrskontrolle. Ja. Oh nein, vorsichtig. Wurde jemand angerufen? Wurde jemand angerufen? Ich hab ne SMS bekommen, ja. Aber im Moment dann... Ich hab doch... Ich hab... Ich guck meistens bei sowas immer auf die Dächer. Ich hab gar keinen gesehen. Das Problem an diesem Ort ist, man kann auf sehr vielen Möglichkeiten stehen oder sich auch hinter Sachen verstecken. Und wenn man sich wie beim Swat so auf dem Boden legt, zum Beispiel, oder generell auf dem Boden legt, dann erkennt man auf den Dächtern auch niemanden, ob da jemand ist oder so. Ach scheiße. Soll ich da jetzt erstmal nicht besser zurückschreiben, oder? Ich muss sowieso die Screenshots ähm... Ich hab ja gesagt, Grüße vom Karte, aber ich glaub das provoziert nur. Ähm... Einfach die Screenshots machen und per Mail schicken, darauf erstmal nicht antworten würde ich sagen. Ja. Moment, warum bekommst du SMS von dem? Oh, lange Geschichte. Aber vor allem dieses ähm... Wie oft wollen sie denn noch an den Ort zurückkehren? Das heißt, die haben's nicht nur einmal gesehen. Das Ding ist, ähm... Als ich entführt wurde von den Typen, hieß es, dass sie uns schon länger beobachten und jeden von uns beobachten. Gott, das hilft meiner Paranoie richtig gut im Moment. Das ist fantastisch. Naja... Das ändert nix dran, am Ende. Also selbst wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte. Ähm... Ich werd nicht mehr auf meinen Balkon gehen, ne? Was? Gibt der denn jetzt hin? Hm... Weiß... Ist das nicht? Ah, guck ich um. Achso... Ja... Ja, ich... Ähm... Ich fühle ihre Paranoia. Ja, es ist... Ja, fühle ich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Was ist... Was ist... Was ist... Du bist beängstigend einfach... Mhm... So... Kein Balkon mehr für mich. Kein Arm schön dahinlegen. Der ist nämlich leider eben ehrlich, da kann man relativ leicht drauf. Hm... Ja, gut, das ist doch. Die Türen immer doppelt abschließen. Das Ding ist... Die müssen uns nur einmal gesehen haben, wenn wir vorbeifahren oder sonstigen Kram. An manchen Stellen. Wie kommst du denn hier weg jetzt, Ariane? Hm... Ja, wollte ich auch gerade fragen. Das ist einer der Überführungsfahrten. Ah, okay. Alle drei werden überführt und begleitet. Cool. Ja. Krieg mal hin. Gut. Dann gehe ich mal zu meinem Motorrad und fahre ich hinterher. Pfff! Ha! Gut, dass du einen roten Mantel trägst. Ja. Dann warte mal ab, was ich gleich trage. Dann kriegst du wieder Angst, dass du verfolgt wirst. Nee. Mittlerweile denke ich mir einfach, leck mich am Arsch, wie Penner. Alright. Dann gehe ich eben rüber. Und fahre hinter euch. Das Bahns, das Angebot steht für den Notfall, ne? Ja. Ansonsten gibt es noch Möglichkeiten für eine Zweitwohnung. Da halte ich auch Möglichkeiten für. Ja. Da müsste man bloß hin, wenn man nicht zwingend das Gefühl hat, dass man jetzt am Arsch erwählt ist. Nun. Und am Arsch, der Penner. Mann, ich würde mich meinen Taser auch mal mitnehmen nach Hause. Oben Fahrzeug. Rechts oben. Was? Ach, wer meint. Alles gut. Ich bin mir gar nicht sicher. Wo? Irgend... Da oben. Links im Spiegel. Kuriyama? Guck mal. Komm mal kurz ran. Kuriyama hätte ich jetzt aber auch Angst. Wir fahren... Lassen... Lass uns mal bitte... Über die komische Brücke da fahren. Hinter uns. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gesehen hatte. Als beim Rückwärtssätzen. Ich hatte was im Seitenspiegel gesehen, deswegen... Wir fahren mal ein ganz kleines Stück zurück, bitte. Moment. Moment. Bist du da was? Ja, da steht ein Fahrzeug. Ja, da steht ein Fahrzeug. Das ist ein... Probierweise... Dann fahren wir doch mal da hoch... Und schauen mal, was da oben steht. Okay. Schau zu noch an. Äh, wie kommen wir da hoch? Äh, rechts fahren, ja. Okay. Wir fahren erst zur Bahn und dann nach Pegasus. Ich wohne in der Fahrschule. In der Fahrschule? An der Fahrschule. Ich schwöre, ich hab an der gesagt. Äh... Wir reden alle nicht drüber. Ja. Reden wir nicht drüber. Was? Wir sind auf der falschen Zeit, oder was soll's? Äh... Wir stellen einfach keine Fragen. Ja, ne. Nach dem Tag heute nicht mehr. Ne. Brings Kater. Mhm. Dann lädst du die nächsten Bilder hoch. Wenn du mal wieder Bock hast auf... Auf Bilder. Der Typ ruft noch mal an. Der Typ ruft noch mal an. Oh Gott. Soll ich rein? Na dann gehen wir ran. Okay, soll ich ran? Okay. Ja, hallo. Äh, hi, Ariane. Hallo. Ist alles gut bei dir? Du klinkst so. Ich bin nur ein bisschen müde. Müde. Ja, okay. Moment mal, bekomme ich eigentlich auch hin vorne, wenn ich da schon Ariane genannt werde und nicht mehr vor Bahn? Das ist ja nur ein Vorname. Weiß ich nicht, ob du den bekommst. Also ich finde, das ist schon... Ist jetzt wohl fair, oder? Ich würde sagen... Du kannst ihn dir verdienen. Okay. Ich finde, ich habe ihn mir schon verdient. Ne, glaube ich noch nicht, dass du den verdient hast. Ich meine, es geht auch ohne vorne. Geht auch ohne. Ja. Ja, warum denn der Anruf? Ähm... Ja, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Langeweile. Ich... ...lieg ja am Pool entspannt. Am Pool? Und ähm... ...musste irgendwie an dich denken und dachte mir, vielleicht hast du ja Lust auf ähm... ...was zu trinken irgendwie. Einen Wein oder ein Whisky nach dem, was du trinkst. Oh, ich habe gerade meine Schmerzmedikamente genommen. Nach Alkohol ist mir gerade nicht, das wäre mir zu gefährlich. Ich habe auch, ähm, Softgetränke. Ich bin auf einer strengen Wasserdeel gerade. Und wirklich ziemlich müde. Ich meine... Ja, das ist kein Problem, ich habe ein großes King's Ice Bett. Ähm... Ja, ich... Ähm... Ich... 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 Ich glaube, ich ziehe erstmal mein... ...mein Bett, ähm... ...heute allein. Ich... Ähm... Ich bin wirklich ziemlich müde. Ich meine, wir sehen uns doch sowieso am Sonntag. Das muss man ja jetzt nicht unbedingt vorziehen, oder? Aber findest du nicht auch, dass Sonntag noch so weit weg ist? Rechtsgebäude? Naja, so... ...so weit weg ist es nicht. Ich möchte mich natürlich auch... Ich meine, ich muss mein Bein noch schon... Ich, äh... Ich möchte mir natürlich was Schönes anziehen... ...und ich fühle mich im Moment auch viel zu schluderig... ...dich... Telefonat! Von ihm! Ich... Nein, tatsächlich nicht. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr so wirklich, aber... ...irgendwo... ...in deinem Gedankenkreis diese Erinnerung. Aha... Füge ich trotzdem einen kleinen Anhaltspunkt? Oder muss ich mir den auch verdienen? Es ist, ähm... ...ich sag mal ein bisschen ungewiss... ...welche ihr genau sucht. Also... ...ich sag mal so... ...ich weiß, dass ihr eine auf jeden Fall noch nicht gefunden habt. Mhm. Und weiter? Ja, sag du mir doch, welche sucht ihr denn? Um ehrlich zu sein, bin ich mir da nicht so sicher. Mir haben beide relativ gut gefallen. Und welcher hat dem mehr gefallen? Tatsächlich, ähm... ...tatsächlich die etwas geräumigere. Obwohl, das würde eigentlich auch auf beide zu treffen, oder? Ich bin zu müde, du mir das nicht an. Glaubst du denn, du hast diese Information verdient? Wie kann ich mir denn diese Information verdienen? Weiß ich nicht, dich rausreden mit irgendwelchen Diäten und sowas... ...ist glaub ich kein... ...guter Schritt, oder? Irgendwelche Lügen erfinden. Ich bin ganz ehrlich. Natürlich war das eine Lüge, aber ich bin tatsächlich sehr müde... ...und wollte wirklich jetzt ins Bett. Das ist nicht gelogen. Was hältst du davon? Ich schick dir... ...gleich einen Standort und... ...dann solltet ihr euch da vielleicht mal umschauen. Als... ...Zeichen eines guten Willen von mir, ja? Und vielleicht kann ich ja so ein Vertrauen mit dir aufbauen, dass wir uns wirklich einmal treffen können... ...einen Kaffee, ohne dass, äh... ...deine Detectives-Freunde direkt vor Ort warten. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, okay? Ja, Ariane, dann würde ich sagen, äh... ...kriegst du gleich einen Standort, ja? Okay, alles klar, dann... ...warte ich darauf. Oh mein Gott! Ich... Ich... Ich kann nicht mehr! Hilfe! Atme durch! Tief durchatmen! Atme mit uns durch! Er fragte die ganze Zeit, welche... ...welche von den Garagen wir suchen. Und der weiß, dass wir da öfter waren. Und ihm habe ich das Gefühl, der weiß auch, dass wir hier sind gerade. Ich bin richtig... Ich werde richtig paranoid. Er schickt jetzt einen Standort als Zeichen des guten Willens. Und da soll man sich mal umschauen. Und er wollte, dass ich vorbeikomme jetzt. Und er ist... Er sitzt... Er liegt gerade an einem Pool, hat er gesagt. Er liegt gerade an einem Pool. Und er hat ein King-Size-Bett und solche Sachen. Die gebe ich gleich ins King-Size-Bett. Der kriegt den gleichen King-Size in der Fresse. Der macht mich so nervös, das ist das Stimmste. Das macht mich mega nervös. Ich habe Angst, die ganze Zeit etwas Falsches zu sagen. Eigentlich bin ich so gut in solchen Sachen, aber nicht wenn ich betroffen bin. Dann ist es was anderes. Ja, ich weiß, was du meinst. Alles gut. Atme tief, erstmal tief durch. Und er schickt mir jetzt gleich einen Standort am Spiel. Ich weiß nicht. Ja, dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Ist halt die Frage, was das vorgeht. Sollte jetzt wirklich der Standort kommen? Verlassen wir es mal morgen oder sollen wir zu diesem Standort fahren? Ist halt die Frage, ne? Aber bitte nicht ohne Ausrüstung. Ich hatte nicht vor, in Zivilklamotten dort hinzufahren. Was? Ich bin ehrlich zu dir. Ich würde es eher auf morgen verschieben. Wir sind... Selbst wenn wir jetzt, ich sag mal, vor Bahns Ost genommen wieder in Dienst gehen, wären wir vier Officer. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Das kann eine Falle sein. Kann auch sein, dass uns einfach nur so einen Zettel erwartet mit Hach reingelegt. Es geht ja auch nicht ums Stürmen. Es geht ums oberflächliche Schauen, wo es ist. Ah, selbstverständlich, vorsichtig. Irgendwas ist schwierig zu sagen. Es ist halt schwierig, jetzt darauf zu handeln, ne? Also... Ja, es ist superschwierig. Also, die Sache ist... Er kann sich halt sicher sein, dass die Officer, die noch im Dienst sind, dann gleich da hinfahren. Ne? Da kann er sich sicher sein. Dann hat er auch wieder die Detektives angesprochen. Ob wir... Wenn er den Vertrauensvorschuss gibt, ob... Äh... Das ist ein kleiner... Er will halt die ganze Zeit, dass ich mir Sachen verdiene. Boah, ich muss mir echt auf die Lippen beißen. Da nicht wirklich zu Sachen... Alter, ich muss mir gar nichts verdienen. Aber er macht mich irgendwie immer nervöser. Das ist gerade ein riesen Problem. Du, das würde mich wundern, wenn er dich nicht nervös macht. Ja, aber... Das Typ ist ein Psycho. Also wirklich ein Psycho. Und wenn er Interesse an dir noch entwickelt, dann... Dass wenn er dann noch... Dich nicht nervös macht, dann bin ich... Hallo, dann heiße ich noch heuer neuerdings Otto. Nö... Wehe! Hallo Otto. Halt's Maul. Wir sehen uns die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie die das machen. Oh mein Gott. Hm? Sekunde. Äh, nichts was jetzt damit zu tun hat. Sekunde, Sekunde. Oh, ich hasse mich. Ich bin nicht ausgestempelt. Das ist schon das erste Mal passiert. Kein Problem. Ich stempel dich. Da kann ich ihm... Oh, ja. Dankeschön, Herr Kooyang. Oh ne, ich... Ich weiß gleich nicht, wie ich pennen soll. Wirklich, ganz im Ernst. Ich würde mich dann nicht komplett verbarrikadieren. Was gerade interessant ist, äh... Wenn er dort an dem Standort wäre, hätte er direkt ein Standort geschickt. Ja, dann machen wir wirklich an irgendeinem Pool. Wieso denke ich überhaupt, dass er immer irgendwas die Wahrheit sagen könnte? Ich fange schon an, den halb zu glauben, ist nicht gut. Er würde nie die Wahrheit sagen. Auch wenn er sehr danach klingt, als wenn er die Wahrheit sagt, er würde es nicht. Er klingt wirklich danach, als würde er die Wahrheit sagen. Hatte ich nämlich auch. Deswegen... Das tut er nicht. Nein. Warte, das war... Das war der, der dich auch reingepackt hat? Ja. Wird er sie mit, äh, unbekannter Nummer an? Also unterdrückter Nummer? Nein. Tatsächlich nicht. Rufst du einfach mit der Nummer an? Ja, ich habe die Nummer auch schon weitergegeben. So. Vielleicht frag mal, weil sie so meinten, ob sie sie wegen ihrem Vornamen oder so. Ich will's mir... Ja, weil jetzt hat er mich Ariane genannt. Äh, ich will tatsächlich auch nicht mehr... Okay, Vertrauen verspielen macht natürlich gar keinen Sinn. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das nicht so meinte. Mhm. Aber ich will's mir nicht komplett verkacken. Da, weil ich... Das ist so ein krasses rohes Ei gerade. Ich muss so vorsichtig sein. Naja, ich weiß. Alles gut. Wenn's Fake Gutier ist, dann weiß ich... Ja, dann ist das hundertprozentig der, den ich, äh... Der mich auch in einem Mangel hatte. Genauso wie Gutier selber. Ja. Da kennen wir ja den Namen. Korrekt. Ich... Kann ich den wissen? Matthew Wilson. Steht auf dem schwarzen Brett, deswegen können sie es ruhig wissen. Ja, schwarzen Brett konnte ich grad ganz schnell überfliegen. Ähm... Alles gut. Das ist im Moment alles so schwierig einfach. Nee, Matthew Wilson heißt der Herr, der mich imitiert. Mhm. Ich bin so panisch, denn sie sind... Den sich vorher Kuriyame ist es die ganze Zeit. Ist auch nur so ein Fake-Kuriyame. Und wir merken das die ganze Zeit gar nicht. Ich mag Fake-Kuriyame. Aber nee, das ist der echte, der kann nur... Ist der einzige, der so grummelig sein kann. Nun. Oh. Du weißt, dass ich recht habe. Oh, die scheiß mir in die Hose. Der ist halt beim Flöten am Telefon. Seine Freundin droht mir die ganze Zeit und will das nächste Bein von mir bearbeiten. Moment, warum droht sie dir? Wenn der Typ an dir Interesse hat, dann ist es doch nicht deine Schuld. Ja, ja, das hatte ich ja auch gesagt, aber nein. Geschrieben, aber nein. Es ist generell, wenn eine Frau an die... Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch auf ihrer Seite, ne? Mhm. Wenn eine Frau einen vergebenen Mann anmacht, aber dann... Mit dem Unterschied, dass ich da keinen töte. Ja gut, aber du hast ihn doch nicht angemacht. Nee. Weißt du nicht, was da läuft? Ich glaube, guck, das ist einfach nur wieder eins dieser kranken Spiele. Und ich denke, die machen das beide auch nicht zum ersten Mal. Vielleicht brauchen die so'n Kick in der Beziehung. Ich hab gedacht, das ist doch krank alles. Das Ding ist, ähm... Es kommt nichts. Entschuldigung, soll ich da jetzt hinschreiben? Oh Gott. Bleib mal kurz zu stehen, ich fahr mal kurz nach unten. So, just for the protocol. Mal vorsichtig. Ja, ich sage eben, also vorsichtig fahren, okay? Alles gut, Otto. Oh. Pff, ins Maul. Mit dir gibt's keine Partyfotos mehr. Pa! Das ist in Ordnung. Ich glaube, das wird Eve nicht so stören. Nee. Wenn alles vorbei ist, müsst ihr beide so'n ähnliches Foto einfach machen. Oh ja, mit mir den Fingern in die Richtung. Ah, um noch so richtig reinzuhalten. Mhm. Nein, für privat. Nicht fürs Posten. Doch, zum Posten? Wenn schon denn schon? Oh mein Gott, nein, nein. Hallo? Ich hab mit denen eh noch ne Rechnung offen mit den Pennern. Ja, das glaub ich dir. Ja, das glaub ich dir. Ich hab gesehen, wozu dich fähig sind, glaub mir. Ich empfinde mich als, nichts als Verachtung. Vielleicht lernen die auch mal ne andere Seite von mir kennen und das ist, die ist nicht so nett. Lieber nicht, Ray. Nicht, dass dir was passiert. Was soll mir denn noch passieren? Boah, das ist so cool. Das ist das einzige, was steht, dass ich sterben kann. Ray, die Sache ist, jeder von denen hat nen komplett anderen Wahnsinn in sich. Das ist mir schon aufgefallen. Er scheint sehr durchdacht. Er ist ein Psychopath. Also er ist wirklich ein Psychopath. Oder zumindest ein Soziopath, je nachdem ob es von Geburt an ist oder nicht. Mhm. Aber so wie er mit den Leuten umgeht. Und er ist halt auf ne gewisse Art und Weise charmant. Sehr gruselig, aber charmant. Ähm. Ja, das hab ich gemerkt. Ja, das ähm. Reicht mir die leider aus? Vielleicht ist das leider das, was mich ein bisschen nervös macht. Aber nicht auf die Art und Weise, wie man es denkt. Mhm. Er weiß halt mit Worten umzugehen und auf ne gewisse Art und Weise zu beruhigen. Ja. Während er einem gleichzeitig gefühlt ne Waffe an den Kopf fällt. Immer noch nicht. Fangen wir doch mal. Weil er sich dazu entschließt eigentlich mal was abzuschicken. Und im Ort. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, entweder er spaziert da hin oder, keine Ahnung, er pimmelt rum oder sowas. Keine Ahnung. Oder es kommt auch gar nichts. Und das war einfach nur so, ja. Ne. Warte mal, bis wir bei euch sind. Warte mal, bis wir bei euch sind. Mhm. Das könnte auch sein, ne? Das könnte wirklich sein. Es kann natürlich auch sein, dass er wartet, bis wir drin sind. Also, bis du drin bist vor allen Dingen. Da müsste der uns überlegen. Frau Bahns, ich hab ne wunderbare Couch. Ja. Das klingt alles gerade so falsch. Ja. Hä? Warum? Ansonsten sind einfach Pegasus Apartments. Mein Gott. Ja, aber die... Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nicht wissen, dass die da... Also, dass der Gautier und Chief Korayame dort wohnen. Das wissen die schon. Also, der Pegasus Tower ist halt PD Tower. Also, nicht grundlos so genannt. Die meisten wurden da irgendwie gefühlt. Der wurde einfach vom PD annektiert, wenn wir uns sind. Ja. Ja, schon. Soll ich jetzt erst mal nach Hause und, äh... Ich meine, ich wollte eigentlich morgen den Tag durchschlafen. Äh, werde ich auch. Aber wenn ich da einen Standort schicke, werde ich den sofort weiterleiten. Ich denke, selbst wenn du einen Tag durchschläfst oder was, kannst du ja auch wahrscheinlich bei jemandem pennen. In der Tür. Ja, Ikuyama hat auch was angeboten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Oh mein Gott, ich habe eine Nachricht bekommen. Oh mein Gott, ganz ehrlich. Ich dachte, das wäre mein Standort, wo ich stehe. Richtig. Okay. Das ist in der Nähe vom Verwahrhof, laut dem Navigerät. Oh, ich weiß welche das ist. Hast du mir vorhin zweimal drauf vorbeigebracht? Das ist doch jetzt nicht wirklich die... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Garage ist. Nein, das bin ich in meiner Erinnerung. Dann ist es doch die gewesen. Das heißt, da haben die uns gerade die ganze Zeit gesehen. Ich habe die ganze große Halle im Kopf gehabt. Und dann haben die uns da gesehen. Da waren die die ganze Zeit. Und es gibt viele Spots, um beobachtet zu werden. Man kommt leicht auf die Dächer, man kommt auf die... im Bereich dort bei der Irina. Das ist, ähm... Das ist nördlich vom Verwahr... Ja, das ist die Garage, wo... Das ist die Garage, wo... Wo viel es nicht passt, auch mit dem Reuter und der Tür. Und so, aber anscheinend ist es die Garage. Hm. Das ist nördlich vom Verwahrhof. Oder südöstlich vom Verwahrhof. Ja, wir waren gerade da. Wir waren gerade da. Hm. Aber südwestlich von der Irina halt. Das ist so rum. Was habe ich? Mach. Ja. Ja, nördöstlich vom Verwahrhof. Mhm. Ja, das Problem ist, selbst wenn wir da jetzt hinfahren, können wir nicht großartig was tun. Wir können es außen zwar umgucken, was wir vorhin ja schon mit haben. Nein, wir fahren da nicht hin. Wir fahren da auch nicht hin. Auf gar keinen Fall. Nein, ich bin zwar nicht im Diesel, kann euch jetzt alle Befehle geben, aber nein. Äh, die Information wird geteilt, ähm... mit, äh, Nook. Nook, äh, sagt es der Staatsanwaltschaft. Die sorgen dafür Gefahrenvollzug oder was auch immer wieder anwenden können. Und dann, äh, rushen wir die Scheiße mal. Hm. Oh, er ruft wieder an. Hieran. Was sag ich dir, wenn er sagt, wie sollen wir hinkommen? Ich bin so übervorsichtig bei den Themen. Ja? Bitte nicht tun. So, da hast du nun deinen Standort. Ja, ähm... Ich bin mir irgendwie trotzdem nicht sicher, ob es das, ähm... Ist ja auch egal. Ähm... Ja gut, dann, äh... Weiß ich Bescheid und, ähm, wegen der zweiten Garage muss ich wahrscheinlich gar nicht fragen, oder? Ähm... Weiß ich nicht. Ähm... Ich glaub, du bist tatsächlich mal dran mit, äh, einem guten Willen zeigen. Dann muss ich mir was überlegen. Ja, solltest du dir. Gibt es denn irgendeine grobe Richtung, so von wegen guten Willenszeiten? Irgendwas, woran ich mich orientieren kann? Ich glaub, da bist du kreativ genug, oder? Schon? Aber was ist, wenn ich nicht gefällt? Ah, ich glaub, es wird mir gefallen. Okay, gut. Solange es von dir kommt. Gut, lass mir was reinfallen. Sehr gut, Ariane. Eine gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schon und treiben was Schönes. Danke. Ihnen so. Ah! Was denn? Entschuldigung, ich muss... Alles gut? Ja. No luck. Ähm... Gut, ähm... Ja. Äh, ich soll... Ich muss Freitag sehr früh in den Dienst gehen. Und mit sehr vielen Menschen reden. Mhm. Denn, ähm... Irgendwo... Ich muss jetzt Freitag... Soll ich jetzt irgendwie, ähm, einen guten Willen zeigen? Wie zur Hölle zeig ich denn jetzt einen guten... Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Das ist... Ich bin... Also es hieß irgendwie, ja, sei kreativ. Und klar, äh... Ich... Mich schaudert es mit dich. Man könnte es natürlich einfach halten. Zum Beispiel Informationen raus. Also, dass er Informationen will. Die sich auf... Den Fall beziehen. Oder auf die Fälle. Wie weit wir sind. Das... Oder ähnliches. Oder... Persönliche Informationen von... Personen innerhalb des PDs. Führung, zum Beispiel. Die haben alle Informationen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nachdem, was ich gesehen habe. Ja, das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wundern. So... Wie gesagt, er hatte schon Andeutungen gemacht, dass die... Dass wir sehr lange beobachtet wurden und so weiter. Lass uns darüber weiter reden. Ja. Kann mich jemand bis zur Tür bringen? Ich, äh... Definitiv. Ähm... Er kann nicht alleine sein. Oh Gott. Du weißt, du kannst notfalls auch bei uns auf der Couch schlafen, ne? Ja, das ist gut. Dann bist du im... ID Tower. Pfff. Ich hatte noch nie mit so einem Menschen zu tun. Und ich hatte mit vielen Menschen schon zu tun. Das ist das erste Mal, dass ich nicht weiß, wie ich mit einem Menschen umgehe. Eigentlich habe ich... Ray, du hast das jetzt nicht gehört. Eigentlich habe ich manipulativ oft die Oberhand. Aber hier jetzt... Aber hier jetzt... Keine Chance. Schwierig. Der ist sehr clever. Ja. Und hat schon Erfahrungen selber in der Richtung. Guck mal im Briefkasten. Ja, mach ich. Hatte ich heute schon beim Raustun. Aber... No, nicht. Ja. Okay. Dann, äh... Danke und, äh... Fahrt vorsichtig nach Hause, ja? Ja. Wenn irgendwas ist, wenn du irgendwie reden musst oder so, gibst du Bescheid, ja? Mach ich. Dankeschön. Schlaf gut. Ja. Ist aber schwierig. Ich kann ja nicht... Ariane kann ja nicht mit... Also für den irgendwas machen. So, wisst ihr, was ich meine? Da wird jeder Pedida sagen, wir machen da nichts. Und Ariane so, kacke, wie umgehe ich das? Also was mache ich denn jetzt so? Ich so, hä? Ich will gar nichts für den machen. Der kacke, eine Forderung zu stellen. Gleichzeitig denkt Ariane so, boah, nee, ich will es mir jetzt voll nicht verscherzen. Das ist die Möglichkeit, die irgendwie zu kriegen. Das ist mir ja jetzt, Julia. Vor allem, ich bin... einfach so müde. Ich komme gar nicht klar, weil ich hier kann doch jetzt nicht nachdenken, ey. Und ich muss unbedingt morgen jetzt... Also ich muss sehr früh in Köln sein. Ich glaube, irgendwie schlafen wird... Oh ja, lass mich nur. Schlafen wird heute nichts. Oh mein Gott, was ist das? Ah, Hilfe! Das ist doch Psychoklas! Oh Gott. Ähm. Okay, ich bin müde. Ich muss richtig vorlesen. Im Dunkeln liege ich still und sacht. Denk an dich in dieser Nacht. Ich hoffe, du träumst auch... Nee, warte. Ich hoffe, du träumst von mir auch hier. Unsere Sehnsuchte Tag und wir. Oh mein Gott, ist das krank. Voll geil. Ey, die Stunden fliehen. Der Morgen naht. Doch unser Traum uns nicht verlässt. In Gedanken bei dir immerzu. Du in mir... Bitte was? Du in mir, ich in dir. Dass du bleibst, dass du ruhst. Und deine Herzchen. Oh mein Gott, Hilfe! Das ist, äh... Ich wollte gerade sagen, wenn es Kinder wiederkommen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Aber eigentlich auch nicht. Aber ja, dann würde ich ihm ja gar nichts sagen, ne? Wohl eher wegstoßen, gerade zur Sicherheit. Und weil die sauer auf ihn ist sowieso, ne? Das Haul daran ist, er gibt sich mehr Mühe als Larry. Das will ich die ganze Zeit sagen. Das wollte ich heute mehrfach aussprechen, so einfach, dass er sich mehr Mühe gibt als Kinder. Und das ist so sad. Hilfe! Ja, Ariane kann jetzt nicht mehr. Also ich habe gerade versprochen, dass sie da auch anderweitig bei der SMS, dass sie da erstmal nicht zurückschreibt, ne? Macht sie auch erstmal nicht. Ähm... Ja, aber Ariane ist tatsächlich gerade... Gerade ist sie halt eher so, ne? Warte... Ne, so ist es. Entschuldigung. Ne, sag mal. Das ist Ariane. Irgendwem ist der Mayakuya da zusammen. Also muss ich mal sagen, ist schon ein bisschen, ne? Dass er viel so hart feiern. Was denn empfiehlt? Alter, das ist so ein kranker Scheiß, ne? Ist der richtige Ver... Alter, hört auf, ne? Schon nice, ne? Aber nein, aber Ariane natürlich, die ist voller Verachtung, ne? Voller Verachtung. Aber, ähm... Ja. Da bin ich... Ich sitze jetzt einfach so... Oh mein Gott, Hilfe! Ist das furchtbar! Da habe ich selber Probleme, so... Ich habe so voller Ekel und ich bin auch so... Bro, der hört sich aber nice an. Und selbst Ray, so... Ja, der ist schon sehr charmant. Aber Nico, hör auf jetzt. Nee. Also Wohnung kann man nicht... Aber hör auf. Alter, wie ich mich einscheißen würde... So kommt einfach raus. Frau Bahn so... Ariane so... Yo! Tschüss! Ja. Ist schon... Boah, das ist schon irgendwie cool. Aber ich weiß gerade absolut nicht damit umzugehen. Und das habe ich seit langem nicht mehr mit RP gehabt. Dass ich komplett überfordert bin mit etwas. Und ich liebe einfach dieses Gefühl so hart, ne? Weil bis jetzt war es immer so, du hast RP gespielt. Da hast du ja auch deine... Ariane hat auch ihr Guest-Learning so ein bisschen gemacht. Es hat alles so wunderbar funktioniert, ne? Und jetzt war das das erste Mal, dass wir gar keine Chance damit haben. Es ist jemand einfach krasser als Ariane, was das angeht, ne? Ja. Yo, Bobby, ey. Da weißt du, wie der Spieler dahinter steckt. Ich weiß, wer es ja vom Team ist, so, ne? Hat übrigens auch zu der Zeichnung von Devi geschrieben, so, dass er es halt voll cool fand und sowas alles, ne? Bobby vs. der Typ beschützt sein Schwesterchen. Bobby will nichts Gutes seiner Schwester. Der will die ja mit nach Kentucky nehmen. Vielleicht wird Ariane irgendwann so quasi... Vielleicht kommt Bobby und dann wird da Ariane mit nach Kentucky. Der ist ja eigentlich Real-Life-Urlaub. Aber dieses Real-Life-Urlaub ist dann das Ding tatsächlich, was von den beiden Sachen jetzt am unrealistischen ist. Ei, 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 ei. Hilfe. Hilfe. Ich hatte das in den drei Jahren nicht. Boah. Es ist so nice, dass es gerade absolut das Gegenteil von langweilig ist. Es ist so spannend. Sehr, sehr cool. Voll nice. Sehr dankbar. Ich bin so krass dankbar einfach, ne? Glaubt ihr gar nicht? So. Und ich muss irgendwas essen heute noch. Und ich muss sehr früh in Köln sein. Und ich lache, weil ich kann nicht schlafen. Wenn ich jetzt schlafe, schlafe ich durch. Und, äh, ja. Ich glaube, der ist hier gerade im Chat. Und so, ah, da! Das ist so furchtbar. Ich sitze so und denke so, oh mein Gott. Ich wünsche da Ariane wäre einfach von gut auf böse jetzt gerade, ne? Ariane natürlich so mit voller Ekel spielt das natürlich da alles mit. Und gleichzeitig bin ich mir in einem abgrinzen und denke so, oh Gott, Hilfe. Hilfe. Jo. Ach, schön. Ja, Nackt-Kleifung, ja. Ihr wisst ja, der kann den Stream nachgucken und weiß genau, was ihr heute alles geschrieben habt. Jeder einzelne von euch, ne? Schon ein bisschen unangenehm. Ich muss mich so auf das Lachen verkneifen. Jutta, ist die Wärme. Und ich sitze hier so, man hört manchmal so meinen Schmapfen, wenn ich so am Grinsen würde. Ich denke, oh Gott. Ich gucke die ganze Zeit so mit den Augenbrauen so und denke so, ach du Scheiße, Hilfe. Es ist ja wirklich sehr nice. Pan sei leise. Lüge. Oh Gott, was? Ja. Also ich meine, jeder Einzelne gerade hier, jeder Einzelne, ne? Der gerade schreibt, ne? Ja. Keine Sorge, ich wurde schon aufgeklärt, was hier im Chat so abgeht. Hahaha. Gar nicht. Mayakuya hat uns verraten, steht da. Sehr schön. Eieieiei. No! Oh, wir sind gerade am Schluss. Oh, Senpai Melon. Ich hab die ganze Zeit überlegt, sag ich mit Ariane und ich finde, es kommt irgendwie komisch rüber. Ja, Kuriame hat es ihr als erstes angeboten, aber er meinte ja dann noch so, hm, das ist halt schwierig wegen Führungspositionen. Aber bei Kuriame weiß Ariane halt, der hat schon mal wegen der Mayhem-Sache versucht, Ariane zu beschützen, halt dienstlich, ne? Und das wäre dann halt auch die Wahl gewesen, wo sie gesagt hätte, boah, ja, da würde ich unterkommen. Aber ganz im Ernst, dass sie jetzt hier alleine in ihrer Wohnung ist, finde ich voll nicht gut, ne? Aber irgendwie habe ich mich mit ihr auch noch nicht getraut, so zu fragen irgendwie. Aber ja, die ist halt, ne, da hat sie abgeschlossen, da hat sie abgeschlossen. Das ist halt die Sache, dass die wirklich ebenerdig wohnt. Ähm, man kann hier eigentlich nicht rein, ne? Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Special-Möglichkeiten gibt, aber das ist halt sehr krass, dass du halt von beiden Seiten easy reinkommen würdest. Da muss nur einmal die Tür nicht abgeschlossen sein, kannst du ja rein, ne? Boah, okay, warte mal, jetzt bin ich ja nicht die Frage nur jeden Moment. Und vielen Dank für den Raid, dankeschön. Ich habe gesagt, wie ich die ganze Zeit am Grinsen bin. Das ist das erste Mal in drei Jahren, dass ich mit einer RP-Situation so völlig überfordert bin. Und ich liebe, ich liebe dieses Gefühl so hart, weil ich es noch nie hatte. Alles, was immer neu ist im RP, nehme ich so mit Kusshand einfach an. Ich liebe es wirklich sehr. Nur so. Ne, es wäre gruselig. Es wäre gruselig. Kuriyame sorgt sich halt an seinen Leuten und bietet Hilfe an, denkt sich aber nicht auf. Ja, ja. Kuriyame ist auch so ein super empathischer Mensch, was man gar nicht meint. Also im Chat stand schon heute, die Leute freuen sich voll, dass die mal eine andere Seite von Kuriyame sehen, ne? Ariane hat ja, ähm, naja, Ariane ist ja Kuriyame gegenüber. Äh, ich finde immer noch Ariane Kuriyame. Nein, aber ist, äh, ähm, sehr vorsichtig, ist auch nicht wirklich sie selbst. Das war heute sehr witzig im Auto, ne? Ähm, wenn sie halt die volle Ariane raushassen würde, würde man sie auch relativ schnell nicht ernst nehmen, wenn man sie nicht kennt. Also Ariane hat einen Humor, den, wenn du sie kennst, ist okay, ne? Jetzt sende ich sie mit Loch im Kopf, was? Äh! Das Kuriyame-Chan in Ruhe! Nein, der einzige Chan ist ja immer Kowalski, Kowalski, Kowalski für uns. Das sagt Ariane tatsächlich auch im RPE-Kowalski-Chan. Ah, das ist ja nice. Hat aber auch viel mit Josephs Vergangenheit zu tun, weshalb er so zu, äh, weshalb er zu ihr so ist. Wir hatten ja heute so einen kleinen Einblick und Ariane wollte gerade sagen, so, ich frage dann jetzt nicht mehr weiter, hat er es ja von alleine gesagt, ne? Ähm, ich finde es immer super interessant, diese ganzen Background-Stories. Ariane hat bis jetzt, ähm, wir haben damals Skinner die Background-Story erzählt. Es war, der Spieler war, denke ich, müde und wollte einfach nur, also er hat noch die ganze Zeit gefahren. Ariane, bist du sicher? Aber das wird ein bisschen dauern. Und es war halt immer, Ariane erzählt und dann gab es halt immer dieses, ja, ja, hallo? Boah, ich hatte jetzt gerade eine Stunde gehört, ich habe mich selber erschrocken. Ähm, war halt immer dieses, ja, 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 mhm. Und dann immer so Zwischenfragen und das war immer so, ach, dann hat sie das Mad Max irgendwann erzählt und ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch nicht gestreamt. Und sonst weiß es einfach gar keiner, ne? Ich wollte immer, dass Ariane das mal den Weiß erzählt, einfach, weil ich es, glaube ich, ganz cool finde, wenn, ähm, erst mal wenn die Beziehung zwischen der Weyen wirklich mal ein bisschen, äh, er vertraut ihr ja voll, aber irgendwie ist da auch nichts Tiefes da, ne? Und, ähm, dann, äh, könnte sie endlich aufklären wegen ihrem Bruder, weil Weiß den ja irgendwie Fettsack genannt hat und sowas alles, wie er halt wirklich war, der Bruder, ne? Das ist ja, da ist ja schon mittlerweile so eine riesen Story einfach hinter, ne? Ja. Was los? Was los? Euer Monstrum, ey, sorry, ne? Wenn es irgendwie auch ein bisschen wild war, bei irgendwas wurde. Ne, was war das? Ach ja, das private Ding und das, äh, alter Charakter Ariane, jo. Sonst war, glaube ich, nix so, ne? Ach so, Spammy. Boah, alte Leute, ich bin so unfassbar müde, ne? Ich sterbe, ey. Ja, ich bin so müde. Vielen Dank für das schöne RP auch an Senpai Malone, ne? Ich hoffe, irgendwann kann Ariane was rausklicken aus ihnen, aber die ist halt auch jemand, die, ähm, geht da nicht voran, die ist, ähm, auch sehr passiv, was das angeht, ne? Einfach lauter, extrem guter Char, kann man nicht anders sagen. Boah, yo. Ich hab noch heute gesagt, als die im, ähm, als die, äh, im Boot saßen, hab ich gesagt, boah, ich ärgere mich so hart gerade, weil der Oktober ist halt gerade sehr, sehr zerrend. Und die haben gesagt, dass ich so unfassbar müde bin. Und jetzt haben wir gerade diese beiden sehr nice Charaktere und allgemein dieses sehr nice RP und ich bin heute so müde und so unkreativ, so, ich, äh, wünsche, dass wir an einem anderen Tag gewesen. Äh, aber kannst du dir halt nicht aussuchen, ne? So, übrigens auf YouTube sag ich schon mal...